Best of people, for the people, as you bring them with chains. Du sollst diese, genau, Leute einfach zu den Islam bringen, mit Ketten um ihren Hals, ja, damit sie in den Islam reinkommen. So musst du es machen, sonst es gibt auch keine andere Wahl. As you bring them with chains on their necks, till they embrace Islam. Wunderschön. Wie liebevoll ist das, gell, dein Islam? Sehr liebevoll. Ja, halt, der kommt mit Blumen und Gefänke. Einfach krank. Einfach krank. Ja, Islam ist Frieden, genau. Guck mal, wie friedlich das ist. Sehr schön. Tahi al-Bukhari 3446. Alles klar. Habt ihr gesehen, ihr Lieben, ne? Das ist unzählige Hadith, gell? Das ist ein Wahnsinn, der keine Ende hat. Ein Wahnsinn, der keine Ende hat. Das ist ein Zakat hier. Da sagt er, And if a man believes in Jesus and then believes in me, he will get a double reward. Der wird einen Lohn bekommen, doppelter Lohn, wenn er in Jesus Christus glaubt, in Jesus glaubt und in mir. Das ist heftig. Aber wie soll man das machen, in Jesus Christus glauben und an ihn? Das verstehe ich nicht. Ja, was soll man jetzt machen? An ihn glauben oder an Jesus? Ja, bei einem beide geht es nicht. Hey, der gibt zu. Guck mal. Unbewusst gibt Mohammed zu, dass Jesus der einzige wahre Gott, ja. Aber irgendwie für mich kommt das auch rüber, dass Mohammed wollte auch so eine große, schöne Geschichte schreiben wie der Herr Jesus, ja. Der hat von ihm auch gehört. Und der hatte ja auch mit christlichen Leuten zu tun. Und der Beweis, der hat auch einen christlichen Mann, der ihn alle Suren auch geschrieben hat und zitiert. Ja, und dieser Mann ist gestorben, haben gesagt. Und da war auch Mohammed natürlich auch bedrückt, weil dieser Mann, der christliche Mann, hat ihm quasi auch alle Informationen, christliche Informationen gegeben hat. Was meint er, wo er alles hat, weißt du, was im Koran steht? Von Maryam und Al-Messi und die Kreuzigung. Meint ihr, der hat alles von sich selbst oder was? Er hat mit christlichen Leuten zu tun gehabt. Tagtäglich. Ja klar, der wollte Jesus kopieren, richtig. Der wollte auch so wichtig sein wie Jesus. Sonnen An-Nessai 3177 Alles klar. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ja klar, das ist Ketab Al-Jehad. The Book of Jehad. Die Türken, die sind ja auch selbst Muslime, die Türken. Habt ihr gesehen, ihr lieben Muslime, dass Mohammed hat mit euch auch ein Problem? Ja, das kenne ich, das mit dem Türken. Face like hammered sheets, wear clothes made of hair and shoes made of hair. Ja. Sonnen An-Nessai. Schau mal was mit dem. Ach so, mit dem Ketten. Moment, ich guck grad, ja. Ich schreib das nochmal auf. Ich hab's eh zugemacht. Mit dem Ketten, ihr lieben. Ich hab's eh zugemacht. An-Nessai 416-21. Achbaranin Kutaiba, na-na-na, An-Nasul, 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 An-Nasul. Ja, hier, das ist doch die Sklaverei bei Mohammed auch erlaubt. Da hat ja selbst zwei Sklaven hier gekauft. Das doch steht ja hier, eindeutig. Und die sagen ja, es gibt keine Sklaverei im Islam. Das ist natürlich auch Bullshit. Da, hier steht das. Schwarz auf Weiß. So nennt er Nisei 4, 6, 2, 1. Guck mal. So, he bought him for two black slaves. Then he did not accept until he had asked. Is he a slave? Das ist heftig. Ihr Lieben, ihr seid wirklich wundervoll. Ihr seid so klug und so interessiert an der Wahrheit zu wissen. Und ich merke, ihr habt wirklich Interesse, alles zu verstehen. Und nicht gegen die anderen. Ja, soll ich sagen, die 90% der Muslime nehmen einfach nur so die Informationen einfach nur so. Und die recherchieren einfach nicht und gucken einfach nicht. Einfach aus Dummheit pur den Islam einfach zu nehmen. Ich nenne es einfach Dummheit pur. Es tut mir leid, aber Dummheit pur. Die sind ja auch geboren, so Muslims. Was sollen sie dann hinterher fragen? Was wollen sie dann hinterher fragen? Die Eltern sind Muslims, die Großeltern Muslims, die sind quasi hineingeboren. Einfach. Und so geht es weiter. Das ist wie eine Tradition, ohne hinterher zu fragen. Wie kann man einfach nur einfach dumm bleiben? Heftig. Unfassbar. Also Gott hat uns ein Gehirn gegeben und ein Verstand und Moral und Ethik. Ja, man muss Dinge hinterher fragen und nicht einfach nur so, weil ich jetzt Muslim geboren bin. Ja, und so muss es sein über Generationen. Das ist, ich muss, mein Gott hat mir Gehirn gegeben, um das zu benutzen. Und vor allem jetzt gerade in diesen Zeiten, wo wir Internet haben, wo wir alles zur Hand haben, können wir recherchieren. Und dann ist es wunderschön, diese Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat. Also, ihr lieben Muslime, bitte, ich habe eine Bitte an euch. Wir haben euch wirklich lieb und wir haben nichts gegen euch. Wir wollen nur, dass ihr wirklich die Wahrheit findet. Und ihr werdet wirklich die Wahrheit in Jesus Christus finden. Und bitte, fragt nach und schlagt bitte die Bücher auf und die Hadithen auf und lest alles richtig mit Verstand und nicht einfach nur so dumm alles akzeptieren. Hallo, ihr Lieben, ich bin die Tochter von Mary. Ich selber mit ganz, ganz jungem Alter. Ich habe zwischen einer muslimischen und einer christlichen Familie gelebt und hatte Einfluss von beiden Seiten. Und selbst ich mit zehn, elf habe ich mich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Aber ich wusste zur Zeit noch nicht, was ist die Wahrheit. Ich habe von meiner muslimischen Familie das gesagt bekommen, von meiner Mutter. Und das war natürlich ein Hin und Her. Aber ich, selbst mit zehn Jahren, mit elf Jahren, habe ich zu Jesus gefunden. Und jetzt bin ich mittlerweile 18 und ich weiß, dass Jesus Christus einfach die Wahrheit ist. Amen. Er begegnet einem im Geist und das spürt man und man weiß, dass es Jesus ist. Man erkennt den Unterschied zwischen Satan und Jesus. Ich sage euch das. Amen, Halleluja. Jetzt hast du schön gesagt, Schatz. Bitte. Hast du schön gesagt. Ich habe ihr die freie Wahl gegeben, damit die nicht sagen, ja, ich habe sie dann überzeugt. Nein. Ich habe gesagt, Schatz, du hast die freie Wahl. Ich kann dir zeigen und berichten und erzählen, wer Jesus war und was in der Bibel steht. Und du kannst auch den Koran nachschlagen und du kannst die Biografie auch von Mohammed auch lesen. Habe ich alles gemacht. Und dann am Ende musst du wissen, Schatz. Und ich wusste, dass ihr Herz direkt zu der Wahrheit geht. Automatisch. Weil die hat wirklich nach der Wahrheit gesucht. Das Problem ist, ihr müsst euch öffnen. Wenn ihr euch nicht öffnet, wenn ihr verschlossen im Herzen bleibt, kann ich auch nichts erreichen. Das heißt, wenn ihr jetzt neutral seid und sagt, Gott, sprich zu mir, egal wer du bist, zeige dich, offenbare dich mir in Dingen, in Kleinigkeiten. Nach und nach ihr merkt, es kann nur Jesus sein. Aber ihr müsst dazu auch noch die Schriften lesen, damit ihr das auch erkennt, was das ist, was Bezeichnungen sind. Weil manchmal, ihr dürft nicht drauf reinfallen, manchmal versucht euch auch der Teufel mit anderen Sachen zu verführen. Deswegen muss man die Bibel zur Hand haben, um Sachen unterscheiden zu können. Genau. Ja, das hast du schön gesagt, Schatz. Halleluja. Der Herr Jesus Christus ist und bleibt die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, wie er gesagt hat, außer durch mich, außer der Herr Jesus Christus. Niemand kommt zum Himmel, auch durch den Herr Jesus Christus. Und Gott sei Dank, wir haben, unsere Himmel, hat mit dem Himmel vom Islam nichts zu tun. Halleluja, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass es so ist. Weil wenn ich dieses Wahnsinn lese im Islam und der Himmel im Islam, dann kriege ich nur Gänsehaut. Halleluja, Amen. Hallo, mein Lieber, mit deinen schönen Zähnen. Was hast du da gemacht, Mariam? Wir haben viele Hadiths gelesen, aufgeschlagen von Sonnen Nissei und Sahefi Bukhari. Die haben alle geschrieben, genau. Sehr, sehr schön. So, gucken wir mal, wer hier da ist. Wer ist da? Ah, Dr. John ist auch da. Dr. Johnny. Dr. Johnny. Ich suche noch einer für dich, Mariam. Hallo? Ich habe da was ganz versehen. War es da so, Mariam? Ja, da ist jemand live und bemerkt das nicht, dass er live ist. Ja. Ja, hast du die ganzen heftigen Hadiths vorgelesen, ne, Mariam? Ja, ja. Und da kam meine Tochter gleich, sie hat ein kleines Zeugnis abgegeben. Ja. Du hast mir gesagt, entweder machst du das oder das, oder? Ready. Was? Was war das denn? Entweder machst du das oder das. Hast du das auch gehört, Mariam? Ja, 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 ich habe das nur das gehört. Das stimmt. Bitte, Jay. Hatte die Hadiths ja überhaupt Kopftuch an? Nein. Nein? Ja. Aha, also kein Kopftuch an, ne? Nee. Also eigene Version des Islams, ne? Die sagt, ich höre nur auf das, was mein Gott mir sagt. Ja, dein Gott sagt euch in Suche 33, Fest 59. Zieht euch den Hijab an oder bezieht euch dieses Überwurf über eure Schmuckmerkmale. Das heißt, ihr ganzer Körper und alles bedecke. Wieso hört sie denn nicht da drauf? Nein, die hat ihren eigenen Islam kreiert, eigene Religion gemacht. Also das, was ihr passt, das wird akzeptiert und das, was nicht passt, wird nicht akzeptiert. Und wird verdriebt und einfach geleugnet und einfach so ausgelegt, wie man möchte. Also, das ist dann ihr eigener gebastelter Islam. Ganz genau, ja. Ganz genau, leider. Leider. Wozu die Leute fähig sind im Islam, ne? Also die akzeptieren dann nur das, was die wollen. Das ist krass. Aber so, wenn du mir zuhörst, meine liebe Muslime, mein lieber Muslim, so kannst du niemals vorgehen mit dem Islam. Die werden das auch niemals zulassen. Sobald die merken, dass du irgend so ein Ketzer bist, der einfach den Islam auslegt, wie er möchte und nicht ein Tafsir zur Hand nimmt und alles Mögliche, dann bist du dran. Wenn du die Sunder von Mohammed ablehnst und, 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 dann bist du dran. Dann werden andere Sektoren im Islam, werden dich dann Nacken therapieren. Mhm. Ja. Und die fangen mit diesen Leuten an erstmal. Die fangen genau mit diesen Leuten wie Khadija an. Ja, genau. Sie fangen genau mit diesen Leuten wie Khadija an. Hallo? Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen auch dir. Also, ich wollte dir danken für deine Arbeit. Ich finde deine Arbeit sehr gut. Ich bin auch Ex-Muslim. Ah, Hammer. Wundervoll. Aus welchem Land bist du denn? Ich bin Kurde. Kurde? Oh, okay. Drei Ex-Muslime. In einem Stream. Ex-Muslim. Ex-Muslimer. Ex-Muslim. Einen riesen Apostatenhaufen, ne? Ein Volk von Apostaten. Ja, ist das irgendwie. Ja, so ist das auch gut so, ne? Das ist das. Ich hoffe natürlich, dass du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, ne? Hab ich. Amen. Ja, das ist natürlich sehr gut. Wie hast du denn zum Glauben gefunden? So kurz. Da brauchst du es nicht ausführlich zu sagen, aber so grob, weißt du? So vor einem Jahr hab ich die Entscheidung getroffen. Vor einem Jahr? Ja. Warum, wenn ich fragen darf? Was hat dich denn so überzeugt oder beziehungsweise warum hast du das getan? War nicht, weil ich eine lange Zeit, ich war auch eine lange Zeit, wie soll ich sagen, ich war verloren auf jeden Fall. Und ich wollte nur noch dann, plötzlich wollte ich nur noch eine Verbindung zu Gott haben. Und dann traf ich auf eine Gruppe Christen und die haben mir weitergeholfen. Hammer. Wundervoll. Also auch die Hälfte meiner Familie, die Hälfte von meiner Familie hat auch schon den Islam verlassen. Hammer. Wundervoll. Noch besser. Ist ja mega gut. Ja, mittlerweile helfe ich auch anderen Ex-Muslimen, also ich helfe dir da auch so raus, weil es ist auch gefährlich. Also ein Teil meiner Familie kam auch damit gar nicht klar, also dass ich den Islam verlassen habe. Nur ein Teil von meiner Familie. Okay. Ja. Ein Teil ist dann so mehr dem Islam zugeneigt, ne? Ja. Es ist auch schwer, also wenn du Kurde bist oder Araber, ist es schwer, aus dem Islam rauszukommen. Du wirst dann bedroht. Auf welchen Teil von Kurdistan kommt die denn? Syrien oder Irak? Bei mir ist es gemischt. Türkei, Syrien. Türkei, Syrien. Sonst wüsste ich dir halt den Gottes Segen und ich gehe dann auch runter. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dass du dabei warst. Danke. Halt dir mal, wenn du Jesus Christus fest. Ja. Okay, ciao. Ciao. Babu Ex-Muslim ist auch da, guck mal. Dein, äh, auch ein Araber. Ich glaube, er ist ein Landsmann. Das ist dein Landsmann, glaube ich, ne? Tunesian, ne? Neni Babu, der kommt aus, ähm, aus Marokko. Aus Marokko, genau, das war es. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, ja. Und der hat auch viel Ahnung im Islam. Ja, natürlich, wenn man sich damit beschäftigt. Er hat nochmal den Vorteil, dass er Arabisch lesen und sprechen kann. Was meinst du, wenn Dr. Seher Abu Hamil Arabisch lesen und sprechen könnte? Was dann hier los wäre in Deutschland? Nee, bei dir das war's. Dann ist Feierabend, wie sagst du? Jetzt ist schon Feierabend. Aber wenn dann noch Arabisch sitzt und das lesen kann, dann... Das war's, Feierabend. Ich glaube, ich bin vernichtet. Für immer. Für immer. Ja, schade. Es gibt so viele gute Geschwister, die Arabisch lesen und sprechen können und auch Ahnung haben vom Islam, aber ihr Talent total so beiseite lassen. Die könnten auch Livestreams machen, Aufklärungsarbeit, aber manche, die, ja, manche wollen nicht. Das ist krank, ehrlich. Schade. Aber egal. Egal, wie übernehmen wir den zwei, wie war das so. Da steht, Mariam, bring ihm Arabisch bei. Ich versuch's, ja. Egal. Imamo Ex-Muslim. Hallo. Salam. Ahlan Habibi. Ahlan Habibi. Ahlan. Aber ihr habt gesprochen über den Hijab. Aber die Strafe für Augenbrauen zu pfen ist ja schlimmer als die Strafe für Hijab. Strafe für Augenbrauen zu pfen? Ja, der Prophet hat die Frau ihre Augenbrauen zu pfen in der Hölle gesehen. Und die hatten die schlimmsten Strafen für die ganzen Muslimas, die den Hijab tragen, ihre Augenbrauen zu pfen und schminken. Also das macht gar keinen Sinn. Lieber trage kein Hijab, weil es deine Augenbrauen nicht wohnt. Das ist richtig. Dann mach lieber ein McDonalds M, dann kannst du wenigstens bei McDonalds essen gehen, aber dann ohne Hijab. Dann bist du direkt dabei. Ja, das ist ja wirklich eine Doppelmoral, wie du gesagt hast. Sie holen sich das, was denen gefällt und das, was denen nicht passt, machen die einfach nicht. Ja, genial. Aber gerade auch das beste Beispiel war diese Khadija, die gerade hier drin waren, die überhaupt gar nichts mehr mit dem Islam ist. Was war das überhaupt für den Islam? Ist das jetzt eine neue Sekte, die sie gegründet hat oder was ist das? Was hat das denn noch mit dem Islam tut? Irgendwie kommen jetzt bei mir, die sagen mir, ey, das ist nicht der Islam, den wir kennen, das ist unser Islam. Ich sage, ey Leute, guck mal, geh zum Azhar, geh zu den Sunniten, überzeugt sie im treuen Islam. Wenn die es annehmen, dann können wir gerne mit uns diskutieren. So viel diskutieren nur mit Sunniten. Weil das kann jetzt nicht sein, dass jeder seinen eigenen Islam hat. Wer irgendwas leugnet von der Religion, was bekannt ist, ist ein Kefir. Siehst du, sehr gut. Habt ihr es gehört? Das heißt, wenn du die Sunna von Mohammed leugnest, die Tafsid, die Gelehrten, dann bist du ein Kefir. Was muss man mit Kefir machen? Wir haben drei Tage. Entweder die Beräunen, die sagen, wir haben uns vertan. Wir bereuen, wir machen Tauber. Tauber, man rennt. Tauber. Oh, na bitte töte mich nicht, bitte Tauber, Tauber. Aber nur wenn du Mohammed dich beleidigst, wenn du Mohammed beleidigst, dann gar kein Tauber. Ja, genau, dann musst du sterben, auch wenn du bereust. Und Allah, du kannst beleiden, kein Problem, da kannst du Tauber machen. Also hier ist Mohammed viel wichtiger als Allah in der Islam. Also wenn Allah beleidigt, bist du nicht hinterrichtet. Und wenn du Mohammed beleidigst, bist du direkt hinterrichtet. Ja, die Aussage befindet sich im Buch von Ibn Taymiyyah, das gezückte Schwert. Wer es mag, den Propheten zu beleidigen, der muss sterben. Selbst wenn er bereut. Wenn er Allah beleidigt, hat er drei Tage lang Zeit zu bereuen. Sollte er nicht bereuen, muss er sterben. Aber wenn du Mohammed beleidigst, musst du sterben, auch wenn du bereust. Richtig. Und auch wenn er nicht betet, drei Tage muss er gerichtet werden, für alle Muslime, die nicht beten und sich scharieren wollen. Vorgestern war ein Typ bei mir, Bruder, der war bei IS, ne? Und er sagt, die waren ihm nicht radikal genug. Die haben nicht schnell genug Takiür gemacht. Die müssen erstmal den Beweis haben. Die haben nicht genug Nackentherapie verpasst. Das war nicht so radikal genug. Er sagt, nee, nee, das sind Muschikin, die haben nicht Takiür gemacht. Ja, das war ein Fake-Bahn. Glaub mir, wenn jemand sagt, das sind Muschikin und so weiter, das hat es gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich frage mich, was der IS an Wahn bin, nicht getan hat. Weißt du, was ich meine? Hast du die ganze Morde gesehen, was sie drauf haben, was sie gemacht haben? Die haben sich nicht getraut, das zu tun, was Mohammed gemacht hat. Die haben sich nicht getraut, sogar IS hat sich nicht getraut, alles so richtig wortwörtlich zu machen. Die haben es nicht gemacht. Also das war nur ein bisschen. Selbst sie hatten eine Grenze, ne? Ja. Ja, weil Mohammed war brutaler. Ja. Ja, klar. Ich meine, wir wissen alle, was er mit den Menschen gemacht hat, ne? Von Belo Correda. Das war eine Katastrophe, ne? Was er mit den Kindern gemacht hat. Was er mit den Frauen, wir kennen die Geschichte von der Frau, die meinte, die hat geweiht und die sagt, bitte Prophet, die Haare hat er gerade gestern bekommen. Bitte. Du hast meinen Mann getötet. Mein Sohn, mein Bruder, meine ganze Familie. Ich habe nur noch dieses kleine Kind. Er sagt, nein, ich dachte, es ist wie eine Ziege. Ja. Ja, das kenne ich, ja, ja. Und Babu, um Kirfa, um Kirfa, um Kirfa durch zwei mit den Kamele geschnitten. Guck mal, die warme Herzigkeit von Mama. Und die arme Dings, Asma Avento Marawain, sie hatte ihre Kinder, acht Kinder um sich herum. Ja, das habe ich ja gestern vorgelesen, vorgestern habe ich das vorgelesen. Sie war am Stille. Und dann hat der Sahabi sie weggenommen und hat sie da einfach die Nacken therapiert. Oder kennt ihr hier wahrscheinlich die Geschichte von den Blinden, der seine Sklaven umgebracht hat und auf die Straße geschmissen hat? Weißt du, was ich jetzt gleich mache? Weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich komme, ich fahre jetzt gleich nach Hause. Dann mache ich jetzt einen neuen Stream an und dann reden wir über die Kritiker, die Mohammed nach und nach ermordet hat. Über jeden einzelnen Kritiker spricht. Und dann sehen wir mal, wie wundervoll der Prophet war, nur wenn man etwas gegen ihn gesagt hat, wie ihn kritisiert hat für sein Verhalten, was er getan hat damals. Richtig, richtig, Bruder. Ja, das hat er auf jeden Fall. Jeden, jeden, jeden hat er allerdings hingerichtet. Sogar, und ja, hier der Typ, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Blinden. Kennt ihr sie, der seine Sklaven getötet hat? Ja, natürlich habe ich auch gestern vorgelesen. In Sunan Abidawud. Dass der ein Dolch genommen hat, der hat ein Dolch genommen, an ihren Bauch angesetzt, reingestampft und dann kam ein Kind zwischen ihren Beinen hervor. Wahnsinn. Richtig. Und dann sagte Mohammed, der Muhadadad, ich halte einer der Muhadadad sein, Zeugen, dass ihr Blut mir egal ist. Er hat nicht mal gefragt, ob Zeugen da sind. Er hat nicht mal gefragt, ob Zeugen das mitbekommen haben, dass sie beleidigt haben oder so. Deswegen habe ich zu den ganzen, deswegen habe ich zu den ganzen Euro-Muslimen gesagt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Eines Tages, wenn zum Beispiel die Scharia herrscht und ihr euer Mann auf die Nerven geht und der Mann auf einmal durchdreht und euch auf einmal nackentherapiert, um den Tod selber zu entkommen, weil ihr es ist ja Auge und Auge, Zahn und Zahn, kann er einfach nur sagen, ihr habt den Propheten beleidigt, dann ist er sogar ein Held und kommt sogar frei. Richtig. Weil es gibt auch keine Zeugen in der Geschichte. Das ist ja das Problem, was wir haben. Gibt es nicht. Außerdem, dass die ganzen Gesetze mit Zeugen in den Islam passen nicht, weil man kann sich ja auch falsche Zeugen besorgen. Meine, das ist echt bescheuert, was sie da drin haben, in den Büchern. Und dann kommt einer und sagt mir, nein, Mohammed wurde gespuckt von den Juden. Was? Wer soll diese Juden? Ein Jude hat jeden Tag Müll an sein Haus gelegt und der war traurig, dass auf einmal kein Müll mehr an sein Haus war. Boah. 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 Den Hadid gibt es gar nicht, Bruder, das gibt es nicht. Wisst ihr, dass dieser Film Risale, dieser Film Risale, der ist komplett mit der Riwayat Daifa und komplett mit Hadid Daifa. Alles, was in den Film Risale ist, ist nicht wahr. Das ist verrückt. Wirklich. Und die haben trotzdem den Film gemacht. Aber Mohammed sagt auch, wer über mich das erzählt, er sagt, Mohammed sagt, wer über mich Sachen erzählt, die ich nicht erzählt habe, hat er schon seinen Platz in der Hölle vorbereitet. Und in Tafsir, was lesen wir? Außer für Taqiyah. In dem Tafsir von Ibn Qadhi, für diesen Hadid, wenn wir über den Propheten reden, außer für Taqiyah. Also das ist hier wieder eine Erlaubnis für Taqiyah. Sehr gut. Ja. Okay, Freunde, ich danke euch. Das ist echt schön, was ihr macht. Herr Armin, ich komme später, wenn du wieder in den Live gehst. Ja, ich komme gleich wieder live. Also ich beende den Stream, der ist ja jetzt sowieso, sag mal schnell, meine Sichtbarkeit wurde eingeschränkt. Das sehe ich gerade hier. Sie haben geschrieben, deine Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Deswegen muss ich jetzt rausgehen. Und eventuell dann gleich, ja? Machen wir das so? Ja. Ja. Pass auf dich auf, ja. Tschüssi. Also ich will jetzt hier natürlich, ne? Ich will hier ein bisschen auf meine Wortwahl achten, weil wir sind immer noch auf TikTok. Ja, ne? Wurde deine Utsch einmal so, du weißt doch, was ist mein Bruderherz. Ja, ne? Das ist doch das einzige Problem, was ihr habt. Das kann doch nicht wahr sein. Blödsinn, ey. Der fragt mich, ob ich beschnitten bin. Ja, natürlich, meine Hande beschneiden lassen, ja. So wie alle Muslime, ey. Was interessiert das, ob ich beschnitten bin oder nicht, ey? Hast du es so nett gemacht? Hast du es so nett gemacht? Danke, danke. Gott segne dich auch alles. Hast du schnipp, schnapp, schnippe dich schnapp gemacht? Das ist das Einzige, was dich interessiert. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Ich wollte nicht mehr mit dem weiterreden. Wenn jemand so schön anfängt, das ist für mich dann noch lächerlich. So. Ich wollte eigentlich euch zeigen, was der Mohammed mit seinen Kritikern gemacht hat. Wo ich gerade eben gesagt habe, ich komme jetzt live und dann zeige ich euch das mal. Guckt euch das bitte an. Der hat einfach, warte mal, wie viele? Guckt euch die Liste bitte an, das ist so krank. 44 Leute in seiner Karriere durch irgendwelche Kritik umlegen lassen. Nur weil sie ihn kritisiert haben, also nicht mal irgendwas getan. 44 Leute. Und zwar auf der grausamsten Art und Weise. Guckt mal hier, die erste in unserer Reihe ist Asma bin Marwan. Das habe ich euch ja gezeigt. Das Datum sogar und alles ist hier vorhanden. Januar 624. Das müsst ihr euch mal geben. Danke. Und der Grund für die Ermordung war, weil, also hier steht, tötete Asma bin Marwan, weil er sich Mohammed mit Gedichten, weil sie sich Mohammed mit Gedichten widersetzte und andere dazu provozierte, provoziert hat, ihn anzugreifen. Wahnsinn, ne? Nur wenn man Mohammed in einem Gedicht schmäht oder irgendwas gegen ihn sagt, sofort hier. Wo finden wir das? In Ibn Sa'd Kitab al-Tabarat al-Kubra. Band 2. Abu Afag. Das war ein jüdischer Dichter, weil er sich Mohammed durch Poesie widersetzt hat und laut Ibn Sa'd das Volk gegen Mohammed aufgehetzt hat. Also wir wissen ja, dass das, was die da erzählen, die Muslime da, das ein Volk, das andere aufgehetzt hat, das ist alles Blödsinn. Das müsst ihr euch mal geben. Wie ich euch gesagt habe, der Feind der Juden ist ja der Jibril. Und wenn dieser Jibril ihnen etwas eingeflüstert hat, dann war das vom Teufel. Und so ist das. Und deswegen, aus Vermutung heraus, hat er die Leute immer angegriffen. Al-Nadir ibn al-Harith ist der Dritte. Nach der Schlacht von Badr, März 624. Wie detailliert ihr auch das hier in Monaten auch gefasst habt. Wahnsinn. Laut Mubarak Puri wurde Al-Nadir Während der Schlacht von Badr gefangen genommen, es wurde ein Koranvers über Nadir ibn Harith enthüllt, weil er den Koran als Geschichten der Alten verspottete. Also dieser Al-Nadir ibn Harith hat so erkannt, dass der Koran und das, was der Mohammed da von sich gibt, einfach nur ein Quatsch ist. Alles so Legenden und Fabeln. Und er hat ihn entlarvt, er hat so Gedichte geschrieben, er hat gesagt, der Mohammed ist so jemand, der klaut einfach so Sachen und schreibt sich das Gott zu. Und denkt so, der hat göttliche Offenbarungen. Er war einer von zwei Gefangenen, die hingerichtet wurden und von ihren Clans nicht freigekauft werden durften, weil er Mohammed verspottet und schikaniert und Gedichte und Geschichten geschrieben hatte, in denen er ihn kritisierte. Laut Waqidi folterte er auch Gefährten Mohammeds. Und das Ganze ist in Koran, Suche 83, Vers 13. Und das Ganze befindet sich auch in der Biografie von Mohammed, von Ibn Nisham und Ibn Bishak. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch was anderes finde, um eine detaillierte Ansicht nochmal zu bekommen. Und das Ganze befindet sich auch in der Biografie von Mohammed, und das Ganze befindet sich auch in der Biografie von Mohammed, und das Ganze befindet sich auch in der Biografie von Mohammed, Guck mal ganz kurz. Absolut krank, ey. Absolut krank, was sich in der Biografie von ihm befindet. wie er seine Kritiker ausschaltete ein nach dem anderen die nur etwas gegen ihn sagten das ist so grausam der Tod von Ibn Sunayna die Ermordung von Umayya bin Khalaf Abisafwan die Ermordung von Uqba bin Abim Uyad die Ermordung von Yusayr bin Rizam die Folterung und Ermordung der acht Männer von Uqil das Gemetzel der zehn Mekaner Ermordung von Habbar ibn al-Aswad Ermordung von Abdullah ibn Abisar Abdullah ibn Saad ibn Abisar Mord an Zahra und Ikrama Abu Djal der Mord das ist so kein Dankgewirr das ist so heftig Vielen Dank Bismillahirrahmanirrahim el-Sheytanirrahim Allahu Ekber Jesus Akbar Allahu Ekber Jesus Akbar Jesus Akbar Allahu Ekber Jesus Akbar Jesus Akbar Allah 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 Jesus Allah Paulus sein Gesandter und Diener Allahu Ekber Ich bezeuge es gibt kein Gott außer Vater so ein Heiliger Geist Ich bezeuge dass Paulus sein Diener und sein Gesandter ist Allahu Ekber Allah Jesus Allah Allah Was erzählst du da Mann Du weißt die Wahrheit tief in deinem Herzen kennst du die Wahrheit Ja ja ich weiß die Wahrheit genau mit Palmen PNIS da weiß ich genau die Wahrheit ja da hast du recht da weiß ich sehr die Wahrheit was ist denn die Wahrheit mein lieber du kennst die Wahrheit mein Freund ja du hast recht ich kenne die Wahrheit das ist Jesus Christus da hast du sehr schön gesagt Allahu Ekber würdest du deiner Tochter oder deiner Schwester beibringen dass sie sich einen abgeschnittenen Tier PNIS einführen darf erzähl keine Lügen Allahu Ekber soll ich dir das vorlesen erzähl keine Lügen ja doch guck mal hier das steht in deinem authentischen Überlieferungen Sahih Muslim Buch der Menstruation Hadith 525 Kommentar von Imam an Nawawi er sagt zum Beispiel folgendes zu dem Hadith was ist deine Quelle Sahih Muslim ist meine Quelle Zeig mal Quelle Katalog zeig doch mal ja ich lese es dir vor du kannst da zu deinem Imam laufen und den dann fragen ich habe schon einige Imame gefragt sie haben mir das bestätigt deswegen bringe ich das hier Allahu Ekber Jesus Akbar guck mal hier imam an Nawawi sagt zu dem Hadith warum schreitst du so wenn ich Allahu Ekber sage ja weil ich immer meinen Herrn Jesus Christus nachdenken muss weil er so herrlich ist nicht dein Allah Allah ist nur ein flingendes Bein hör mal unsere Gefährten haben gesagt dass wenn der Peniskopf in den ANUS einer Frau oder in den ANUS eines Mannes oder in der Vulva oder in den ANUS eines Tieres eingedrungen ist es ist notwendig sich zu waschen ob der penetrierte lebendig oder tot jung oder alt ist ob es absichtlich oder geistesabwesen geschah ob es absichtlich oder gewaltsam geschah dies geht auch wenn die Frau das männliche Glied in sich hineinschlägt während der Mann schläft unabhängig davon ob der Penis erregt ist oder nicht ob der Penis beschnitten oder unbeschnitten ist alle diese Situationen erfordern dass sich die Person die die Tat begeht und die Person an der die Tat begangen wird waschen müssen es sei denn die Person die die Tat begeht oder die Person die an die Tat begangen wird ist ein junger Mann oder eine junge Frau in diesem Fall kann nicht gesagt werden dass die Person sich waschen muss denn sie hat nicht Verantwortung sondern es wird gesagt dass diese Person sich in einem Zustand der Unreinheit befindet wenn diese Person den sexuellen Akt unterscheiden kann dann kann ihr Vormund ihr Befehlen sich zu waschen so wie er befehlt die Waschung für Gebete durchzuführen denn wenn er betet ohne sich zu waschen ist sein Gebet nicht richtig verrichtet worden wenn er sich nach der Pubertät nicht wächt muss er gezwungen werden sich zu waschen wenn er sich als Jugendlicher gewaschen hat und dann in die Pubertät kommt dann muss er das Waschen nicht wiederholen pass mal auf und hier heißt es weiter im Kommentar wenn eine Frau den PINIS eines Tieres in ihre Vulva einführt muss sie sich waschen und wenn sie einen abgetrennten PINIS wörtlich ein abgetrenntes männliches Glied einführt gibt es zwei Meinungen das Richtige ist dass sie sich waschen muss hast du eine Religion gehört die schon mal über sowas redet warum bist du so respektvoll ich bin respektvoll ja deine Quellen sind respektlos genau nimm mir eine Quelle die so ähnlich ist im Koran im Koran ja in Zuge 55 sie sagt dass ihr weibliche Wesen bekommt die zuvor niemals jemand auseinander genommen hat also so zerfetzt das sagst du gerade nur aus dem Kopf sowas habe ich noch nie gelesen du hast auch noch niemals den Koran gelesen das Problem ich lese dir das vor mein lieber damit du schön aufgeklärt bist mein bester weil ich möchte ja nicht dass du unaufgeklärt hier bist verstehst du weil ich dich ja liebe möchte ich ja auch dass du aufgeklärt bist damit du eine Möglichkeit hast deine geistliche Freiheit wieder zurückzubekommen damit du nachdenkst nachforscht was das überhaupt für eine Religion ist in der du da hineingeboren wurdest und einfach sagst Handel ich bin Moster das war gestern heute heißt es sich hinsetzen und dem ganzen nachgehen Handel Jesus denn der Herr ruft uns dazu auf die Finsternis aufzudecken und keine Gemeinschaft mit ihnen zu haben guck mal hier erzähl ich seh sag dir so guck mal hier erzähl aus dein Märchenbuch ja du hast recht das sind deine Märchenbüche da hast du vollkommen recht Märchenbuch sehr gut gesagt islamische guck wie der seine eigene Religion kaputt macht ich gehe kaputt lass mich dir ganz kurz mal was zeigen das ist sehr sehr heftig Allahu Akbar guck mal hier Abu Huraira berichtete Allah sei wohlgefällig mit ihm also Märchenstunde deine Bücher es wurde gefragt Gesandter Allahs erreichen wir unsere Frauen im Paradies er antwortete ein Mensch wird an einem einzigen Tag hundert Jungfrauen erreichen also Entjungfern du bist damit beschäftigt du bist damit beschäftigt die ganze Zeit nur Jungferneutchen zu zerbauen das ist auch gelogen das ist auch gelogen alles was unangenehm ist ist natürlich gelogen über solche Sachen werden wir gar nicht leben oder denken wenn es so weit ist dann musst du es verstehen aber erzähl uns weiter mach ruhig weiter ich bin gerade krank ich kann nicht so gut sprechen alles gut kein Problem das ist nicht ganz gut du musst nicht so tun als wäre es ein Todeskrank für dich selbst wir haben schon die Wahrheit gefunden und die Wahrheit hat uns freigemacht Gottes Segen mein Lieber ich hoffe natürlich dass du hier bleibst und ein bisschen lernst auf einmal ist er krank ja genau guck dir das mal bitte an das ist so krank Hatib ibn Abi Baltar sagte Allah sei wohlgefällig mit ihm ich hörte den Gesandten Allah sagen Segen und Frieden auf ihm wer an das Paradies glaubt wird mit 72 Frauen 70 Frauen aus dem Jenseits und 2 Frauen aus dem Diesseits verheiratet werden Abu al-Sherr Abu al-Sherr in Al-Asama und Al-Bayhaqi in Al-Baz und Al-Nushur da reden sie darüber was haben wir hier noch ist das nicht wundervoll das ist wunderschön den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein ist er weg da nicht ok dann kommen wir jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema ich lese euch nochmal ganz kurz vor wie wer alles ermordet wurde und dann zeige ich euch die ganzen Quellen dazu das ist einfach nur geisteskrank und dann okay also erst mal ist erstens ist als man mit marwan dann kommt abu affak das ist natürlich die die klassische überlieferung was wir in sahib bukhari haben abu raffi ibn al huqaykh khalid ibn sufyan abu asa am amr bin abdallah al jummahi muawiyah bin al-mughira al-harith bin suwaid al-ansari amr bin amr ibn jihash konvertiert zum islam abu sofyan stamm der banu kureyser ach das ist ja auch krank das ist auch krank guckt euch das bitte an die eine frau und die frau unterhielt sich mit eicher und lachte als ihre männer von muhammad auf dem markt nackentherapiert wurden plötzlich rief sie jemand an und sagte dass sie nackentherapiert werden würden wegen etwas das sie getan hatte sie warf den mühlstein auf khalad bin suwaid und nackentherapierte ihn dann wurde sie abgeführt und nackentherapiert eicher pflegte zu sagen ich werde nie vergessen wie sehr ich mich über ihre gute laune ihre freude und ihr lautes lachen wunderte als sie die ganze zeit wusste dass sie nackentherapiert wird müsst ihr euch mal vorstellen dass diese frau gerade mit ansieht wie ihre gesamte familie gerade ausgelöscht wird das ist so krank und natürlich kriegt dreht sie dann durch und fängt dann an aus aus wahnsinn heraus dann zu lachen so kennt ihr das dieses die versteht die welt ja nicht meine traumale will genau abdullahi bin ubei ubei al josey ibn rizam der stamm der ukil acht männer aus dem ukil kinana arabi der gefoltert wurde rifa bin kais guck dir das mal an die ganze liste voller voll josey ibn rizam al aswad al ansi wer geht denn sowas mit denen um also wer geht denn sowas mit denen durch meinst du irgendein imam oder schiuch geht jetzt die ganzen tötungssachen mit denen durch die meisten muslime sagen muhammad war der barmherzigste mensch der welt ihr kennt das ja jedes mal wenn man sie darauf hinweist selbst abul bora sagte muhammad hat noch niemals jemanden getötet das ist unglaublich was der sagt jihad hallo amir grüß dich mein lieber wie geht's dir gott segne dich um deine familie danke danke ich auch mein lieber amir danke bist du bist du wieder voll voll am schießen ich will wieder hier mein kampf anbringen oh man amir ich sag dir was aber ist es nicht das hier muslime die ganze zeit so nein das das problem ist ja amir dass diese überlieferungen auch wenn du sagst ich muss daran glauben ich muss nicht das schwierig sind zu glauben nein ich muss sie auch nicht aber das meine ich ja nicht du musst ja nicht daran glauben aber es gibt ja muslimi die daran glauben und was passiert dann aus ihnen nein dass das ein gelehrter von saudi arabien ein hoher gelehrter sagte wie gesagt wenn die nicht übereinstimmen mit dem koran dann sind die wertlos genauso wie zum beispiel manchmal sagst du ja amir schienbein oder hand oder was möchte ich was es ist hier nichts gleich also nichts ähnelt ihnen auch wenn man sagt schienbein in einer das mission alles klar das ist mir doch klar das problem ist aber trotzdem dass allah sein schienbein zeigt und die muslime hin anhand seines schienbeins erkennen also muss das irgendeine physische form sein verstehst du ich sagte ja das ist ja wieder du sagst ja irgendwas aus der überlieferung der sage ich jetzt wenn du das nicht akzeptiert ist es ist die eine sache aber es gibt muslime die das akzeptieren und sagen ja gut wenn man das gesagt hat und dann lasse ich so beschrieben hat dann akzeptiere ich das also die katastrophe amir ich will in diese thema wirklich nicht rein mit dir ich wünsche mir dass ich dich irgendwie dass wir irgendwie mal was trinken gehen was essen gehen und der andere zweiter punkt ist mir in mein herzen ist wirklich in mein herzen amir vom herzen sage ich dir das ich weiß nicht ob es was bringt feuer mit feuer zu bekämpfen oder ich bekämpfeuer nein ich meine ob es was bringt zum beispiel jemand schlecht darzustellen oder irgendwas zu sagen siehst du du bist du gar nicht bewusst was du da sagst wenn ich also vorlese was mohammed in seinem leben getan hat und das alles für authentisch befunden wurde dann heißt es dass er wirklich ein sehr schlechter mann war aber das was du sagst das was du sagst oder was du liest von irgendwelche überlieferungen sei es von irgendeine zahl das stimmt aber nicht ja aber im koran steht geschrieben der prophet mohammed wurde mit barmherzigkeit auf die erde entsandt und dann übereinstimmt das nicht dann stimmt das doch was nicht deswegen ja da hast du schon mal einmal den koran gelesen willst mich veräppeln oder was ich habe den koran gelesen und da steht nichts schlechtes als allah befohlen hat die musikin hier zu nackentherapien war das okay oder das ist deine entscheidung und ich kann dich nicht zwingen wenn du was machst aber ich mag dich egal was ist wo ich mag dich das ist kommt vom herzen aber ich weiß wirklich nicht ob das was bringt am ehren dass man sagt ja das muss über den herren überlassen schau mal bruder wir sprechen über fast 22 milliarden muslime die daran glauben und wir beleidigen sie auf eine form jahr mehr wie beleidigen sie oder wir sprechen zum beispiel über allah würden wir ja nehmen wir müssen sogar über ein hausmeister sogar respektieren weißt du wir dürfen niemanden schlecht reden oder irgendwas aber die hat allah seitens suche 9 vers 23 wenn deine familienmitglieder nicht dem islam angehören dann darfst du gar nichts mit dem zu tun haben du musst dich verachten ja ja meine mutter hat christliche wurzeln meine frau ist hat christliche wurzeln amir und die muslime dürfen auch christliche und jüdische von al-kita heiraten irgendwas stimmt doch nicht amir ja okay aber dürfen die al-kita auch die musliminnen heiraten al-kita sind jetzt so wie ich das weiß zum beispiel die männer dürfen von al-kita die frauen heiraten ja und andersrum andersrum weiß ich jetzt nicht ich bin nicht was falsches sagen aber ich glaube es ist nicht gestattet habe ich doch gerade gesagt ich glaube es ist nicht gestattet ja siehst du also du siehst dass da ein großes problem herrscht verstehst du und das geht darum weil die muslime in sura 9 vers 28 sagen in amel muslikon an netjeson also die für wahr die kürzendiener sind unrein aber die kürzendiener sind nicht die christen und die juden was sind die denn ja was sind die denn in euren augen gesagt diese musikin weil sie drei götter haben es gibt al-kita folgt der schrift und dann gibt es zum beispiel kuffar dann gibt es die ungläubigen oder die alle sagt doch in sura 5 vers 72 und 73 für wahr diejenigen sagen jesus sei gott ja man muss man muss trotzdem unterscheiden amir habibi und das wird denn da noch unterscheiden wenn alle sagt dass sie die ungläubigen was soll ich denn da noch unterscheiden ja aber es steht auch drin wir sollten an und getag folgt der schrift die christen und sehr juden respektieren weil unter ihnen gibt es immer noch läubige die sich nur alle da probiert wurde alle aber wurde alles aber geht durch zur 9 vers 5 bayern aber aber wurde an mir ich will nicht wirklich in diese thema reingehen wir waren und ich weiß dass es die kunst der augation gibt oder nicht jahr vom herzen wollte ich die nur sagen amir ich weiß nicht ob das wirklich was bringt am besten würde ich dich nur gerne sehen ob wenn du von der bibel oder von jesus dem messia sprich dass sie ja mach ich doch zwischendurch aber wir haben jetzt gerade ein thema auch gemacht aber andere schlecht zu machen ich weiß nicht ob das gut rüberkommt amir dankeschön schlecht zu machen das kommt nicht gut rüber warum verletzt dann dein gott andersgläubige in sura 852 und sura 98 vers 6 versteht da da steht dass die ungläubigen schlimmer sind als das vieh und dreckig und alles mögliche soll ich das vorlesen ja aber du weißt ganz genau dass da das da das da geschehen ist sie waren weil der koran ist ja nicht nur an einen tag herab gesandt sondern ein circa 23 jahren amir die hat sie haben ist eine menge passiert und die alle sind alle nicht muslimen nicht ist das weiße doch die die ich glaube das ist 191 vers 191 tötet die ungläubigen diese ein bitte was erst diese mit tötet die ungläubigen ist so genau das tötet die moschekin wo immer sie befindet er heißt sie benagert sie und lauert und auch was aber aber kennst du die gesamte geschichte ja klar ich habe die interessiert von ewig kassier gelesen soll ich den auch vorlesen nein ich will dir mal das was ich weiß sagen wir nicht weil es du weißt was interessiert mich denn was du weil ich will den mal ja vielleicht willst du das mal meine meinung auch hören weil das islam ist jihad warum muss ich immer deine überlieferung und du willst nicht meine überlieferung gehören ja aber lass mich dir lass mich mal erklären aber ich bin der buch ist es darf ich weiß das geht aufschlagen man wir sind vor jesus dem messias und dem prophet muhammad wir sind stöpchen es geht darum es geht darum amir es geht darum amir in diese sache mit den ungläubigen das war eine zeit als als die in der zeit als der profit muhammad seine anhänger gesagt hat er soll sie sollen die ungläubigen die nicht an allah geglaubt haben also das waren keine christen oder juden sondern ungläubigen das waren so in form kürzendiener war uns da ist 29 juden und ja hör auf dich zu verarschen und dann sollten sie die nach hause bringen und sie sollen essen und trinken wie ihr auch ist und sie hat was sie gerade ein eigenes lau oder was und dann haben die ungläubigen zu töten sie haben angefangen die muslime zu töten ein nach den anderen und haben sie aus ihren häuser vertrieben dann sind die zu dem prophet muhammad gegangen und sagten was sollen wir machen dann sagte er ich weiß ich kann euch nichts sagen ich muss warten bis der erzengel gabriel kommt mit der botschaft woher hast du das wo aber das steht im koran bruder du musst doch den gesammelt wo steht so was im koran ja schau mal ja du redest einfach ohne beweise zu bringen wenn ich rede bringe ich beweise wo bringst du denn beweise oder diese beweise staatsamteitschaft glaubt du bist doch aber du bist doch aber kannst du uns 29 29 lesen ich bin kein aber ich bin iran sonst gehst du raus mein lieber bruder ich will in diese thema nicht rein ich wünsche mir dass ich dich irgendwann mal treffe wir gehen was essen was trinken wollen das meine ich vom herzen und dann reden wir ja aber mit mir nur steig essen ich will nicht in der bühne steig essen okay ich küsse deine Augen danke dir danke dir mein Bruder ciao ja das ist ein netter der jihad das ist ein sehr sehr netter man merkt eigentlich nichts mit seiner religion zu tun hat und versucht dass so gut es geht zu verteidigen aber gibt es nichts zu verteidigen das leben mohammed ist schon heftig das ist so heftig ich will nur schweine halal mit dem essen halal schwein mit jihad essen hallo hast du lust auf halal schwein hallo 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 schon wieder der jazide was willst du denn ich verstehe das nicht was willst du denn was ist denn los mit dir was stimmt da oben nicht ich höre ich höre die kinder vergiftest du unsere kinder wallah die kinder vergift dich du vergiftest die ganzen kinder komm mal deinen chat an wallah komm mal deinen chat an was du gemacht hast was interessiert dich den chat willst du nicht mit mir gerade an reden du sagst andere religionen sind alle schlecht aber ihr seid friedlich ja nicht ja tun wir ja sowieso gerade oder nicht eine frage ist so schweinefleisch nein okay sagt mir warum du kein schweinefleisch ist weil ich das von klein auf nicht gegessen aber was ist denn nein dürfen christliche schweinefleisch essen dürfen sie nicht doch dürfen sie nicht bei christentum ist schweinefleisch wie das beschreiben und gepflegt oder jetzt kommt der nächste atomphysiker der noch nie ein hadith gelesen hat der noch nie ein vers aus dem koran gelesen hat der ein jazide ist der überhaupt keine ahnung hat von leben von toten von blasen von gar nichts ich habe biochemie muskul studiert weißt du das ich warte ich zeige dir ganz kurz kamelurin universität guck mal da kannst du jetzt da hingehen und dann kamelurin dann aus aus nächster nähe dann betrachten ich habe studiert in moskau natürlich ich habe bei wladimir putin studiert das ist krank so komm ich lese euch das mal vor guck mal bitte wir müssen ein bisschen weitermachen äh al aswat al ansi ikrama ibn abujaal washi ibn harp kab ibn zuheir ibn abis sulama al harif bin al talatin ähm hat ihn durch poesie verspottet abdullah ibn sibara tötete abdullah ibn sibara weil er beleidigende gedichte über mohammed geschrieben hat katastrophe hubeira äh hubeira tötete hubeira kusang von sibara weil er mohammed durch poesie verspottet hat nur durch gedichte äh hind bin utba tötete hind bin utba die frau von abu sufjan weil sie das herz von mohammeds okk herausgeschnitten hat nachdem er während der schlacht von uhud gestorben war unglaublich könig könig oder prinz von dummatul jandal ähm greife den chef der dumma wegen jizia und beute an also er hat ihn angegriffen wegen jizia und beute komm lass mich mal jetzt die dings hier vorlesen einen moment und zwar Okay. So, was steht zum Beispiel denn hier? Die Ermordung von Abu Afaq. Abu Afaq war einer der, ähm, vom Ubaida-Clan. Er zeigte seine Unzufriedenheit, als der Apostel Al-Harith bin Suwai'd tötete Samit und sagte, Lange habe ich gelebt, aber nie habe ich eine Versammlung oder eine Ansammlung von Menschen gesehen, die ihrem Vorhaben und ihren Verbündeten treuer waren, wenn sie gerufen wurden. Als die Söhne von Reila, als sie sich versammelten, Männer, die Berge umstürzten und sich nie unterwarfen, ein Reiter, der zu ihnen kam und sie in zwei Teile spaltete, indem er sagte, erlaubt, verboten, von allen möglichen Dingen, Hättest du an Ruhm oder Königtum geglaubt, wärst du Tubba gefolgt. Der Apostel fragte, wer wird sich für mich mit diesem Schurken befassen, woraufhin Salim bin Umair, Bruder von bin Amr, geboren auf einer Weinenden, ging hinaus und Nacken therapierte ihn. Umama, geboren Musairia, sagte dazu, du hast Gottes Religion und den Menschen Ahmad Lügen gestraft. Mohammed, bei dem, der euer Vater war, böse ist der Sohn, den er gezeugt hat, ein Hanif, gab in der Nacht einen Stoß und sagte, nimm diesen Abu Afag trotz deines Alters, obwohl ich wusste, ob es ein Mensch oder ein Jinn war, der dich mitten in der Nacht erschlagen hat. Ich würde nichts sagen. Das befindet sich in Sirat Rasulallah von Ibn Ishaq, Seite 675. Die Ermordung von Abu Afag, das war so ein alter Mann, war das. Und in Ibn Ishaq, Kitab al-Tabarat, Band 2, Seite 32, dann ereignete sich der Überfall von Salim ibn Umair al-Amri auf Abu Afag, den Juden in Shawal, zu Beginn des 20. Monats von der Hijra, Einwanderung von Mekka nach Medina, für die, die es nicht wissen, des Gesandten Allahs. Abu Afag stammte aus Banu Amr ibn Af und war ein alter Mann, seht ihr, der das Alter von 120 Jahren erreicht hatte. Mohammed lässt einen 120 Jahre alten Menschen umbringen. Ist das kaputt? 120-jährigen Mann lässt er umbringen? Er war Jude und hetzte das Volk gegen den Gesandten auf und verfasste satirische Verse über Mohammed. Salim ibn Umair, einer der großen Weinenden, der an Badr teilgenommen hatte, sagte, ich schwöre, dass ich Abu Afag entweder nackentherapiere oder ihm nackentherapiere. Er wartete auf eine Gelegenheit, bis eine heiße Nacht hereinbrach und Abu Afag an einem offenen Ort schlief. Salim ibn Umair wusste es und so legte er das Schwert auf seine Leber und drückte es, bis es sein, ja, bis es sein, der Feind Allahs schrie und die Leute, die ihm folgten, eilten zu ihm, brachten ihn in sein Haus und begruben ihn. Unglaublich. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum salam. Du bist aber ein richtiger cooler Moslem. Nein, warum? Ich bin auf jeden Fall ein cooler ABK-Mitglied. Oh, du bist ABK-Mitglied. Warte, ich zeige dir mal. Wir sind doch nicht im Irrenhaus hier. Guck mal hier, Ermordung von Abu Rafi. Sahih Bukhari, Band 5, Buch 59, Hadith 370. Sahih Bukhari, Band 5, Buch 59, Hadith 370. Al-Bara bin Azib überlieferte Allahs Gesandter, er sandte eine Gruppe von Personen zu Abu Rafi. Abdullah bin Atik drang nachts in sein Haus ein, während er schlief und Nackentherapie getein. Okay. Die Ermordung von Kabe bin Aschaf, die kennt ihr, glaube ich, alle. Ich lese es nochmal vor, für diejenigen, die es nicht kennen. Der Gesandte von Jabir bin Abdullah sagte, wer würde Kabe bin Aschaf Nacken therapieren, weil er Allah und seinen Gesandten Schaden zugefügt hat, nur durch ein Gedicht. Mohammed bin Maslama stand auf und sagt, ich werde ihn Nacken therapieren. Wie im Affentheater. Ja, eines Tages werden sich alle Knie derer beugen, die im Himmel. Und nicht vor Allah. Amin. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke dich auch und deine Familie auch. Gott segne dich und deine Familie. Kannst du ein paar Sachen ansprechen? Ich muss gleich wieder raus. Erstmal die Sura 9, Vers 111, wo da dieser Vertrag mit Allah und so. Mit Allah. Kannst du das mal vorlesen gleich? Und was du auch mal vorlesen, so erklären sollst, ist der, den ersten Ex-Muslim. Diesen Gefährten von Mohammed, der Ex-Muslim. Der erste Ex-Muslim. Ja, stimmt das? Der den Islam verlassen hat, weil er gesehen hat, dass Mohammed kein Prophet ist, weil seine Worte aufgeschrieben wurden. Ja, der wurde ja orthodox, aber ich weiß nicht, welche, wo jetzt genau, aber kannst du die zwei Sachen ansprechen. Aber ganz wichtig, Sura 9, Vers 111, das ist ganz wichtig. Bitte sprich das an. Okay, ich muss leider jetzt raus. Alles Gute, Gott segne deine Familie, ciao. Danke, ciao. Albo ist wieder da. Albo. Amir. Wie geht's dir, Rieski? Danke, gut und dir? Danke. Hey, Amir, stimmt das, dass Paulus Nackentherapie gemacht hat mit Christen? Ja, das hat er gemacht, ja. Warum lachst du denn? Warum hat er das gemacht? Ja, weil er ein Pharisäer war und die Gemeinde verfolgt hat. Krass, Alter. Ja, er war ein Pharisäer und hat die Gemeinde Gottes verfolgt, bis der Herr Jesus Christus sich selbst ihm angenommen hat und ihn blind gemacht hat und ihn von Saulus zu Paulus machte. Hammer, ne? Also stimmt das, was Allah sagt. Was sagt denn Allah? Dass ihr im Herzen blind seid. Ne, ihr seid doch im Herzen blind. Na, wieso? Wir, wir haben ein offenes Herz für alles. Wir sehen die Katastrophe, was passiert. Guck mal, was dein Gott von dir verlangt. Risk debater, guck mal hier. Ihr sagt ja zum anderen Amen, ne? Guck mal hier, Rieski, guck mal hier. Oh, ich schiebe, guck mal. Zu 9, Vers 111, guck mal, was Allah sagt. Allah hat von den Gläubigen, also so ein Risk debater wie dich, ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen das Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so. Nacken therapieren sie und werden nacken therapiert. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in der Wahrheit, in der Tora und dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abwachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt. Das ist der großartige Erfolg. Willst du nicht auch den Vertrag mit Allah eingehen, nacken therapiert zu werden und nacken zu therapieren? Wie meinst du das zum Beispiel? Erklär das mal zum Beispiel. Also du verstehst nicht, was Allah hier von dir verlangt? Also ich weiß nur, dass Allah sagt, dass wenn wir Märtyrer werden, dann kommen wir im Paradies. Ach so, das ist dann das Märtyrertum. Also nicht, dass du wegen deinem Glauben stirbst, ohne jemanden umzubringen. Nein, Allah verlangt von dir, dass du Menschen tötest und getötet wirst. Das ist aber ein toller Märtyrer-Bund. Nein, nein, beides. Also, aber das eine ist schwierig. Ja, ich sage schon beides, beides. Aber das sagt mein Gott zum Beispiel nicht, weil mein Gott ja nicht der Teufel ist. Sag nicht dein Gott, ihr werdet auch richten oder so, zwölf Stämme oder so? Ja, das ist was anderes in der Ewigkeit. Aber ich meine, du musst dein Leben lassen, damit du sicher ins Paradies kommst. Und du musst auch noch andere Nacken therapieren. Was meinst du jetzt in der Ewigkeit? Verstehe ich nicht. Das ist ja kein Deutsch jetzt gerade. Geht du was? Das war jetzt kein Deutsch, was du gesagt hast in der Ewigkeit. Verstehe ich nicht. Ach, du verstehst mich in der Ewigkeit. Wenn wir zum Beispiel eben beim Herrn sind und dann über die Menschheit hier richten, samt dieser Menschheit hier. Also am Tag des jüngsten Gerichts, da wird ja irgendwann ja Jesus hier kommen, oder nicht? Richtig, ja. So, und Jesus sagt zu seinen Aposteln, ihr werdet über zwölf Stämme richten. Genau, über zwölf Stämme Israel, ja. Wie kann man jemanden richten, wenn er schon tot ist? Verstehe ich nicht. Bitte was? Wie kann man einen Toten richten? Nein, wenn er tot ist, seine Sachen, die er getan hat in seinem Leben, kaffst du gar nichts, oder was? Oh, die machen dann sozusagen Gottesaufgabe. Nein, Gott gibt ihnen mit. Mit Gott zusammen werden wir das Ganze dann machen. Wir werden Gott sehen, wie er richtet. Hast du das kapiert? Also so wie die griechische Mythologie, so mit Zeug und Herkunft. Nein, ganz genau wie dein Gott von Galen geklaut hat, so kannst du das sehen. Dein Gott hat von Galen geklaut, weil dein Gott braucht griechische Philosophen und Ärzte, damit er sagen kann, dass Frauen sperren ihn haben und dass das Sperma aus dem Rückgrat und den Lenden kommt. Hast du schon mal so ein Blödsinn gehört? Das hat eigentlich Paulus gesagt. Der nimmt immer... Nee, das hat dein Gott gesagt, der ein Schienbein ist und ein Hintern besitzt. Das ist die Beweise, dass Paulus das gesagt hat, dass er von Philosophen Argumente nimmt. Was machst du dann? Bitte was? Was machst du? Wenn der Apostel Paulus sagt, ihr sollt nicht lehren Philosophien folgen, was machst du dann? Dann hat er sich selber widersprochen. Nee, ganz und gar nicht. Er bringt uns Gottes Worte und ich lehre Philosophien. Dein Mohamed bringt uns... Hab ich dir doch schon mal erklärt. Wärst du denn bereit, deine geliebte Frau Mohamed zu geben? Meine geliebte Frau? Wieso? Ja, Mohamed will aber deine geliebte Frau haben. Nein, 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 nein. Ich bin nicht verheiratet. Doch, doch, doch. So, 33 Vers 50. Er möchte von Risk-Debater die Frau haben, womit du Kinder hast. Wenn ich mich scheide, würde ich sofort meine Frau... Du musst dich scheiden lassen. Du musst dich scheiden lassen, damit Mohamed sie nimmt. Nein, warum musst du mich scheiden lassen? Doch, soll ich dir das hier vorlesen? Ja, lies mal. Ja, okay. Ich muss mich scheiden, damit er das bekommt? Nein. Ja, natürlich. Das ist nämlich dein wundervolles Vorbild. Das ist das Vorbild. Doch, doch, doch. Mach dir keine Sorgen. Er will deine Frau haben. Wenn ich mich scheide, dann kann ich sofort die ihm geben. Nein, du musst dich scheiden lassen. Du musst. Das war, nein, 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 das kann nicht sein. Nein, 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 das kann nicht sein, siehst du. Nein, das kann nicht sein, du. Du musst dich scheiden lassen. Heute steht mir. Guck mal hier, was dein Prophet dir antut. Tafzil Al-Kurto-Bi zu Surah 33 Vers 50. Seite 423 in seinem Buch. Ach, in seinem Buch. Wie heißt das Buch von Al-Kurto-Bi, Mann? Ja, Mili Achkam Al-Kur'an. Genau, die Erklärung zum Koran. Seite 423. Die 20 Sonderprivilegien deines Propheten. Guck mal, ihr Muslime, schaut euch mal an, was Mohammed für ein Mensch war. Erstens, ihm wird die beste Beute zuteil. Zweitens, Sonderregelung. Ein ganzes Fünftel der gesamten Kriegsbeute geht an ihn alleine. Drittens, ihm ist es erlaubt, mehr zu fasten. Viertens, er hat die Erlaubnis von Allah, mehr als vier Ehefrauen gleichzeitig zu haben. Fünftens, er darf jede Frau pumpen, die ihm als Geschenk dargebracht wird. Sechstens, er darf jede Frau pumpen, ohne die Einbedingung eines männlichen Mitglieds ihrer Familie. Siebtens, er darf Frauen pumpen und muss dafür kein Geld zahlen. Achtens, er darf SEX während der Hatsch-Pilgerfahrt haben. Sowohl mit seinen Ehefrauen als auch mit jeder anderen Frau. Neuntens, ihm ist es erlaubt, jeden Ei zu brechen, den er seinen Ehefrauen gegenüber ablegte. Zehntens, sollten die Augen des Propheten auf die Frau von Risk-Debater fallen. So ist es die unbestreitbare Pflicht von Risk-Debater, sich von ihr scheiden zu lassen, damit Mohammed sie ihm ungestört pumpen kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Vater von Zeynep. Zeynep war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Was ist das für ein Prophet, der deine Frau sieht und du musst dich von ihr scheiden lassen, damit er sie pumpen kann? Ist das ein Vorbild? Aber das stimmt nicht, weil Zeynep hat sich... Ja, okay, ich danke dir. Möchtest du blöd sein oder willst du antworten? Ne, aber Zeynep hat doch Schluss gemacht. Nein, dadurch, dass er sie begehrt hat, hat er Schluss gemacht. Er hat gesehen, oh, Allahs Apostel, ich sehe, dass du meine Frau begehrst. Ich nehme du sie zur Frau. Das steht nicht begehrt. Aber der hat doch mit dir geflirtet, Mann. Nein, ey. Achso, der kennt seine eigenen Cousinen nicht. Dig, aber wen willst du verarschen, Alter? Willst du dich gerade veräppeln oder was? Mohammed kam in das Haus von seinem Adoptivsohn. Er war nicht da und dann sah der Zeynep, sie hatte ganz leichte Kleider an. Und dann hat er gesagt, gepriesen sei Allah, dass er mein Herz für dich ausplippen lässt. Würdest du zu deinen Kollegen gehen und wenn er nicht da ist, und deine Frau ist dort, seine Frau ist dort und du siehst sie und sagst, oh Allah, danke, dass du mein Herz für sie ausplippen lässt. Mach mal. Mach mal, Schippe. Zeig mal, wie cool du deinem Vorbild nachhabst. Amir ist doch nicht dein Ernst, dass er nicht wusste, wer seine Cousine ist. Ey, der Typ ist so Panne. Wer redet von Cousine? Das ist doch seine Cousine, ey. Bist du doof, oder was? Wer redet von Cousine, du schwer geschädigter Mann? Raffst du das nicht? Ey, warum beleidest du das? Das war seine Schwiegertochter. Warum beleidest du das? Hä? Nein, das ist deine Cousine gewesen. Ist das ein Panne Typ. Ich rede von und und Zeynep und du sagst du mir, das war seine Cousine gewesen. Bist du eigentlich überhaupt noch hier oben? Funktioniert da irgendwas? Meines Wissens war das seine Cousine, aber... Na, was sagt er denn? Was für eine Cousine denn? Was redest du da für ein Quatsch, Mann? Mohammed hat Zeynep und Zeynep heiratet. Warum hast du mich denn gerade beleidigt? Das ist nicht christlich. Ja, weil das mich aufregt, dass du einfach mich hier beschuldigst, als hätt ich irgendwas Falsches gesagt. Nein, du hörst mir einfach nicht zu. Deswegen hab ich gesagt, bist du Panne hier oben, oder was? Nein, du hast vorhin was anderes gesagt. Ja, schwer geschädigt. Bist du schwer geschädigt, oder was ist los mit dir? Ja, aber das ist eine ganz schlimme... Warum kannst du mir nicht zuhören, das meinst du? Warum kannst du mir... Bist du schwer geschädigt, dass du mir nicht zuhören kannst? Warum kann ich denn mehr christlicher, als du sein? Ich hab dich bis jetzt gar nicht beleidigt. Ach, du hast mich nicht beleidigt die ganze Zeit? Nein, wo hab ich dich beleidigt? Zu Anfang hast du nicht die ganze Zeit so komische Beleidigungen geäußert? Gib mir Beweise, dass ich dich gerade beleidigt habe. Okay. Okay, gut. Dann entschuldige ich mich, falls du dich beleidigt fühlst. So, gehen wir wieder zurück zum Thema. Würdest du deine Frau... Würdest du deine Frau Mohamed geben, wenn er sagt, gib mal deine Frau her? Wie gesagt, wenn ich mich trenne, ja. Keiner... Nein, wenn seine Augen auf deine Frau fallen. Du musst dich scheiden lassen. Naja, der wird keine Augen auf meine Frau haben. Das weiß er ja gar nicht. Was? Das weiß ich nicht. Was hast du gesagt? Dann müsste... Dann müsste man unendlich Frauen gehabt haben. Steht irgendwo... Oh Gott, wer würde denn sowas denn machen, Mann? Was denn? Wenn ich mich trenne... Okay, siehst du, ich merke schon. Du bist mit was ganz anderem beschäftigt. Du bist da irgendwas am... Reicht, reicht, reicht. Komm, bitte. Ich kann das nicht mehr ertragen, wirklich. Sonst... Da ist ja irgendwelche Knöpfe am Drücken und ist wohl abgelenkt und dann labert der irgendwas. Und was soll das? Ja, hallo? Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Bruder, zu deinen Dings. Ich glaube, du hast über Sura Ashab gesprochen, oder? Vers 35 bis 40 ist das, oder? Wo unser Prophet, unsere Mutter Seine heiratet. Sura 33, Vers 50. Sura, ja, aber... Nein, nein, nein. Das ist Sura Ashab. Ja, Sura Ashab, ich weiß. Aber ich rede gerade über die Sura 33, Vers 50. Sura ala Ashab. Ah, ja, 50. Du hast dich... Du bist auf Pause, hallo. Ja, bin da. Bin da, bin da. Redest du nicht über den Vers, äh, Sura Ashab, wo unser Prophet, unsere Mutter Seineb, geheiratet hat. Habt ihr gerade nicht darüber diskutiert. Ja, kannst du uns mal erklären, warum er sie geheiratet hat? Weil das von Allah befohlen wurde. Wenn du den kompletten Konzept... Also, Allah ist also der Teufel, der Muhammad befiehlt, eine verheiratetete Frau zu nehmen. Ich erzähle jetzt die komplette Geschichte. Okay, du bist der Prophet des Islam, du bist natürlich ein Mufassi, du erklärst jetzt die gesamte Geschichte. Nein, 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 schau, Bruder, du bist ja... Denkst du dich kein bisschen mehr schämt, ihr Muslime, euch nicht mehr? Darf ich, schau, würdest du mich antworten lassen, oder hast du mich hier nur drinnen, damit du... Ich möchte, dass du ein Tafsir aufsteckst. Du bist nicht der Prophet des Islams, dass du irgendwas erklärst, oder? Ich bin kein Prophet des Islams, ich bin einer, der im Kuran gelesen... Was musst du machen? Was musst du machen? Ja, ich werde es ja auch mit den Worten von denen wiedergeben. Ich kann jetzt... Okay, dann zeig mal. Ich habe den Tafsir hier vor mir. Mal gucken, wie du das erklärst. Mal gucken. Der Sack! Hallo! Hallo! Was ist das denn, bitte? Das ist ja schon wieder, Google. Das ist doch ein Wokum. Das ist der Frager-Coach, Google. Ja, sieh, 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 jetzt googelt der nach und guckt nach den Tafsir. So krank ist das Ganze, ist unglaublich. Ja, tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen ausfallender wurde, ja. Vergib mir. Ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal dringt das auch durch mich hindurch. Ich will mir wiederher, mir verzeihen dafür. Hallo, hallo. Oder ich war kurz, ich habe einen Anruf bekommen. Oder du hast gegoogelt, ja? Nein, 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 ich habe einen Anruf bekommen von der Freundin. Und zwar die komplette Geschichte, ich erzähle das mal, okay? So wie ich es kenne. Und so wie es jeder Moslem kennt. Okay. So, Zainab, unsere Mutter, war von klein auf schon in unseren Propheten verliebt. Okay? Und Said war ein Sklave, der geschenkt wurde von unserer anderen Mutter, Hatice, an unseren Propheten. Er ist noch der einzige Sahaba, der im Koran vorkommt. Wegen diesen Versen. An dem Tag, Zainab war verliebt von klein auf. Sie wollten mit den Propheten heiraten, aber der Prophet hatte keine Gefühle für Zainab. Der hatte keine Gefühle für sie. Zaid, der Sohn, den unser Prophet als Sohn genommen hat, der war früher versklavt. Unsere Mutter Hatija hat ihm als Geschenk gegeben an unseren Propheten. Unser Prophet hat ihn freigesprochen. Er war kein Sklave mehr. Aber bei den Arabern, bei den zu derzeitigen Zeit, war es halt so. Hörst du mich, Wurde? Ja, rede weiter. Bei den Arabern war es zu der Zeit so, auch wenn du vom Sklaventum freigesprochen wurdest, hattest du trotzdem keine Rechte. Okay? Was hat das damit zu tun, dass Mohammed zu dem Adoptivsohn nach Hause geht? Der Typ ist nicht zu Hause und dann guckt er seine Frau an und ist scharf auf seine Frau. Was hat das damit zu tun, Mann? Warte, warte. Ich habe dich nicht gehört. Kannst du dich nochmal wiederholen? Tut mir sehr leid. Ich habe zu dir gesagt, was hat das damit zu tun, dass Mohammed eines Tages zu Saeed nach Hause geht und der Typ ist nicht zu Hause, sein Adoptivsohn ist nicht zu Hause, seine Frau ist dort leicht bekleidet, die Frau macht die Tür auf und dann Mohammed flippt in seinem Herz aus und flirtet mit einer verheirateten Frau. Würdest du mit einer verheirateten Frau von deinem Bruder rumflirten? Wo hast du das? Was ist die Quelle? Du hast doch den Tafsir gelesen. Bruder, ich gebe dir den Vers vor. Du hast gefragt, wieso Mohammed sie geheiratet hat. Ja, also, und du hast mir gesagt, ich gebe dir jetzt den echten Tafsir. Ja, wo ist denn der echte Tafsir, was du meinst? Die werden verheiratet, genau ein Jahr lang. Saeed und Senef waren ein Jahr lang verheiratet und die waren nicht glücklich, die ganze Zeit ist Seed zu unseren Propheten hingegangen, im Koran steht das sogar drinnen, dass er sich scheiden lassen will. Aber eine verheiratete Frau geht zu einem anderen Mann? Darf man sowas? Nein, 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 Seed, der Sohn, der Sohn ist die ganze Zeit zum Propheten hingegangen und hat gesagt... Du hast gerade die Senef damit gemeint, nicht den Typen. Nein, Seed, Seed ist die ganze Zeit zu unseren Propheten hingegangen, hat gesagt, ich will mich scheiden lassen. Unser Prophet hat gesagt, hab Angst vor Allah, lass ich mich scheiden, geh wieder zu deiner Frau. Er ist immer wieder hingekommen, weißt du, da steht das drinnen. Hast du doch vorhin so schön gut gerissen, liest doch den kompletten Konzept, liest doch dann komplett alles durch dann. Du hast gesagt, du hast Angst vor Allah, du lass ich mich scheiden, geh wieder zurück zu deiner Frau. Immer wieder, immer wieder kam er dann und dann konnte er nicht alles und er hat sich dann scheiden lassen. Aber die waren doch glücklich verheiratet. Erst als Mohammed mit ihr rumgeflirtet hat, hat Seed gemerkt, dass er sie begehrt in seinem Herzen und deswegen war er bedacht, sich von ihnen scheiden zu lassen. Das ist die wahre Geschichte. Und das sagt uns immer Al-Kurtubi. Kannst du mir die Quelle sagen? Von wo du das sagst? Guck hier, ich liess das aus deinem Tafsir. Guck mal, was deine Gelehrten sagen, die Mufasseli. Wer, 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 nenn mir Namen. Al-Kurtubi, Al-Kurtubi, guck mal, was Al-Kurtubi sagt. Tafsir Al-Kurtubi, Band 14, Seite 172. Muratit berichtet, dass der Prophet Zeynep die Tochter Jash mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Saids Haus und fand dort Zeynep vor. Sie war weiß mit einer atemberaubenden Figur, eine der vollkommensten Frauen unter den Korayisch. Er bekehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Als Zeynep erfuhr, dass der Prophet durch sie erregt war, teilte sie Said mit, der auf der Stelle verstand, was sie zu tun hatte. Said sprach zum Propheten, O Prophet Allah, erlaube es mir, mich von ihr scheiden zu lassen. Denn sie war arrogant, auf einmal ist sie arrogant zu sehen. Guck mal, wie behämmert. Guck dir das mal an. Bruder, von wo hast du das? Von wem hast du das? Ey, guck mal, ich werf dich gleich raus. Hörst, was habe ich zum Anfang gerade gesagt? Von was? Schau, ich sag dir, wie ein normaler Mensch, das, was du liest, ist komplett falsch. Das kann ich nicht machen. Jeder Mensch, der den Koran liest, weiß, dass Said, keine Ahnung, wie oft zu unseren Propheten hingekommen ist und gesagt hat, wir sind nicht glücklich, ich will mich schäden lassen. Und unser Prophet, wir beide halten die Klappe, du liest mal den Tafsir von Al-Kurtebi. Komm, ich mach das nicht, mach du das bitte. Jetzt geht er schon wieder raus. Was kannst du keinem erzählen? Komm, gar keinen Nerv für so was. Willst du das lesen oder willst du das raus? Weil wenn ich das lese, sagst du, ich lüge. Dann liest du uns das doch. Oder du liest über einen Mann den Tafsir? Was tut er da? Okay, ich merke schon, du willst, du willst über einen Mann und so, guck mal, was du da sagst, bitte, bitte, hör auf damit. Was sage ich? Lest den Tafsir von Al-Kurtebi. Von wem? Von Al-Kurtebi. Al-Kurtebi. Oh, Jesus Christus. Was ist hier los, ehrlich? Okay, passt, Bruder. Viel Spaß, geh. Jetzt auf einmal viel Spaß, ja, auch dir viel Spaß, danke. Ist das ein Typ? Er hat also gemerkt, dass das, was ich hier sage, die Wahrheit ist. Ein Prophet auf einmal ein ganz, ganz komischer Typ ist, ne? Ganz, ganz komischer Typ, weil kein Muslim zu einem anderen Muslim nach Hause geht, wenn der andere Muslim nicht zu Hause ist, geschweige denn, mit der Frau auch noch rumflirtet. Das muss ja mal geben. Ja, sie wissen, was der Mohammed getan hat, ne? Andere wollen das unter den Teppich kehren und ich zeige das den Leuten. Und dann merken, dann denkt man sich, ist das überhaupt ein Prophet? Weil er macht nichts, was Allah, also Allah sagt ja immer das, was er machen soll. Er macht niemals was aus sich selber, sondern immer das, was Allah ihm sagt. Ach, Bilal ist da. Danke, lieben Dankeschön, danke schön. Vielen lieben Dank. Amir, Friede Gottes heim mit dir, mein Bruder. Auch mit dir, mein Bruder. Wie geht's dir? Gut, gut. Amir, weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du, bevor du, bevor du, bevor du da lesen tust, lass die doch selber lesen aus dem Koran. Verstehst du? Das habe ich ja gerade gesagt. Ich halte am besten meinen Mund, weil du sagst die ganze Zeit, dass ich lüge. Also machst du das doch, dann liest du uns doch den Tabsir vor. Du bist doch nicht der Gelehrte des Islams. Ich bin doch auch kein Gelehrter. Ich lese nur das vor, was deine Gelehrten zu dem Thema hier sagen. Genau, genau. Und da hast du nicht gemerkt. Wurde gesagt, das lies mal. Da hat er gesagt, okay, danke schön, hat's schon ledig. Verstehst du? Weil es brenzlig wird, weil es selber brenzlig wird. Weil wenn er das selber liest mit seinen eigenen Augen hier, ist es so ein Guckuck. Ja, Ja gut, wir sollen darüber nicht lachen, aber es ist wirklich lachbar. Jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Schau mal, wenn du zum Beispiel dich auch mal aufregst oder mal was Falsches sagst, weißt du, das Schöne ist, wir haben einen Gott, der uns verzeiht. Wir haben es ja nicht aus dem Herzen gesagt. Wir sagen das halt, weil manchmal sind die Leute wirklich so, dass man das sagen muss. Ja, und wir dürfen eins nicht vergessen, ich hatte das damals auch mal gesagt. Das Schöne ist, der Herr, der war auch nicht immer lieb und nett in dem Sinne. Er war nicht nett zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten oder zu den Traubenverkäufern im Tempel oder zu den Leuten, die gewechselt haben das Geld und so. Der hatte auch seine Gürtel geholt und hat da rumgeschlagen, hat gesagt, was macht ihr hier und so. Ja, aber für uns, für uns ist das Allerwichtigste, dass wenn wir was falsch machen, du hast das eben sehr schön gesagt, du hast gesagt, Herr, vergib mir. Weißt du, das ist das Schöne, weil du hast das ja nicht in dem Sinne aus Hass oder was weiß ich, auch vom Herzen her gesagt. Nein, irgendwann mal ist ja auch gut, weißt du, weil wenn ich sehe, dass er mir die so, mir so Lüge zuschreibt oder dass ich hier irgendwas verdrehen würde oder was. Mit wem rede ich? Mit einem Erwachsenen, rede ich mit einem Kind so, hallo, geht's noch oder was? Ja, aber du siehst ja, die provozieren das ja extra und dann heißt es, ja siehst du, ich war doch viel netter als du. Das Christsein hat nicht nur mit nett zu tun, sondern es geht darum, um denen Menschen zu erklären, wie die Errettung kommt und wie man sie bekommt. Ob ich jetzt nett bin, natürlich bin ich im Fleisch, ich kann ja auch Falschsachen machen. Der Gerechte fällt siebenmal am Tag. Und das ist das. Und lass dich nicht von so Heuchlern und von so Falschgelehrten oder so ein bisschen von dem Koran gehört. Die meisten haben ihn sowieso nicht gelesen, das habe ich ja schon mal gesagt. Und wenn sie mit was kommen, lass sie mal selber reden. Lass sie mal selber lesen, damit sie dann aus ihrem eigenen Mund aussprechen, damit sie sich dafür nachher mal schämen. Weißt du, was da geschrieben wird? Das ist wichtig. Weil wenn du vorliest, die hören das, dann sagen die, du lügst. Und dann sagst du, okay, dann lest du mal vor. So, entweder liest der vor und schämt sich oder geht direkt raus, wie gerade eben. Hast du auch gesehen. Ja. Ja, weil wenn man das allen hier vorliest, was sein Prophet getan hat und das stimmt, was ich hier sage, dann haben wir aber die Dings am Dampfen. Verstehst du? Ja, natürlich. Aber im Endeffekt, uns interessiert der Koran gar nicht, wenn du so guckst. Ja, wir gucken auf die Bibel. Was sagt die Bibel für uns? So, wenn die mit Koranversen kommen, dann sollen sie selber darüber lesen und sollen selber darüber erklären. Das sind doch die schweren Schriftgelehrten vom Koran. Siehst du, die meisten haben gar keine Ahnung. Ja. Verstehst du, mein Bruder? Jesus Christus ist da ganz scharf, wenn es darum geht, verheiratete Frauen anzugucken. Ja, natürlich. Mohammed auch verurteilt, ne? Ja, alleine schon, wenn wir mit den Augen begehren, dass es Ehebruch ist da schon. Ja. So sieht's aus. Denn wenn du nur eine verheiratete Frau mit lüsterem Blick anguckst, dann hast du Ehebruch begangen. Genau. Ich lese euch das mal vor. Guck mal, was der Herr Jesus Christus zu Mohammed heute sagen würde. Guck mal hier. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit dir begangen. Guck mal hier. Tafsir al-Kurtubi, Band 14, Seite 172. Mugatil berichtete, dass der Prophet Zeynab die Tochter Jash mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Said's Haus und fand dort Zeynab vor. Sie war weiß, mit einer atemberaubenden Figur, einer der vollkommensten Frauen unter den Quraysh. Er begehrte sie, siehst du? Er begehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Also Mohammed hat einfach Ehebruch begangen. Das gibt's doch nicht. Und dann gepriesen sei Allah dafür, dass der mein Herz höher schlagen gelassen hat. Eine verheiratete Frau. Ich möchte, dass die Muslime mal darüber nachdenken. Euer Vorbild geht zu seinem Adoptivsohn. Seht, dass sein Adoptivsohn nicht zu Hause ist. Er klopft an der Tür, die Frau macht die Tür auf, ist leicht bekleidet und er flippt aus in seinem Herz und dankt Allah, dass diese Frau gerade vor ihm steht und ist damit am flirten. Er begehrt sie. Würdet ihr eure Freunde so was antun? Würdet ihr überhaupt irgendjemanden so was antun? Ja. Also, ich bete für so Leute, ganz ehrlich, ich bete für sie, dass denen die Augen geöffnet werden, dass sie von dem Weg wegkommen. Wirklich. Das gibt's doch gar nicht. Das Schlimmste ist, dass der Allah dem Mohammed das befohlen hat, sie zur Frau zu nehmen. Das heißt, Allah hat Mohammed dazu gebracht, die Frau in seinem Herzen zu begehren, sie auszuspannen und sie zu seiner Frau zu nehmen. Und alles ist die Schuld von Allah, weil Mohammed nichts aus sich selber macht, sondern das, was der Allah höre, also was Jibril eben sagt, von Allah, heftig, geh und mach Mohammed, ist kein Problem. Das gibt's doch gar nicht. Naja, ich bin froh, ich bin froh, dass ich den Weg des Herrn Jesus Christus gefunden habe. Ich weiß, dass der die wahre Liebe ist. Und also, wenn ein normaler Mensch dieses nicht versteht, weißt du, achso, eins wollte ich noch sagen, Amir, wenn einer zu dir sagt, wo steht das, ja, da kannst du davon 100% ausgehen, dass der den Koran gar nicht gelesen hat. Ja, ja, aber manche kennen sich nicht, aber die kennen ja nicht alle Versen, ist ja nicht schlimm, man kann ihnen das ja zeigen. Wir kennen ja auch nicht alles aus der Bibel. Ja, nein. Man muss alles nachschlagen, nachlesen, ist doch verständlich. Aber man geht dann alles durch, verstehst du? Ja, naja, gut. Okay, mein Bruder, ich will dich leider nicht aufhalten. Mach du weiter so, mein Bruder. Wir sind für dich am Beten. Du sollst wissen, so wie es im Wort auch steht, dass viele Leute, auch für dich am Beten sind, denn du bist ein Gesandter des Herrn, für das Wort zu bringen. Und es werden sich noch viele Muslime, viele Leute, die in der Dunkelheit sind, werden sich noch bekehren und ins Licht kommen, weil sie haben auch die Gnade verdient, in Jesu Namen. Amen. Okay, ich danke dir noch, dass du dich reingeholt hast, ne? Ja, gerne. Gott segne dich an deine Familie. Hier auch. Friede Gott sei mit dir, mein Bruder. Beide rein. Ja, Bilal, auch ex-Muslim, hat den Islam verlassen für Jesus Christus, weil er natürlich gesehen hat, dass Mohammed absolut nicht vertrauenswürdig ist, dass er eine Illusion gelebt hat und satanische Verse in den Mund gelegt bekam. Zusätzlich dann noch diese ganzen unfassbaren Dinge, die er getan hat. Guck mal, ich lese euch das mal vor aus dem Koran. Surah 33, Vers 37 und dann kann jeder für sich selber mal das auf sich einwirken lassen. Und als du zu demjenigen sagtest, dem Allah Gunst erwiesen hatte und dem auch du Gunst erwiesen hattest, behalte deine Gattin für dich und fürchte Allah und in deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird und die Menschen fürchtest. Siehst du, Mohammed hat diese Frau begehrt, aber er wollte nicht diese Frau haben, aber Allah hat gesagt, du hast doch diese Frau gewollt, los, nimm sie, ist doch kein Problem. Und in deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird. Und die Menschen fürchtetest, während Allah ein größeres Anrecht darauf hat, dass du ihn fürchtest, als dein Seid keinen Wunsch mehr an ihr hatte, gaben wir sie dir zur Gattin, damit für die Gläubigen kein Grund zu bedrängen ist, bestehen, hinsichtlich der Gattinnen ihrer angenommenen Söhne, weil es ein Riesenproblem war, die Araber kannten sowas gar nicht, dass man einfach von seinem Adoptivsohn die Frau nimmt, das war wie seine eigene Tochter sozusagen, versteht ihr, so waren die Araber. Und dann guckt ihr das mal an, der Mohammed hat dann Adoption verboten. Das heißt, keine muslimische Familie, die Kinder kriegt, kann kein Kind adoptieren, weil Mohammed das verboten hat, weil er diese Frau nehmen wollte. Ist das nicht bösartig? Etwas Schönes, wenn ein Kind keine Eltern hat und muslimische Eltern, also muslimische verheiratetes Paar keine Kinder bekommen, aber sich ein Kind wünschen. Ja. Und da hat der Mohammed den Weg verboten für Adoption, weil er diese Frau begehrt hat und sie ausgespannt hat. Guck hier. Und Allah, guck mal hier, der Söhne Gattinnen ihre angenommenen Söhne, wenn diese keinen Wunsch mehr an sie hatten und Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Das ist so krass. Vers 38, es besteht für den Propheten kein Grund zu bedrängen, ist in dem, was Allah für ihn begründet hat. So war Allahs Gesetzmäßigkeit mit einfachen Mitteln, die zuvor dahin gegangen sind. Und Allahs Anordnung ist ein fest gefasster Beschluss. Also Allah wollte, dass er diese Frau in seinem Herzen begehrt und sie Said wegnimmt. Das soll der beste Mensch sein, der je gelebt hat. Das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Jetzt versteht ihr, warum ich absolute Zweifel daran habe. Aber absolute Zweifel, das ist nicht der beste. Das ist ein Mensch, der einfach sein, ja, seine ganze... Ex-Muslim. Du machst das brutal. Oh, nicht. Ich feier dich hart. Ich feier dich hart. Weil ich war auch mal zwiegespalten. Ich bin Christ, aber ich war mal zwiegespalten und eigentlich war mir der, äh, 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 das muslimische, also ich bin sehr interessiert, ne, aber was du rüberbringst, das kommt an. Das muss ich hier mal gesagt haben. Das kommt auf jeden Fall, kommt das an. Und du hast, äh, Hörer, ich höre dir genau zu und das hat alles Hand und Fuß, auch wenn du das du erlässt, so wie du es rüberbringst, tut jeder zu verstanden, also du bringst das jeden, dass jeder versteht, ne, das ist die, das ist die, das Gute, was du bringst, ne, mit Witzen, natürlich witzig, es sollst du, aber natürlich, so ist es halt. Manchmal ist es witzig, ne, aber so wie du das rüberbringst, ist es einfach Hammer. Mach weiter so. Mach weiter so. Ohne Scheiß. Das ist sehr gut, was du da, was du auch, du, man merkt, du hast was im Kopf, das ist nicht einfach so gelabert, welche, und das ist jetzt nicht, Muslim, geh, Christ, ich will gar nicht so reden, um Gottes Wille. nur jeder soll mal hinterfragen, nur jeder soll sich mal hinterfragen und nicht blind, einfach in allen, in allen Hinsichten, in allen Hinsichten sich hinterfragen, wie, wie will ich leben, wie, oder wie, 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 das nicht, das ist alles reingeboren, weißt du, was ich meine? Ja, genau. ich bin jetzt Christ, ich bin da reingeboren, ne, ich bin da reingeboren, ich habe, ich habe auch auf der Tiefe, zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht ständig in die Kirche, das muss ich auch sagen, aber ich weiß, ich und der Herr, das ist ein, verstehe ich, ich bin, ich gehe jetzt nicht jedes Sonntag in die Kirche, aber ich weiß, der Herr ist bei mir. Was hat das denn damit zu tun, dass du ein Christ bist und jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen musst? Rettet dich die Kirche? das meine ich, das meine ich, ich will so, ich habe meine Verbindung mit dem Herrn, so, das ist, das hat nichts jetzt, dass ich unbedingt jedes Mal in die Kirche, gehen muss, ne, wenn ich das Bedürfnis zahlen, kann ich das gerne tun, aber da, äh, ähm, ich habe die Verbindung mit dem Herrn, das wollte ich, äh, erklären. Ja, 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 du musst von neuem geboren werden, bist du von neuem geboren, hast du deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut? Wie bitte? Hast du deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut, bist du von neuem geboren? Wie, wie meinst du das? Ja, hast du eines Tages, gab es mal eines Tages in deinem Leben, dass du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus gebeugt hast? Na klar, äh, natürlich, die komplette Schuld vor ihm bereut hast? Also, egal in welcher Lage, am Schluss bittest du eh jemanden zu dem Herrn. Herr, hilf mir das und das. Am Ende des Tages... Das habe ich nicht gemeint, das meinte ich gerade nicht. Ich habe gesagt, gab es einen Tag in deinem Leben, wo du deine Knie vor ihm gebeugt hast und gesagt hast, Jesus Christus, ich nehme dich heute als mein Herr und Heiland an. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Komm in meinem Herzen und reinige mich von aller Ungerechtigkeit und trage mich. das ist gut, also, ich weiß ja, ich denke schon, dass ich so bin. Du denkst schon. Ich habe natürlich, dass du dich mal sicher hast. Aber das will ich jetzt nicht so offen. Natürlich habe ich schon mit dem Herrn gesprochen. Das ist jetzt aber mit mir und das will ich jetzt, äh, jetzt nicht so offenlegen. Das ist ja das Problem. Das frage ich dich ja gerade. Das frage ich dich ja gerade. Ich habe mein, ich habe, ich, ja gut, ich denke schon. Was sage ich, ich denke schon. Sieh, das fangt schon an. Natürlich. Ich, ich habe meine, wie hast du gesagt? Sorry. Bitte mal. Wie hast du nochmal, was hast du nochmal gesagt? Mein Knie gebeugt? Deine Knie vor ihm gebeugt. Hast du deine Knie vor ihm gebeugt? Und bist ins Gebet gegangen und hast ihn als dein Herrn und Heiland persönlich angenommen. Also wirklich, nicht einfach, dass du irgendwas... Natürlich. Ich bin auch, nee, ich bin, aber guck mal, ich bin auch tiefen, ich bin Christ. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich habe auch mit dem, mit dem, mit dem, äh, was imponiert. Ganz ehrlich. Da hat mir auch, natürlich ist nicht alles so verkehrt. So, weißt du, ich will jetzt, jetzt bitte nicht, äh, so sagen, man darf nicht mit dem Dunkelheit, ist jetzt offen. Das ist jetzt ehrliche Meinung, was ich da rede. Weißt du, man muss die Leute auch aufklären. So, das ist, das ist vielleicht nicht auf die, aber allgemein. Du bist weg. Das wäre die gut, also die, dieser Weg wäre gut und der andere meint, dieser Weg wäre gut. Nur ich habe damit und ich habe auch mir viele Gedanken gemacht, so, weil mich das auch interessiert. So, Religion, das interessiert mich wirklich. Aber ich habe jetzt, ich habe eingesehen, also es ist so, also ich habe eingesehen, dass, äh, das Christentum, das wahre Richtige für mich ist. Für mich ist das Christentum. Ja, aber das ist das Problem. Du sagst einfach Christentum. Das Problem ist, wer ist die Wahrheit? Das ist das nicht Christentum, sondern es gibt eine Person, die einen Namen hat. Jesus Christus ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Ja, man sagt ja auch, äh, ja, man steckt aber auch, äh, das, äh, dieses, äh, ich will jetzt gar nicht den Polit, äh, politisch reden, aber die, äh, die aus, ähm, äh, die Juden und das Christentum, das ist auch nicht dasselbe. Das packt man manchmal in eine Schublade. Das, das ist aber nicht dasselbe. So, das ist ganz und gar nicht dasselbe. Weil man wird ja auch da ein bisschen, auch, äh, als Christ auch ein bisschen verfolgt, ne? Ja. in Israel und ich will jetzt nicht, es geht nicht um Israel oder so, aber trotzdem, man wird ja auch, ich habe auch, äh, mehrere darüber auch, äh, gelesen und, äh, mehrere mir Sachen angeschaut. Das hat gar nicht, so das Bild, also das Bild muss man auch zweiseitig, die Klinge hat zwei Seiten, sagen wir es mal so, ne? Okay, ich danke dir. Ja, okay, danke. Möchtest du noch was sagen, weil ich denke, du bist ein bisschen nervös und weißt gar nicht, was du jetzt so richtig, äh, sagen möchtest, ne? Ja, was heißt nervös, aber ich finde nur gut, deine Arbeit gut. Oh, ehrlich, und ich höre dir gerne zu. Das ist schon, das ist alles schon gut, so was du machst, ne? Natürlich bin ich auch nervös, weil ich bin eigentlich nie so auf TikTok. Ich bin nie so auf TikTok. Ich gucke, aber jetzt, das ist, ich bin jetzt doch, ach, seit paar Tagen bei dir und das schaue ich mir gerne an, ne? Schönen Abend noch und hau rein, ne? Ciao, ciao. Gott sei Dank. Dir auch. Oh, Mann. Und wieder im Gnädigsein. Herr, ihr Lieben, falls ihr noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habt, es gibt, am besten erkläre ich euch das so, die Wiedergeburt ist, es gibt einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, welchen Weg wir gehen müssen. das hat uns Gott in unser Herz gelegt und dieses, was Gott in unser Herz gelegt hat, wird immer stärker und stärker. Deswegen versucht der Mensch, geht er automatisch auf die Suche nach Gott. Jeder eines Tages, jeder Mensch irgendwie denkt oder versucht, in die Richtung zu Gott zu gehen. Selbst diese, in verschiedenen Stämmen, die auf einmal auch Gott rufen und Gott sich denen auch zeigt. Was ich damit sagen will, der Herr Jesus Christus sagt uns allen Menschen, dass wir von Neuem geboren werden müssen und diese Wiedergeburt findet in einem Gebet statt. Dass du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus bereust, also dass du deine Knie vor ihm beugst und deine gesamte Schuld vor ihm bereust in einem Gebet. Und das Ganze muss sich wie in so einem Film ablaufen. Es gibt einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo wir normal aus dem Schoße unserer Mutter geboren werden. Das ist die erste Geburt. Die erste Geburt ist das. Jeder kennt den Tag, an dem er geboren wurde. Jeder sollte auch den Zeitpunkt kennen, wann er von Neuem geboren wurde. Das ist das. Und wenn das heute dein Tag ist, dann lass ihn heute zu deiner Wiedergeburt sein. Dann mach ihn heute zu deiner Wiedergeburt. Warte nicht auf morgen, sondern geh gleich in dein Kämmerlein oder geh in dein Zimmer, beuge deine Knie geistlich gesehen vor dem Herrn Jesus Christus und bereue deine Schuld vor dem lebendigen Gott, dass du ohne ihn gelebt hast und dass du auf dem Weg zu ewigen Verdammnis warst ohne ihn. Und glaube an das, was der Herr für dich am Kreuz getan hat. Ich lese das noch mal vor. Johannes 3, Vers 3, ab Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist das. Der Herr Jesus Christus verlangt von euch allen, einmal in eurem Leben, dass ihr eine aufrichtige Buße hinlegt. Das ist das. Nicht, dass du irgendeiner Denomination folgst oder was. Das sind alles menschengemachte Konstrukte. Sowas kennt der Herr ja gar nicht. Der Herr kennt nur wiedergeborene, wahre Kinder Gottes oder Kinder des Zorns. Das war's. Entweder du bist von Neuem geboren oder du bist auf dem Weg zur ewigen Verdammnis. Mehr gibt's da nicht. Entweder du bist ein Kind Gottes oder ein Kind des Zorns. Denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnahmen. Bist du bereit, heute den Herrn Jesus Christus aufzunehmen? Ja? Wenn ja, dann Amen. Wundervoll. Dann greife diesen Moment, ergreife ihn und geh in dein Zimmer und beuge deine Knie vor ihm. Lass nicht zu, dass Religion, guck dir das an, das Vorbild von Muslimen, von 1,6 Milliarden Menschen, was er ausgelöst hat, was sich im Koran befindet. Ist das geistlich, ist das geistlich, irgendwas Geistliches? Er spannt von seinem Adoptivsohn die Frau aus, spannt von allen Muslimen die Frauen aus, wenn er möchte. Er darf mit so vielen Frauen Verkehr haben, wie er will. Ist das, was Gott einem Propheten so gibt? Oder sind das die fleischlichen Gelüste eines Mannes, der danach strebt, an Ruhm, Geld und Frauen ranzukommen? Gott sei Dank. Lerne von Jesus Christus. Lerne von dem wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Lernt. Deswegen Nacken therapieren sie auch. Ich lese mal Johannes 14 vor. Guck mal hier. Johannes 14 vor. Wenn der Herr Jesus Christus heute zu dir spricht, lass mich dir seine Worte vorlesen. Johannes 14, Abvers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin, im Himmelreich. Nicht bei 72 Jungfrauen. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, zu dir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und wenn, und von nun an erkennt, ihr habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich unter euch, du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Stellt euch mal vor, ein Prophet Gottes sagt, Gott ist in mir und ich bin in Gott. Kann Mohammed sowas sagen? Kann ein Prophet Gottes sowas sagen? Ich bin in Gott und Gott ist in mir? Unglaublich. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, alles, was wir in Jesu Namen bitten werden, das will er uns tun. Das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. So wird der Herr Jesus Christus das tun. Und so spricht der Herr Jesus Christus ab Vers 24, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater und lasst von hier fortgehen. So spricht der Herr. Steh auf und geh mit dem Herrn Jesus Christus den Weg. So geh mit dem Herrn Jesus Christus den Weg, der da ist, dein Retter, der geboren wurde und so die Könige ihn angebetet haben. Guck mal hier. Als sie niederfielen und das Kind anbeteten, weil sie erkannt haben, dass der Retter geboren wurde. Matthäus 2, Vers 11. Ab Vers 9. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, Sankt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkisten und brachten ihm Gaben, Gold, Beirauch und Mürre. Warum haben sie es getan? Warum haben sie es getan? Was für Hannah Ex-Muslim, oder ist das? Wo ist Hannah Ex-Muslim? Wo ist denn Hannah Ex-Muslim? Wo ist das? Armin, nimm Hannah. Ja, Hannah, möchtest du reinkommen, oder was? Steht nur Hannah. Das ist der heftigste. Genau, Hannah, stell mal eine Anfrage. Ach, du hast noch gar keine, du hast erst 20 Voller, du kannst nicht hier rein. sie hat erst 20 Follower-Leute, warum guckt die denn nicht auf ihr Profil? Ihr wisst doch, dass erst ab 200 oder 300 die Leute erst hier reinkommen können. Ja, aber du kannst hier nicht rein, meine Liebe. Nein, ab 1000 kannst du Livestream machen, ab 200 oder 300 kann sie hier reinkommen. Folgt Alana? Der Löwe Abouamid? Nein, der wahre Löwe ist der Jesus. Aber was ich sagen wollte, dass diese Sternendeuter gesehen haben, dass der Retter geboren wurde aus dem Alten Testament in Jesaja 43, 11. Jesaja 43, 11. Ich zeige euch. Jesaja 9, 5. Jesaja 7, 14. Aber auch Jesaja 43, 11. Als der Retter. Jesaja 43, 11. Dass Gott der Retter ist. Gott selber ist der Retter. Hier, ab Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und ich bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Und dann sehen wir auf einmal, dass die Leute, die das Kind gesehen haben, das geboren wurde, niederfielen und es anbeteten. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie wussten genau, mit wem sie es zu tun haben. Und die Frau, werden die Frau haben nicht gesehen. Guck mal, was die Jünger machen. Das müsst ihr euch mal geben. Guckt ihr das mal bitte an. Matthäus 28, Abvers 5. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegneten ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass ich nach Galiläa gehen soll. Dort werden sie mich sehen. Guck, ihr habt Gänsehaut am ganzen Körper. Wenn Jesus nicht Gott ist, warum lässt er sich von seinen Jüngern anbeten? Wir sehen in der Offenbarung, dass der Engel Gottes angebetet wurde. Er sofort gesagt hat, guck mal hier, dieser Albaner. Warte mal, du gehst ewig hier auf den Block. Guck in den Spiegel und sag nochmal dieses Wort. Mit Tati, du weißt schon. Mach's gut. Widerlinge. Übelst. Guck mal, die kennen nur dieses... Ich will es nicht aussprechen. Ja, wenn der Herr Jesus Christus nicht Gott wäre, müsste er sofort seine Jünger daran hindern, ihn anzubeten. So wie der Engel Gottes im Neuen Testament in Offenbarung. Bete nicht mich an, bete Gott an. Er hat auf mir anfangen zu schicken mit diesem Matchblödsinn. Und ich schicke ihn so anfangen für Match. Na weg. Dr. Scherer, aber man ist nicht hier. Es ist zu spielen. Hallo, Amos. Gott segne dich. Gott segne dich auch, mein Lieber. Amir, ich wollte dich fragen, ich habe jetzt... Also ich beschäftige mich seit 1990 mit dem Vatikan. Und ich habe jetzt einiges recherchiert. Ist es richtig, dass der muslimische Glauben 600 nach Christus ist ja dieser Mohammed oder wie auch immer da in das Leben gerufen worden? Ich habe jetzt recherchiert, Amir, und die sagen, dass das vom Vatikan gekommen ist, dieser Moslemsglauben. Ist das richtig? Ja, nein. Nein. Das ist einmal dieser Bahira und einmal dieser Oraka-Ibnauf. Weil wenn du diese beiden Namen eigentlich studierst, wirst du schon sehen, dass der Islam einfach nur eine christliche Sekte ist. Mehr ist das gar nicht. Genau, genau. Und es kam ja eigentlich erst 600 Jahre nach Christus. Ja. Wenn du das einmal überlegst. Also gibt es den sozusagen noch? Gibt es zwar schon lange, aber ihn gibt es ja erst 600 Jahre nach Christus. Ja. Und du verkündest es auch. Ich könnte den Islam als eine verlässliche Quelle überhaupt gar nicht anerkennen. Historische Quelle schon mal gar nicht. Denn wer würde so vorgehen? Welcher Wissenschaftler würde so vorgehen und eine Quelle von 600 Jahren später irgendwie für sich nehmen und das dann glauben? Er würde doch viel zu den früheren Schriften gehen, um zu gucken, was dort passiert ist. Richtig? Da geht doch kein Wissenschaftler vor. Der würde sich noch niemals auf Schriften verlassen, die hunderte von Jahren später kamen. Also müssen wir zurückgehen zu den frühesten Quellen, was dort gesagt wurde. Wir müssen also historische Fakten berücksichtigen. Auch so wie wir diese Quellen betrachten, wie sie über Jesus Christus berichten. Genau. Und das ist doch eigentlich schon Aussage genug, dass man den Glauben überhaupt nicht irgendwo vertreten kann. Weil, wie gesagt, es kam ja erst 600 nach Christus. Und wie können die Leute da wirklich so doof sein? Ja, das hat nichts mit dumm zu tun. Das ist einfach nur eine Täuschung, die stattfindet. Und wir müssen halt versuchen, so gut es geht, viele Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen. Durch die Täuschung, die wir erlitten haben. Und Amir was halt... Die Muslime, die heute Muslime sind, wie sind sie denn Muslime geworden? Sie denken, sie sind einfach so durch irgendwelche Dauerpropaganda zum Islam gekommen. Nein. Sie sind... Ihre Vorfahren wurden nackentherapiert und zum Islam gezwungen. Ja, aber Amir, ich kann doch den Muslime überhaupt nicht für ernst nehmen, wenn das schon mal erst 600 Jahre nach Christus kam. Ich verstehe da die ganze Logik gar nicht. Aber muss ich auch gar nicht. Weil, wie gesagt, ich bin kein Muslim, ich bin Christ und das schon seit x Jahren. Aber darum verstehe ich das nicht. Amir, dass man da so einem Glauben nachrennen kann. Ja, wenn du Mohammeds Leben dir betrachtest, wer kann denn Mohammed folgen nach dem, was ich hier so alles gezeigt habe? Kann man ihn als Propheten anerkennen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Amir. Aber Amir, was sie dir aussagen, weil das ist so wichtig, die Leute, die hier drin sind, dass man sich wirklich auch bekehrt, nicht nur Christ zu sein, sondern sich auch wirklich Übergabegebet macht und sich wirklich bekehrt vom Herrn. Das ist so, deswegen gehe ich so oft, Amir, dass man Christ ist und dass man an Gott glaubt. Ja, aber man ist wirklich verloren, wenn man kein Übergabegebet gemacht hat. Also praktisch, wenn man sich bekehrt hat. Das finde ich so wichtig. Sonst hast du ja gar keine Chance, ins Himmelreich zu kommen, Amir. So ist das. Das habe ich dem Versuch gerade auch zu erklären, der hier drin war, der sehr nervös rüberkam, der nicht wusste, was er zu tun hat. Und dann habe ich das nochmal erklärt, dass die Menschen eines Tages in ihrem Leben ihre Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugen müssen. Richtig, richtig. Entweder sie werden sich hier beugen, was natürlich das Beste ist, sie hier zu beugen und Musel zu tun und in ihrem Herzen aufzunehmen, anstatt dann ihre Knie zum Gericht zu beugen, weil dann gibt es ja keinen Retter mehr. Das war es dann. Und darum, so wie du vorhin das schon schön gesagt hast, die Wiedergeburt oder die neue Geburt, Amir, das sehe ich als die Taufe. Darum habe ich mich taufen lassen. Die Wiedergeburt ist dein Gebet zum Herrn Jesus Christus. Deine Annahme des Herrn Jesus Christus, was er für dich am Kreuz getan hat. Genau das Übergabegebet, richtig. Aber für mich war auch die Taufe sehr wichtig, Amir. Darum habe ich mich auch taufen lassen vor Jahren. Ja, es ist auch ein wichtiger Akt. Aber der Glaube rettet, nicht die Taufe rettet. Natürlich ist Taufe wichtig. Aber der Glaube, wenn du glaubst an den Herrn und das, was er getan hat. Du weißt ja, das Prinzip waren die zwei Verbrecher am Kreuz. Der eine hatte den Jesus Christus verspottet, der andere hat sich aber noch bekehrt. Und es gab dann gar keine Taufe. Er konnte sich ja nicht mehr taufen lassen. Und dann hat der Herr ihm gesagt, heute noch sage ich dir, wirst du mit mir im Paradies sein. Genau, genau, genau. Das finde ich so wichtig, dass gerade die Arbeit, die du machst, Amir, die ist so wertvoll. Aber man muss den Leuten auch wirklich sagen, dass sie sich bekehren müssen. Weil nur allein Christ zu sein, Amir, reicht nicht, um ins Himmelreich zu kommen. Man muss nicht wirklich bekehren, Amir. Ja, das ist das ja. Aber die meisten verstehen es halt noch nicht. Aber man muss das immer öfters wiederholen, damit das auch bei den Letzten dann ankommt. Und sie wissen genau, was sie dann zu tun haben. Ja, also nur zur Information. Ich bin keine alte Frau, habe ich gerade da unten gelesen. Ich habe zwar eine tiefe Stimme, aber ich bin keine alte Frau. Amir, du darfst mich jetzt wieder rausspeisen. Ich wünsche dir alles Gute und mach weiter. Ja, ja, schade, dass diese Ex-Muslimer jetzt nicht hier reinkommen kann. Sonst hätte ich gesagt, dann erzählen wir mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal was machen. Nein, Moment. So. Dr. Schäfer, warum ist es wieder da? Doch, man sieht Müdigkeit einen ganzen Tag unterwegs. Ihr Siedel, danke. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Ich bin den ganzen Tag gleich. Nein. Weil ich um jede Seele, die hier drin ist, die das hört, dass es so eine Freude für mich bereitet, dass er das dann auf einmal aufnimmt oder sie aufnimmt, dass sie dann eventuell dann auch gerettet wird. Aber nächstes Mal, wenn das kommt, ich sage, kam ja, wir haben ja. Ja, dass eventuell, dass irgendjemand, der gerade so zuhört, der sich noch nicht bekehrt hat, der das Ganze dann macht. Versteht ihr? Weil ich ihm das dann vorlese, er denkt, ah, okay, das habe ich zu tun, das werde ich tun. Versteht ihr? Wir wissen nicht, wie der Herr das macht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist hier irgendjemand, der unter diesen ganzen Hunderten von Leuten, derjenige, der sich noch nicht bewusst für den Herrn entschieden hat. Und immer noch am Nachdenken ist, das zu tun. Hallo? Hallo? Hallo, meine Liebe. Gott segne dich von deiner Familie. Hallo, Amir. Gott segne dich. Schön, dass ich mal dran bin. Ich habe es geschafft mit dem Vornoman endlich mal, dass ich mit dir reden kann. Ja, wundervoll. Gott segne dich. Du hast es geschafft, live bei Dr. Scherabuame dabei zu sein. Ja. Sie haben zwar keine Rolex gewonnen, aber ein eventuell geistliches Gespräch, was andere auch irgendwie noch mitnehmen können für ihr Leben. Super, du bringst mir immer gute Laune. Echt. Ich wollte mich bedanken bei dir. Nur durch dich habe ich auch zum Herrn gefunden. Ich wollte auch, dass du es weißt, weil ich glaube, du wächst ganz viele auf. Amor. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Wollte ich dir nur noch mal sagen. Wundervoll. Ich folge dir schon seit über fünf Jahren und konnte das immer erst gar nicht glauben. Und sagte, was redet der denn da für einen Blödsinn? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe dann selber nachgelesen und habe dann gedacht, oh, oh weia, wo bist du da reingeraten? Ach, du warst selber in den Sklarm drin oder was? Wie meinst du das? Ja. Fächtig. Du bist halt auch aufgekommen aus dem Sklarm. Ja, das hat fünf Jahre gedauert. Ich traue mich jetzt auch, weil, ja, auch jetzt zu sprechen. Du gehörst also auch zu denjenigen, die erst mal meine Arbeit so gesehen haben, mich verflucht haben, aber dann zugeben mussten, dass ich dort recht habe. Also verflucht habe ich dich nicht, weil ich war schon immer skeptisch mit allen irgendwie. Aber trotzdem habe ich mir Fragen gestellt. Und ja, ich wollte auch nur sagen, das hat viel gebracht bei mir. Es ändert sich jetzt alles. Ich bin nur traurig über meine Freundin, weil die ist seit zwei Jahren drin und mein Sohn ist leider auch noch drin. Ich kriege den, da traue ich mir das natürlich nicht zu sagen, weil der ist so indoktriniert, weil der so tief drin ist. Ja, ich hoffe natürlich, dass du ihm da von meinen Videos ein bisschen für dich selber auch mitnimmst und das in deine Gespräche dann einbaust und die guten Fragen stellst. Ja, das werde ich machen. Du weißt ja, dass Allah drei Dinge hat. Du weißt ja, dass Allah drei Dinge hat. Das ist einmal zu viel unnützes Gerede. Dann Musik hasst er. Und dann, dass Leute sich so seidige Klamotten anziehen, Seide und zu viele Fragen stellen im Islam. Das ist richtig. Dieser Gott möchte nicht hinterfragt werden. Das ist so krass. Das ist wirklich krass, ja. Da gebe ich dir recht. Ich wollte mir auch nochmal das Buch Allahs Täuschung bestellen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist natürlich sehr wichtig, dass du auch gewappnet bist, was der Islam in Wahrheit ist. Damit du vom Wissenstand her fast schon wie ein Imam, also besser als ein Imam, hundertprozentig. Die Imare kennen das noch nicht mal. Ja, ich bin also dankbar. Es hat fünf Jahre gedauert, weil ich hatte sehr viel Angst. Weil ich will mal sagen, der Koran macht einen ja auch Angst, indem er immer mit der Hölle droht. Er droht ja richtig mit der Hölle. Ja, aber dann sagt der Herr Jesus Christus, wer sich nun fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht hat immer mit Strafe zu tun. Aber wenn du vollkommen bist in der Liebe, so wird die Liebe, was es mit Strafe zu tun hat, wird das komplett umhüllen und du darfst aus Gnade leben. Und dieses Gefühl kann dir auch niemand wegnehmen. Ja, es ist sehr schön. Und ich wollte dir sagen, ich habe vor zwei Tagen von der Entrückung geträumt. Ehrlich? Ja, ich habe also vom, ja, also es kam richtig so ein Lichtstrahl vom Himmel und ich habe gesehen, wie halt die Leute nach oben gegangen sind. Und dann bin ich aufgewacht. Und vor ein paar Monaten habe ich auch von dem Herrn Jesus wirklich geträumt. Also er hat sich mir gezeigt und hat halt auf dem Kreuz gezeigt, was geleuchtet hat. Heftig. Heftig, ne? Und da weiß ich, dass ich richtig bin und ich spüre auch die Liebe. Wunderbar. Oh Gott, ich bin auch total aufgeregt, aber ich möchte auch, dass es alle wissen, weil, Leute, wacht auf. Ich möchte zu allen sprechen. Beschäftigt euch mit eurer Religion. Beschäftigt euch mit den Schriften. Liest drinne. Auch wenn ihr es nicht glaubt, ich war vorher auch so. Aber geht dem nach. Und es sind ja auch schon viele aufgewacht. Und du machst gute Arbeit. Wirklich, mach weiter so. Mach immer weiter. Amen, Amen. Danke dir. Möchtest du noch was sagen? Nee, das war es erst mal. Ich wünsche dir einen gesegneten Abend, Amir. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir auch. War ja wundervoll, seht ihr? So muss das sein. Gepriesen sei Gott. Mächtigen alle Ewigkeit. Wer da ist, Jesus Christus. Grüß dich, alles klar? Ja, bei dir. Gott segne dich. Ja, ja, danke, danke. Danke, danke. Soweit alles gut, danke. Komischerweise sehr, sehr viele Ex-Muslime hier. Ja, natürlich. Die haben erkannt, dass der Islam ein Riesenschwindel ist und dass Mohammed kein Prophet ist und dass Jesus Christus die absolute Wahrheit ist. Ich wette mit dir, wenn sie jetzt hochkommt und ich hier ein paar Fragen zum Koran-Islam stelle, dass sie sie nicht beantworten kann. Ja, gut, jetzt ist nicht jeder ein Atomwissenschaftler im Islam. Es gibt natürlich verschiedene Gründe. Nein, 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 ganz einfache islamische Fragen hätte ich gestellt, die wüsste sie gar nicht. Deshalb bezweifle ich, dass sie Ex-Muslimin war. Auch wenn sie es jetzt nicht wüsste. Kennst du alles, was man im Islam weiß? Nein, nein, ich habe gesagt, einfache Fragen, einfache, hör mir zu, einfache Fragen, habe ich gesagt. Ja, aber vielleicht sind diese einfache Fragen für manche auch schwer und du kränkst sie nach dem Motto, die ja zwei im Islam drin sind und dann auf einmal, wenn ich die jetzt nicht wüsste, dann bin ich also kein Muslim, die hören doch auch andere Muslime dann zu. Ja, ja, ich sage hier einfache Fragen. Wenn du Christ bist, du bist ja auch Christ aus Überzeugung, dann wirst du einfache Fragen auch beantworten können. Ja, aber vielleicht sind die für dich einfach, aber für den einen oder anderen sind die ein bisschen schwierig. Wer beurteilt das denn überhaupt? Du bist doch derjenige, der das Kriterium setzt. Ja, wie gesagt, ich stelle, wenn du irgendwo in eine Prüfung gehst, dann wirst du ja auch geprüft und gefragt und wenn du die Fragen nicht beantworten kannst, dann kannst du, dann fällst du durch, ne? Ja, so wie dein Gott das macht. Er schickt also Munkadonaki und fragt sie nach jedem Menschen, dass er drei Fragen beantworten soll. Richtig? Wer ist dein Prophet? Wer war deine Religion und wer ist dein Gott? Genau, genau. Und wenn das jemand nicht beantworten kann, dann wird er in die Hölle reingeprügelt. Richtig, richtig, richtig. Das heißt, du hast das aber nicht verstanden. Leute, warte, Asis, warte, Asis, einen Moment. Also der Islam, in der islamischen Themonologie gibt es eine Überlieferung, in der Allah zwei Engel sendet, also so zwei Fliegen. Sie nennen sich Munkadonaki, da gibt es so Leute, die machen sich übelst lustig darüber. Und sie kommen dann, wenn du im Grab so liegst und dann kommen sie dann so angespürt, so zwei kleine Engel oder was. Und dann fragen sie sich drei Fragen, also das könnt ihr euch merken, falls ihr dann im Grab so liegst und dann diese Munkadonaki kommen und euch diese drei Fragen stellen, dann seid ihr auch gerettet. Sie fragen euch, wer ist euer Gott, was ist eure Religion und wer war euer Prophet? Also ich denke, dass jeder von euch diese drei Fragen beantworten kann. Nein, 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 du hast das. Wenn jemand beantworten kann, kommt ihr mit so einem Hammer und prügeln auf euch ein. Ja, ja, genau, aber du hast das nicht verstanden. Können, diese Fragen, diese Fragen wird nur ein Muslim beantworten können. Selbst wenn du, selbst wenn du, Amir, die Fragen jetzt beantworten könntest, wenn es so weit ist, wirst du diese Fragen nicht beantworten können. Dann mach dir keine Sorge, ich werde sie beantworten. Nein, nein, du wirst sie niemals beantworten können, weil du kein Muslim bist. Ja, auch wenn du die weißt jetzt, du wirst sie nicht beantworten können. Mein lieber Asis, du musst aufwachen. Allah wird nicht mit seinen 72 Jungen wie Hugh Hefner im Himmelreich, in seiner Playboy-Mansion vor dir stehen. Da wird nur der lebendige Gott sein, der dich in die ewige Hölle reinwerfen wird. Weil du aus Gott einen Pimp gemacht hast, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Sag zu dir, was hast du auch gemacht? Wieso redest du von Hölle? Bei dir gibt es doch keine Hölle. Natürlich gibt es keine Hölle. Auf dem Baum 2010, soll ich dir das zeigen? Ja, aber wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es doch keine Hölle. Soll ich dir das zeigen, wo dein Gott und dein Prophet ist? Nicht meins, ich rede von deinem Christentum. Ja, ich rede ja von meinem Christentum, der mir sagt, dass dein Gott und dein Mohammed in der Hölle sind. Soll ich das zeigen? Ja, dann Micky Mauss Figur, lest du da bestimmt. Nein, aus meiner Bibel lese ich vor. Dem wahrhaftigen Wort Gottes und nicht aus einer Playboy-Menschenschrift, wie im Koran. Zuge 55, Vers 56, Zuge 52, Vers 24, Zuge 78, Vers 33. Willst du mir sagen, dass das Gott ist, der Frau mit üppigen Schwellen im Busen dahin stellt, damit wir sie auseinander pflücken können? Hör zu. Das Endgericht von dem großen weißen Thron. Und ich warte, pass auf. Welches Kapitel ist das denn? Offenbarung Kapitel 20, Abvers 9. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Herrlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Feuer- und Schwefelsee. Wo das Tier ist, Allah, das Tier, du weißt ja, wie der Allah aussieht, und der falsche Prophet. Und sie werden gefeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da wirst du auch hingehen, weil du aus Gott einen unfähigen Clown gemacht hast. Wo steht das, was du gerade vorgelesen hast? Wo steht das? Offenbarung Kapitel 20 bis 10. In der Bibel? Nein, im Mickey-Maus-Heft. Also in der Bibel, also in der Bibel. In der Bibel ist doch euer Gott Jesus. Warum redest du von Allah? Du sagst doch, Jesus ist euer Gott. Also ist das Jesus, der das machen wird, deiner Meinung nach. Weil die Bibel redet ja nicht von Allah. Ich brauche sehr viel Kraft von dir her. Ja, natürlich brauchst du sehr viel Kraft. Du brauchst erstmal sehr viel Wissen. Und dass ich mit diesen Leuten noch nicht rumschreie. Naja, also in der Bibel, dein Gott ist Jesus und der Jesus wird dies machen. Punkt. Weil die Bibel redet ja nicht von Allah. Also ist euer Jesus oder dein Gott, du lest dir selber vor, was er macht dann. Ach ja, Amir, du musst auch noch ein bisschen was dazulernen. Ja, du hast recht, ich muss was dazulernen, ein bisschen geduldiger zu sein, um nicht direkt rauszufinden. Und das habe ich gerade gelernt. Ja, wenigstens etwas. Ja, und du hast gelernt, was dein Gott auch macht. Ich glaube, dass du mich so beruhigst hast, mein Gott. Du bist der wunderbare und gerechte und gerechte Gott. Ja, ja, genau. Du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wusstest du, dass Mohammed die Mutter von Ali im Grab auseinandergenommen hat? Bitte, wie meinst du, er auseinandergenommen hat? Also der Mohammed ist ins Grab hinabgestiegen und hat mit ihr Verkehr gehabt. Ach. Ja, guck hier. Ich lege es vor, ich zitiere. Das Bullshit. Ja, ich zitiere. Fatima bin Assad, die Mutter Ali, verstarb zum Zeitpunkt ihres Begräbnisses, zog sich der Gesandte Allah sein Hemd aus und kleidete Fatima, der toten Frau, damit ein. Daraufhin legte sich der heilige Prophet zu ihr in das Grab. Und nachdem sie begraben war, befragten ihn die Leute über den Grund dieser Tat, also weshalb Mohammed sich im Grab zu ihr hinlegte. So sprachen sie, Prophet Allah, du hast etwas getan, das keiner von dir vor dir getan hat. Der heilige Prophet antwortete, ich zog ihr meinen Hemd an, damit sie die Kleidung des Himmels tragen würde. Und ich vollzog mit ihr den Geschlechtsverkehr, um dir die Last des Grabes zu erleichtern. Für mich war sie eine der besten Frauen überhaupt. Dein Vorbild geht in das Grab von einer Frau und... Nicht nur mein Vorbild, Vorbild von Milliarden von Menschen, nicht nur von mir. Du bist ja auch nicht die ganze Welt, ich habe gesagt Milliarden von Menschen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Guck mal hier, wo finden wir das? In Manchmal also White, Hadith 15.400. Guck mal, es gibt authentische Hadithe und es gibt gefälschte Hadithe. Das ist ein authentischer Hadith. Das ist ein authentischer Hadith. Welcher Hadith ist das? Von wem? Manchmal also White. Warum haben wir also White? Von Ibn al-Haytham. Habe ich noch nie gehört, das ist wahrscheinlich ein Schiit. Das ist ein Schiit. Das ist ein Schiit. Das ist ein Schiit. Verstehst du? Die mögen den Propheten nicht, weil der Ali nicht anerkannt hat. Ich muss wieder meinen Herrn bitten. Dann hol mir die Quelle aus von Sahih Muslim oder Bukhari zum Beispiel. Die wirst du da nämlich nicht finden, diese Quelle. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Du liest mir irgendwelche schiitische Quellen vor. Schiit. Das ewige Leben, dass es mir diese Gefühle gibt. Lies mal sunnitische Quellen vor. Sunni, sunni, nicht Schiit. Sunni, sunnitische Quellen, Amir. Ja, ja, Ibn al-Haytham ist natürlich ein Schiit, da hast du vollkommen recht. Ja, deshalb. Ja. Deshalb. Nicht Sunniten. Das sind viele Hadithe, die sind gefälscht und die stimmen nicht. Deshalb sagt man auch authentische Hadithe. Es gibt authentische und unauthentische. Das, was du gerade vorgelesen hast, ist ein unauthentisches Hadith. Er hat sich schon mal gegründet für den Hadith. Ja, ja, ich kenne schon einiges vom Islam. Mach dir keine Sorgen. Nicht wie du immer mit deinem Schienbein. Immer wenn du nicht weiter weißt, kommst du mit deinem Schienbein. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Kannst du mir mal bitte sagen, wer Ibn al-Haythami ist? Ist er ein Schiit oder ein Sunnite? Du kennst dich doch selber aus. Ich habe schon gerade gesagt. Ah, du hast es gerade gesagt. Soll ich dir mal aus der Biografie von ihm vorlesen? Guck mal, wie unwissend der Typ ist, Leute. Ibn al-Haythami. Biografie. Nur al-Din. Guck mal hier, wie der heißt. Pass mal auf. Nur al-Din. Nur al-Din. Ali ibn Abi Bakan ibn Suleiman Abu al-Hassan al-Haythami. Allgemein bekannt als Nur al-Din al-Haythami. War ein berühmter sunnitisch-ägyptischer Gelehrter. Ja, und trotzdem unauthentisch-Hadid. Oh, Herr Jesus Christus, lass mich ihn nicht anschreien. Oh, Herr Jesus Christus, lass mich ihn nicht anschreien. Ja, es ist trotzdem unauthentisch, dieser Hadid. Was willst du denn? Oh, Herr Jesus Christus, lass mich nicht diesen Typen anschreien. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Seht ihr jetzt, was ich durchmachen muss, ihr Lieben? Seht ihr das jetzt? Das ist ein Schiite. Habt ihr das gerade gehört? Ich kenne mich sehr gut mit dem Islam aus, hat er gesagt. Ja, ja, du tust mir leid. Ja, du tust mir auch leid. Weißt du, warum, wieso? Guck mal hier. Weil du im Himmelreich mit zwei deiner Schwestern gleichzeitig Verkehr haben wirst. Du tust mir wirklich leid. Das tut mir sehr, sehr leid, dass du an sowas glaubst. Imam Al-Khurtubi sagte, im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind, außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden sie keine Kinder gezeugt. Somit ist der SEX vergleichbar mit AMAL-Verkehr und nicht verboten. Nur seine Töchter und seine Mutter darf einen Mann nicht punktpunkten. Es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PINIS gegeben wird, der einer endlos langen Palmen gleicht und dazu eine Vulva, die ausreichend Platz für einen solchen PINIS bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig. Weißt du, wie du mir leid tust? Jetzt sag nochmal, wer wen leid tut. Sag mal, Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Sag mal. Merkt ihr nicht, ihr Muslime, dass ihr auf dem Weg in die ewige Verdammnis seid? Merkt ihr das denn nicht? Merkt ihr das denn nicht? Mit zwei Schwestern. AMAL-Verkehr und so. Jesus Christus, öffne du die Augen dieser blinden, blindgeleiteten Menschen. Blindgeleiteten Menschen. Was ist denn schon wieder dein Problem, Mann? Der Islam ist mein Problem. Islam? Ja. Ja, dann beschäftige dich doch mit dem Koran. Wieso kommst du immer mit irgendwelchen Hadithen? Du machst um Koran einen weiten Bogen. Weißt du, weißt du, ich mein? Ja. Oh. Das sagt, die da ist ja. Nimm den Koran als Beweis für etwas, was du beweisen willst. Aber kein Hadith, weißt du? Ja, was ist denn los, mein Bester? Ja, das ist okay. Dankeschön, dass du da bist. Danke. Unglaublich. Ich weiß nicht, soll ich weinen, soll ich lachen, was soll ich machen? Soll ich jetzt anfangen zu weinen? Was ist los mit den Leuten? Das ist so krass, ne? Ja, ich kann mich kaum halten. Und dann seien die Armen hier, warum lachst du? Ich werde erwähnen die ganze Zeit suchen. Und wenn ich einmal aus einem Hadith vorlese, warum liest du aus einem Hadith vor? Ja, gehört das nicht zum Islam? Das ist doch nicht mehr normal, oh, Herr Jesus. Was ist denn hier los mit den Leuten, ne? Hier, vielleicht ist der ein Strohhut. Guten Abend, mein Bruder, wie geht's dir? Ich bin gut, mein lieber Gott. Segen dich von deinen Familien. Ich auch. Bruder, ich habe eine Frage. Ja. So, das hat jetzt nichts bezüglich des Christentums, eigentlich schon auch des Christentums, auch Islam und auch alle Religionen. Du schreibst, Jesus ist Gott und Allah ist der Satan. Ja. Du bist doch Christ oder nicht? Woran fühlst du nicht aus? Ich frage dich, du bist doch Christ oder nicht? Komm zu deinem Punkt. Findest du nicht, du als Christ, oder egal welcher Religion du angehörst, dass du jede andere Religion respektieren solltest? Nein. Also findest du, es ist falsch, andere Religionen zu respektieren? Absolut. Weißt du auch, wieso? Warum? Weil Jesus Christus in Johannes 14, 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat einen Absolutheitsanspruch und sagt, alle Religionen sind falsch. Alle Wege um mich herum sind falsch. Ich bin der Weg. Okay, 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 guck mal. Ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie Unrecht hast, sei es jetzt da so hingestellt, aber rein menschlich, den Glauben eines anderen Menschen zu respektieren, an erster Stelle den Menschen zu respektieren und zweitens sein Glauben, ihnen das glauben lassen, was er möchte und nicht sein Glauben einfach so, du kannst ihn des Besseren belehren, aber du kannst doch nicht, zwei Milliarden Muslime, das ist eine Beleidigung, wenn du da hinschreibst, Allah ist der Satan. Wer ist denn der Gott der Bibel? Bitte? Wer ist denn der Gott der Bibel? Der Gott der Bibel? Ja. Der Gott der Menschheit, wenn dann, nicht der Bibel. Und der Gott der Menschheit hat sich in was gezeigt? Er hat sich in nichts gezeigt. Doch, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist der Gott der Bibel. Okay, dann frage ich dich. Eine Sache. Wer ist der Heilige Geist? Kannst du mir folgen. Kannst du mir folgen. Der Gott der Bibel ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist der Gott des Korans Vater, Sohn, Heiliger Geist? Nein. So, wer ist also der Gott des Islams? Bruder, wie soll ich dir das beantworten? Lies den Koran. Aber ich frage dich jetzt. Wer ist der Heilige Geist? Gott. Wer ist Jesus? Gott. Also gibt es zwei Götter? Nein. Es ist ein Gott, der sich in drei verschiedenen Personen gezeigt hat. Die sind drei gleich ewige Personen. Beispielsweise die Zeit. Besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Ist Zeit, ist Vergangenheit Zeit? Ja. Ist Vergangenheit Zeit? Ja. Ist die Gegenwart Zeit? Die Gegenwart ist auch Zeit, ja. Also siehst du, alle drei Komponenten machen das eine aus. Hast du es jetzt begriffen? Der Gott des Islams gibt jedem eine Nackentherapie. Dich, mich und alle Menschen hier auf der Welt, die nicht an seine Religion glauben. Soll ich eine Religion sowas respektieren? Ja, natürlich. Ach, wir sollen eine Religion respektieren, die dazu aufruft, uns Nacken zu therapieren. Warte mal, ich frage dich so, warum respektiert der Muslim aber andere Religionen? Ach, bist du dir sicher, dass er andere Religionen respektiert? Hundertprozentig. Okay, das Vorbild der Muslime sagt, wenn ihr stolz seid auf das, was vor dem Islam war, geh und beleidige ihn und sag ihm, er solle den Pien jetzt seines Vaters beißen. Warte, 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 guck mal. Warte, 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 bist du gerade Motor am anstarten oder was? Nein, aber du bist in deiner Zunge sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr unüberlegt. Wenn du redest, dann... Ich bin unüberlegt oder antworte dir auf alles, was du gerade mir vorwerfst. Nein, aber so wie du redest, es gehört sich nicht. Rede mit Respekt. Wie soll ich denn reden mit dir? Soll ich auf einmal anfangen mit dir? Nein, guck mal, du bist ein Gläubiger. Es ist alles okay. Wir haben uns alle lieb. Lass uns doch Kumbayama-Song singen. Kumbayama, Lord, Kumbayama. Soll ich das so für dich machen oder was? Damit du dich wohlfühlst? Nein. Das ist meine Art, verstehst du? Ich bin schnell hart und direkt. Du musst es für die Oma machen, nicht für mich. Für die Oma soll ich das machen? Für die Oma. Was für eine Oma? Astagfirullah, Astagfirullah. Wo soll deine Seele hin, wenn du so weitermachst? Übertreib es nicht. Übertreib es nicht. Wo soll deine Seele hin, wenn du so weitermachst? Übertreib es nicht. Ehrlich, guck mal. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal. Okay, mein Lieber. Bist du darauf stolz, dass dein Prophet sowas gesagt hat? Soll ich auch zu dir sagen, wenn du stolz bist auf den Islam, geh und beiß in den Peerien jetzt deines Vaters. Bin ich ein guter Mann dann für dich? Wie redest du? Was gibst du da wieder, was der Prophet gegeben hat? Wo steht das? Okay. Darf ich das vorlesen? Aber woher liest du das vor? Aus welchen? Aus deinen islamischen Schriften? Islamische. Guck mal, was du sagst. Aus islamischen Schriften. Also das heißt, wenn ich irgendwas aus christlichen Schriften lese, ist es dann wahr? Ja, wenn deine Gelehrten das als authentisch befunden haben, dann kannst du davon ausgehen. Und wenn unsere Gelehrten das als authentisch empfunden haben, dann können wir davon ausgehen. Wenn irgendjemand etwas da hinschreibt über den Christentum, dann ist das hundertprozentig wahr. Nee, das kann nicht irgendjemand. Ihr habt doch eine sogenannte Isnat, eine Überlieferungskette. Und man schaut sich die Überlieferungskette an. Oder nicht? Das ist nur eine faule Ausrede, weil du dich schämst für deinen Islam. Ich schäme mich für nichts. Für gar nichts. Hundertprozentig schäme du dich. Sonst würdest du so ein Blödsinn nicht sagen. Sonst hättest du mir gesagt, Amir, ist diese Aussage von Mohammed authentisch überliefert worden? Amir, ich bin nicht... Ja, okay, du bist am wenigsten ein ehrlicher Typ. Ich bin nicht mit dieser Intention, hierher zu kommen, für was man sich schäme oder für was man stehen soll. Ich bin hierher... Ja, warum sagst du dann sowas, wenn du überhaupt gar keine Ahnung vom Islam hast? Ich bin einfach hier reingekommen, um dir zu sagen, respektiere jede Religion. Ich respektiere keine Religion, die aufruft, meine Geschwister und mich nacken zu therapieren. Ich respektiere keine Religion, die sagt, dass man Frauen vergeht. Verstehst du das nicht? Ich respektiere keine Religion, die sagt, man muss uns bekämpfen aufgrund unseres Glaubens. Soll ich sowas respektieren? Ich respektiere den Muslim, ja, weil der Arme nicht weiß, was sich in seinem Islam befindet. Den respektiere ich. Aber seine Religion soll ich respektieren? Wer sagt sowas, Mann? Nein, guck mal, was in deinem Hintergrund da ist. Live, Breaking News. Du bist davon geblendet, mein Lieber. Du bist davon geblendet. Ein richtiger Christ respektiert jede Religion. Ein richtiger Muslim respektiert jede Religion. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ein richtiger Muslim respektiert alle Religionen. Pass mal auf. Guck mal, was der Prophet des Islams macht. Er respektiert auch alle anderen Glaubensrichtungen und Religionen. Pass mal auf. Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung? So beleidige ihn und sage ihm, er soll in den PNS seines Vaters beißen. Wo finden wir das? In Al-Jami, Al-Sarid, Bank 1, Seite 47. Du hast deinen eigenen Propheten gerade zerbombt. Astagfallah, er sagt deinen eigenen Propheten. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast doch gerade gesagt, Muslime respektieren den Glauben anderer. Warum hat der Prophet denn selber nicht respektiert, wenn er doch euer Vorbild ist? Wir müssen zu seiner Zeit, er wurde doch selbst belehrt, Mann, was redest du da, unser Prophet? Fällst du mich gerade auf den Arm nehmen? Der ist doch euer Vorbild für alle Zeiten. Er ist unser Vorbild, aber er wurde doch selbst belehrt von Allah. Was redest du da? Das heißt, mein Lieber, wenn er solche Aussagen getätigt hat und ein Muslim das liest, und er ist das beste Vorbild für alle diejenigen, die bis zum Tag des jüngsten Gericht hoffen, in Zuge 33, Vers 21, und ich auf einmal lese, dass mein Vorbild sowas gesagt hat, meinst du, ich würde das nicht machen? Meinst du, ich würde das nicht auf Arabisch sagen, Aikulullahu adda aida abik? Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, dass du so über die Zustände redest. Sagst du, was in mich gefahren ist? Ich weiß nicht, was mit dir los ist, weil du dich nicht hinsetzt und dem Ganzen nachgehst. Bin ich hier und werde von allen angemacht, weil ich mich damit beschäftigt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Es geht darum, dass man menschlich sein muss. In dem, was man tut. Ja, ist das menschlich oder was ist das? Nein, das, was du in deiner Überschrift da schreibst, Allah ist der Teufel, dass du sowas sagst. Ja, wer ist denn jetzt der Gott der Bibel und der Gott des Hitler? Das gehört sich nicht, was du machst. Das gehört sich nicht. Glaub mir, das gehört sich nicht. Nein, doch, das war nicht mehr wahr sein, ehrlich. Gefällt dir vielleicht Abu Bakr's Aussage besser? Guck mal, was Abu Bakr sagt, guck mal hier. Der ist noch heftiger. Guck mal hier. Was ist denn so krank? Guck mal hier. Mohammeds Gefährte Abu Bakr, der Vater Aisha sprach, dann L-E-C-K. Ich kann das nicht sagen, sonst werde ich hier gesperrt. Dann L-E-C-K, doch die Vulva von Allah. Ist das besser? Ich weiß nicht, was du da vorliest. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gelesen. Du hast dich doch noch niemals mit dem Islam beschäftigt. Kein Wunder, dass du das noch nie gehört hast. Es geht doch nicht darum, dass man sich mit irgendwas beschäftigt, wenn man an etwas glaubt. Hast du den Koran gelesen? Hast du den Koran gelesen? Wieso beweisst du nicht mit dem Koran Sachen? Wieso widerlegst du nicht den Koran? Oh, Herr Jesus Christus, gebe mir Kraft, das durchzustehen. Wieso widerlegst du nicht den Koran, frage ich mich. Herr Jesus Christus, bitte gebe mir Kraft. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Dieser Name passt richtig zu dir, Strohhut, ja. Ich gehe mal kurz einmal aus meinem Balkon schreien, dann geht es mir, glaube ich, besser. Bis gleich. Warte, ich komme gleich wieder. Warte, ich komme gleich wieder. Warte, ich komme gleich wieder. Das tut mir leid, aber ich musste gerade aus dem Fenster scheinen. Kennst du so? Oh nein, Itikula ist hier drin. Oh mein Gott, Itikula. Itikula, komm mal bitte einmal rein. Itikula. Die ist auch einer der heftigsten Salafis. Itikula, komm mal rein. Die hat so eine schöne Stimme, die Itikula. Einmal kam die rein, das hat sich so angehört wie Mickey Maus. Wisst ihr noch? Richtig süß. Wie Mickey Maus. Original Mickey Maus. Itikula, ich werde das nie vergessen. Schade um dich, schade, ehrlich. Itikula. Schade um dich. Meine Nachbarin hat den Bruder von ihrem Mann geheiratet, als er starb. Laut Islam darf man das. Meine Nachbarin hat den Bruder von ihrem Mann geheiratet. Ja. Ja, da muss sich ja viel drum gekümmert werden. Das ist ja so. Man muss sich ja um die Frau dann auch, ja, du weißt schon, kümmern. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da warst. Herr Bibi, was genau? Herr Bibi. Ich habe eine Frage. Eine oder mehrere? Ne, nur eine. Also ich bin Christ, ne, selber. Aber es gibt ein paar Verse, die ich gelesen habe. Und was sie so bedeuten, weil die hören sich so. Du kannst nicht raus und reden. Ja, warte, ich google kurz. Ganz kurz. Ich bin gleich wieder. Dann frag, schade, google, komm gleich wieder rein. Free Gaza. Hallo. Hallo, Free Gaza. Ah, Free Gaza. Are you standing with Gaza or Israel? What did you say? Oh, so you speak English? A little bit. You speak nice English. I like your accent. I like your accent, too. MashaAllah. MashaAllah. I like your face, man. You look like a nice guy. I like your face, too, but I don't see it. But I say I like it. I turn my face on next time for you, Habibi. No problem. It's okay when I hear your voice. Aw, thank you, Habibi. Where are you from? Are you from Iran? I'm from Iran, yes. MashaAllah. The most beautiful country with Sharia. Oh, yeah. Oh, man. I love it. I love it, man. That's all right, brother. Yeah. I have a lot of Iranian friends, actually. They're like you, ex-Muslim. They become atheists. They're great people, huh? They're great people with a big mind, huh? Bro, honestly, man, like, I don't care, like, Muslim, Christian, atheist. Bro, if you're a good person, you're a good person. It doesn't matter to me, man. It doesn't matter what religion you follow. Jesus said a good person, don't get into the paradise because we are good also. We are all bad. All humans are bad. Because we're all sinners, yeah? All sinners. We are sinners, yes. We have to repent. Do you know what Jesus says to you in John 3, verse 3? You have to be born again. No, no. Tell me. Tell me, brother. I'm open-minded. I like this. I try my best to explain it. Jesus Christ. Is my English. Wow, Aki, one sec. Is my English okay? You can understand me well, yeah? Yeah, I understand you good. All right. Beautiful, beautiful. So tell me about the Bible. Tell me. Yeah, Jesus Christ said to every human being here on earth that you have to be born again. You have to pray to Jesus and you have to bring it in your heart and believe what he did for you on the cross. When you confess with your mouth that Jesus is Lord, that he raised himself from the dead, you all be saved. How long have you been a Christian for? Probably nine years. Nice, nice, nice. No, I'm happy for you, man. Bro, whatever gives you, like, oh, yeah. We all became happier, too, when you became a Christian, a born-again Christian. Bro, my mother's a Christian. Oh, okay. My mother, she's Orthodox Christian. No, I didn't say Orthodox or Catholic or Protestant. I said born-again. Go and ask your mother, Mom, do you know anything about the repentance and born-again Christian? Do you know anything about it? No, she actually, surprisingly, she does. My mother's very religious. She goes to church every Sunday. She reads the Bible, I think, nearly every, I don't know about every day, but a lot. She prays every day. She does charity. Yeah, she's pretty religious, my mother. Okay. But go and ask your mother, Mom, do you know anything about born-again? In John 3, verse 3. Can you read the verse? Can you recite the verse for me again? John 3, verse 3? Okay. Yeah. I read it in English for you, okay? Sure, brother, sure. Do you speak Arabic? No, I speak Farsi. Farsi, okay. I have a man. You remind me of my friend, man, because I live in Australia. Man, I have a friend who looks exactly like you. Yeah, he looks, my friend, he looks exactly like you, man. I'm your friend. Man, I feel like showing you, I feel like following you on TikTok, and when I see him next, I'm going to show him. He's going to say, he's going to laugh. He's going to say, yeah, go on, go on, go on, bro. I read it to you, the most important verse of the Bible, in which Jesus said how we can be saved. Jesus teach Nicodemus, John 3, verse, I read it from verse 1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, verily, verily, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. This is what Jesus said, born again. And now look at the reaction of Nicodemus. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear it sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the spirit. You know, Jesus says here, you have to be born again from the spirit. You have to repent from your sins and became a born again Christian. You bow down on your knees to Jesus and confess with your mouth and believe what he did for you on the cross. So no matter what you are, whether you're born Jewish or Muslim, Hindu, or you're born Christian, you have to, in some time in life, you have to realize all this. Is that what you're saying to me, brother? Yes. Regardless of... Yeah, sorry, go on. No, it's okay, go on. No, no, that's all I said, basically. So it doesn't matter if you're born Christian or Hindu, you need to find Christ in your life. You need to find Christ. Exactly. This is what Jesus said. Every human being is born from his mother's womb. That's why he tells the thing that I read for you. Yeah, yeah, of course. After the second time born of the spirit, newborn, you became a newborn human. Sure. Hey, brother, can I ask a personal question? You don't mind, yeah? I know there's a lot of people in the room, but do you mind if I ask you a personal... It's a big personal with you. It's about, like, your journey to Christ or whatever. It's about the Holy Spirit. So you said you became a Christian 10 or 9 years ago, whatever you said, right? All right. This Holy Spirit, like, I'm trying to comprehend it in my mind. Like, can you explain? I know, look, it's probably hard to explain to you in words. I get that. I truly get that. But can you try your best to explain to me about the Holy Spirit? When you repent from your sins, you pray to Jesus that you ask him, send me your Holy Spirit to change my life, and he gives you a new life, you know? Because the Holy Spirit transforms you into a new person. I was a very, very bad person in my life before I became a Christian. Very, very bad person. I was jailed for five years, you know? That doesn't make you a bad person, bro. Bro, I've been to jail. It doesn't make you a bad person. Every human is a bad person, but I became a very, very bad person, you know? Bro, I've been to jail too, man. I was in jail for four years for something. Like, it doesn't... Now, and when you became... When I became a Christian and repented for my sins, it was a very, very... How can I explain it to you? I feel something in my... That something comes in my heart that transforms me into a new person. This is why the Apostle Paul said in 1 Corinthians that if someone is a new... If someone is a new person, I don't know how to explain it in... I know it's difficult. I know it's... I understand it's difficult to explain. If someone is in Christ... Let me explain. If someone is in Christ, he became a new creature. The past is gone and the new is born. You understand me? Yes, I understand. Yes. Did you... Brother, did you meet Jesus before this? Like, did he come to you? Because I've heard testimonies of Jesus appearing to people in dreams and in jail. Jesus, 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 the Lord Jesus shows himself in very, how can I say it in English, in... No, it's not English. Take your time, bro. It's all good. You speak English. Wait, I have to... Take your time, man. What a nice guy. I like this guy. I like this guy, man. Ex-Muslim. He seems really... He seems like a genuine person. God bless you guys. I'm a Muslim, by the way, but I want to tell you guys something. I have a Christian wife. I have a Christian mother. I have one of my sisters is Christian, and I love all you guys. Whether you're Christian, whether you're Jewish, atheist, idol worshiper, I don't care. I love all of you. You're all beautiful people, and you're all creations of God, all sons of Adam, and that's all that matters to me, okay? So at the end of the day, all of you are in my heart, and I want the best for all of us. I want every single person to go to heaven, inshaAllah. Maybe you guys don't like me because I'm Muslim, whatever, that's fine, but I want you guys to know that I love all of us of what you believe in, okay? Hey, brother, are you there? Brother? Brother? Oh, there he is. Brother? Oh, there he is. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, I'm Muslim. Bro, listen. Your mother is a Christian. But your mother is a Christian. My wife's a Christian too. Your wife is a Christian too. Okay. Yeah. Hey, bro, listen. I'm going to be honest with you, man. I'm going to be very straight up with you. I've seen you in the past. I've seen you say a few things about... Look, I understand you're ex-Muslim and maybe you have some experiences that I don't understand. And I respect that, you know. But whatever you might have said about my deen, I just want you to know, bro, you're my brother in humanity. You're my brother in Abrahamic faith. Whether you want to believe I'm part of Abraham or not, that's up to you to believe, bro. But I love and respect you for the sake. You know, we're all creations of God, you know. I want heaven for all of us. But why Allah, but why Allah don't respect the Jews and Christians? He tell them that there are the worst words of creatures, you know. But brother, I know, I've heard that. We are like animals for Allah. We are like animals for Allah. In Surah Al-Anfa'al, Ayah 55. I know that verse, but Allah is actually not talking about the Christians and Jews that are alive right now. They're unbelievers. No, but I'll explain, bro. I'll explain. Okay. Allah is talking about the people, the Christians and Jews, once they're dead. And brother, everyone, listen, bro, look, I understand what you're saying. I get that. He's not talking about you right now. He's talking about if someone dies upon Christianity or they die upon Judaism or any other religion. But brother, every religion thinks, every religion says they're the truth. Every single religion says that, you know. If you don't believe in this religion, you go to hell. Every religion says the same thing, brother. Yeah, but no religion says that you became a 72 horny woman who can you, you know, what you are doing with them. That's in Jannah. Yeah. The 72 virgins. Yeah. Is that God or is that you, Hafna? Bro, look, I'm being respectful, bro. You know what I mean? You tell the people what Allah said to you in Quran. He said in Surah 78, Ayah 33, that Allah will give you women with swelling breasts. They are waiting for you in Jannah. What is that for a God? He doesn't say that, bro. Exactly. And bro, listen, I'm being... Read it. Read it for us. But brother, I'm being very respectful to you, man. Like, you don't have to make... I'm respectful too. I asked you about your religion. You asked me about mine. I asked you about yours. It doesn't say... It doesn't say women have large breasts for you in Jannah. Ibn Kathir said it also. Ibn Kathir. Come on, man. Yes. Can you read it for us? Allah will promise you women with swelling breasts. You don't have to lie, bro. It says... Okay. Allah promises you... Okay, you can read it for us. I don't lie. It says chaste women. Chaste virgin women. That's what it says. It doesn't say anything about breasts. Okay, read the verse for us. And read the tafsir. What the tafsir says. All right, what's the verse? I don't have a second device with me, but what's the verse? Okay, can I read the tafsir for you from Ibn Kathir? What's the verse? Yeah, you can, but what's the verse? What's the verse? Surah 78, Ayah 33. Anna Abba. It's Anna Abba. I come immediately. I will be back as soon as possible. So, 78, 33, yeah? I'll look it up too well. He's gone. Allah will give you a woman with swelling breasts. When I read it the first time, I was so shocked. I thought that Allah is your husband in heaven with his Playboy mention. This is not God. This is the devil. This is exactly the devil. You don't have to be disrespectful, yeah? Oh, sorry for that, but it's very hard for me when I read the first time. Look, brother, I know you're an ex-Muslim and you've got animosity towards Muslims, but I don't have any animosity towards Christians, yeah? Like, if you truly believe you're on the truth, bro, you should be more like, you should be more loving towards... Okay, sorry for that. Okay, sorry for that. No, no, it's all good. Okay, it's all good. It's your life, but you're just demonstrating Christianity, you know? Like, if you want to act this way. Okay, Muhammad said, go and bite in the PNES of your father. Did he act right or did he disrespect other people? Say that again, sorry? Muhammad said, go and bite in the PNES of your father. Wait, brother, didn't your God tell a woman that she's a dog? And they didn't know that he... Are you sure about that? Are you sure about that? I'm sure about that, yes. Do you talk about the story of the Samaria? Samaria 10? So, are you going to lie to me and do Takiyah and say to me that Jesus is going to say that? No, we don't have Takiyah. You have Takiyah in your religion. Look at this. Let me read it for you. That's Shia. That's Shia Islam. That's Shia Islam. No, 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 no. Don't tell it's Shia. It's Sunni too. You know. We have Sahih Bukhari. What Sunni? The killing of Ka'af ibn Ashaf and say to Muhammad bin Maslama, go and lie to Ka'af ibn Ashaf to kill him. Is that okay? I don't know. You tell me, man. Is Paul lying to people to bring them to Christ? No, answer my question. First of all, answer my question. Then we can go to the Bible. I haven't read the Hadith. You said this is a Shia thing, yeah? You said this is from Shia, but no. It's in your Sunni sources too. I know that Shia practice Takiyah. That's because Shia are Kufar though. No, they bring very, very good reasons you don't become a Sunni. No, but the thing is, Shias can't be Muslim. It says in their books, in their Akedah books, that you can't have Iman without Takiyah in your heart. I know this. Yes, I know this. Come on, man. Listen, man. All good, man. Is it a criteria, is it a criteria that Shia is not the true path because of lying? Nah, it's because they do Shirk, like the Christians do, like you dogs. Because you believe that Jesus is God. Yeah, like your ugly face. You fucking rat. Seht ihr, guck mir diesen Dreckhaufen. Habe ich das nicht euch gesagt, was das für ein Dreckiger ist? Wie er rüberkommt, wie ein so ein Engel. Und dann auf einmal, seht ihr, habe ich nicht gesagt. Ich kenne diese Leute. You're like your prophet in hell. Habt ihr gesehen, wie ich diese Leute kenne? Ich wusste genau, was das für ein Dreckhaufen ist. Gott segne ihn und seine Familie. Er wusste, dass ich ihn auseinanderpflücke, weil ich mich sehr gut auskenne. Dieser Mülleimer da. Siehst du, Itikola, hast du deine Religion gesehen? Hast du das gesehen, Itikola? Hast du das jetzt gerade gesehen? Das nennt man Teufel vom Allerfeinsten. Verstellt das Gesicht, um sich so als netter Muslim auszugeben. Habt ihr das gerade gesehen? Ich, der aus dem aufrichtigen Herzen red, ja, das ist meine Art. Ich lache über einige Dinge, aber beleidige dich nicht aufs Übelste. Habt ihr gesehen, auf einmal, wo er mitkriegen musste, was für ein Dreck sich in seinen Schriften befindet? Hat er nicht mehr anders gekonnt und sein Teufel hat sich zur Schau gestellt. Habt ihr das gesehen? Like you are a dog, genau wie dein Gesicht, du Hund, du, tu, hat er so gemacht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr jetzt gesehen, was Islam ist? Lasst euch nicht täuschen von diesem Muslim. Sie lügen und betrügen, nur um an ihr Ziel zu kommen. Und dann macht er die Schiiten gerade an. Habt ihr das gesehen? Ja, die praktizieren Taqiyah. Was hat der gemacht? Genau dasselbe, noch teuflischer. Lasst euch von keinem Muslim hereinlegen. Niemals. Islam ist das allerbrausamste, was es gibt, Leute. Glaubt es mir. Die Anhänger sind alle mit diesem Geist versiegelt. Hab ich euch das nicht gesagt? Hab ich euch das nicht gesagt? Ich wollte gerade die Sura 78, Vers 33 vorlesen. Und dass ich ihm gesagt habe, guck mal, was dein Gott verspricht. Ist der Hugh Hefner im Himmelreich, oder was? Habt ihr das gesehen mit euren eigenen Augen? Mit euren eigenen Ohren habt ihr das gehört? Was für ein schmutziger Typ. Unglaublich. Schmutzig. Dirty. Dirty. Dirty talk. This is why you are in the footsteps of your prophet. Who did the exact same thing like you. Demon. Demon possessed. You came here like an angel. Oh, you are so good. And you have your religion and I have mine religion. Habt ihr gesehen, wie ihr euch täuschen habt lassen von solchen Leuten? Ah, Amir, der ist nett. Der ist toll. Der ist wundervoll. Unglaublich. Ihr wisst ja gar nicht, wie die Leute sind. Natürlich, sagte er, akzeptiert alle. Um an sein Ziel zu kommen, habe ich euch das nicht gesagt? Dass Muslime lügen und betrügen dürfen, damit sie an ihr Ziel kommen? Imam al-Ghazali, was sagte er? Wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Ihr dachtet gerade, oh, der ist aber nett. Amir, warum redest du auf einmal so? Und ihr wurdet eines Besseren belehrt. Dass ich die ganze Zeit aus dem aufrichtigen Herzen perfekt mit diesen Leuten rede und weiß, wie ich mit diesen Leuten vorzugehen habe. Weil ich gemerkt habe, aha, der wird auf einmal ganz komisch. Ich habe das aus ihm herausgekitzelt. Ich wollte mal sehen, wie er ist. Was er sagt. Und dann habe ich ihn gehabt. Dann habe ich den Dämon aus ihm herausgekitzelt. Unglaublich. Damit ihr das seht, damit ihr gewappnet seid, dass der Satan... Warum sagt der Herr, sie kommen in Schafskleidern zu euch? Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Das Prinzip kannst du fast bei jedem anwenden. Wenn jemand nicht in Christus ist, der ist verloren. Der hat den Geist Gottes nicht. Warum? Weil er nicht liebt. Er verstellt sich, damit er an sein Ziel kommt. Das ist ja das Problem. Ein Geist, der Christus bekennt, das ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Deswegen sagt der Herr, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Oh Mann. In was für einer Zeit will er leben. Wie bösartig. Wie ekelhaft. Der Spuck, der beleidigt. Mütter direkt. Da sagt er, na, du musst doch respektvoll bleiben. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, sowas geht auch in die Geschichte, ne? In die TikTok-Geschichte hier mit Dr. Cheikh Abouamir. Teufel. Unglaublich. Einfach. Aber ich wusste das. Ich wusste das. Sie kommen alle. Sie kommen alle erstmal ganz, ganz locker hier rein. Und auf einmal zeigen sie dann ihr wahres Gesicht. Wie der mich nennt. So du, du Punkt, 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 Schwein und sowas. Ich hab den jetzt blockiert. Ich krafte. Ich krafte. Ich krafte. Hallo, Amir. Hallo, meine liebe Gott segne dich an deine Familie. Danke dich auch. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Ich wollte nur zwei Sachen sagen, dann bin ich direkt raus. In den letzten Tagen habe ich so manche Leute beobachtet, was sie gesagt haben. Als erstes hat mich ein Mädchen ein bisschen markiert. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt, aber egal. Es war dieses Mädchen, die sich konvertiert hat zum Islam. Weißt du noch? Ja. Und mich hat etwas ein bisschen schockiert. Also du hast sie gefragt, wieso sie eigentlich Christentum verlassen hat, um Muslima zu werden. Und ich war richtig schockiert. Sie hat nicht gesagt, ja, ich hab den Koran gelesen und da hat mir das und das gefallen. Sie hat gesagt, ich hab mich konvertiert, weil ich zu, wie heißt das, Ramadanzeit zu Muslimen war. Und deswegen hab ich mich konvertiert. Und da hab ich mir gedacht, Amir hatte recht, weil es gibt so viele Muslime, so viele Leute, die sich den Islam annehmen. Aber sie wissen gar nicht, was sie da annehmen. So ist das. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Problem. Ihr habt das ja gestern gesehen, dass sie einige Kriterien nannte, wonach sie gesagt hat, oh guck mal, wie schön der Glaube ist, obwohl ich ihr genau das Gegenteil bewiesen habe. Und gesagt habe, ey, warte mal, was redest du? Das ist genau das Gegenteil von dem, was du da behauptest. Wie kannst du denn dann den Islam angenommen haben? Was redest du, Türke, so wie du? Ich war immer Christin, Alhamdulillah, ich war nie Muslima, zum Glück. Guck dir mal bitte an, guck mal bitte diese hier, warte mal, guck mal. Die Sera, guck mal wie die aussieht, wie die größte Kaffeele und sagt zu uns, ihr Kaffeele. Guck mal, guck mal, guck mal, guckt euch das mal bitte an. Das ist so krank. Schaut euch bitte diese an. Sera und Sera 641. Guck mal wie die aussieht, wie eine Ungläubige, aber noch schlimmer als alles andere. Und dann sagt die zu uns, ihr Kaffee ist. Guck mal bitte. Wie kaputt muss man nur noch sein? Möge Allah dich recht leiten an mir. Ja, möge Allah dich recht leiten, genau. Na egal, aber wegen dieses Mädchen, die sich zum Islam konvertiert hat, ich habe mir direkt gedacht. Sie hat sich einfach konvertiert, weil sie diesen Zugehörigkeitsgefühl so, das hat sie gesucht. Einfach jemanden haben, der wie sie ist. Ich kann nicht so gut Deutsch, tut mir leid. Aber ich wollte sagen, sie hat sich einfach so befreundet gefühlt mit denen. Sie wollte wie Freunde haben, aber nicht wirklich zu Gott. Ja, das ist traurig. Ich soll mir für sie beten. Eigentlich ja, wenn sie einmal drinnen war und dem Heiligen Geist teilhaftig wurde, gibt es für sie keine Zurückkehr. Das ist das Problem. Und dann habe ich noch an etwas anderes gedacht. Du hast einmal gesagt, diese Leute, diese Leute, die den Islam annehmen, die sind dann nicht mehr mit dem Heiligen Geist verbunden, versiegelt. Und das ist wirklich wahr, weil ich bin richtig schockiert, seit ich dich kenne und ich sehe, was du da vorliest. Mich schockiert das wirklich sehr, sehr viel. Also nicht nur, weil ich Christin bin, aber solche Sachen. Ich habe mal selber den Koran aufgeschlagen und gelesen. Du lügst ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Jeder kann es doch nachvollziehen. Ich sage, da steht es. Leute, schlagen das auf. Leute, schreibt euch das auf. Ich pinne das immer an. Was soll ich denn noch ehrlicher als das sein? Was sollen wir denn noch machen? Ja. Und die lesen alles und die sind gar nicht schockiert. Und dann habe ich mir gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil sie einfach diesen Geist und diesen Geist von Dämonen in sich haben. Deswegen ist das die einzige Erklärung, was ich sehe. Möchtest du noch was sagen? Dann hole ich den nächsten rein, meine Liebe. Ja, ich komme aus Frankreich für die Fragen. Ja, nur noch letzte Frage für diesen, der gerade jetzt bei dir drinnen war. Ich wusste, ich habe direkt gewusst, also irgendwie, ich hatte so ein Gefühl. Ich hatte das sofort, sofort. Ja, genau. Als er auf einmal gesagt hat, ich bin Muslim, habe ich das im Hintergrund gehört. Und dann hat er so sich Schafskleider angezogen. Der wollte natürlich ein bisschen die Christen, hast du gesehen, wie auf einmal die ganzen Geschwister so ganz leicht, leicht lockerfüßig dann auf einmal, wo ich wieder reinkam, haben die auf einmal geschrieben, oh, der ist ganz nett, ganz toll und ganz, siehst du, wie die auf jemanden hereinfallen, der ihnen nur ein bisschen schmeichelt. Das ist unfassbar. Leute, ihr müsst die Geister prüfen. Das ist doch nicht normal. Warum sagt der Herr Jesus Christus das doch zu uns? Der Herr Jesus würde doch nicht umsonst sagen, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Die kommen in Schlafskleidern zu euch. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Was meinst du, wenn er die Möglichkeit hätte, seine Religion wahrhaftig zu praktizieren? Sie würden keine Sekunde zögern, euch alle Nacken zu therapieren. Selbst der letzte Euro-Muslim würde das machen. Natürlich. Aber das war richtig komisch irgendwie, wie er so heuchlerisch nett war irgendwie. Und was auch komisch war, meine Frau ist Christin, meine Mutter ist Christin, dies, dies, das. Und ich denke, das war... Der hat sich vertan. Der hat sich vertan. Erstmal hat er gesagt, meine Mutter ist Christin. Und dann auf einmal sagt er, meine Frau ist Christin. Und dann habe ich gesagt, du hast doch gesagt, deine Mutter ist Christin. Ne, ne, meine Frau ist auch Christin. Auf einmal. Alles Lüge. Alles Lüge. Egal. Auf jeden Fall. Und ich muss immer so viel lachen. Dank dir. Alles sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich. Dich auch. Ich habe eine Frage. Glaubst du an einmal gerettet und immer gerettet? Ja, wenn du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, kann dich niemand aus der Hand des Herrn Jesus Christus reißen. Das sagt er selber. Niemand kann es aus meiner Hand reißen. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie hören meine Stimme und sie sind meine Schafe und ich gebe ihnen ewiges Leben. Okay. Und was ist zum Beispiel, wenn man also in der Sünde lebt, ist man trotzdem gerettet? Also kann man trotzdem... Es kann sein, es kann sein, dass ein Wiedergeborener auch sündigt und der Herr Jesus Christus ihn dann aufgrund seiner zu vielen Sünden aus dem Leben reißt, damit seine Seele gerettet wird, aber sein Fleisch verdirbt. Also das heißt trotzdem, also wenn du jetzt zum Beispiel gerettet bist, kannst du verloren gehen? Nein, das kannst du nicht. Das ist das ja, was ich gerade erwähnt habe. Wenn du zu viel sündigst nach deiner Bekehrung und dann auf einmal anfängst zu viel zu sündigen, weil nach deiner Bekehrung wirst du ja Mühe geben und du hast ein ganz anderes Bewusstsein zu Sünde. Du wirst also die ganze Zeit versuchen, nichts zu tun. Aber wenn du auf einmal wieder gefallen bist und in Sünde gefallen bist, dann kann es sein, dass der Herr Jesus Christus dein Fleisch verdirbt, so wie es im ersten Korintherbrief mit dem Sohn und dem Vater und dem ausgespannten Frau, wo er mit der Frau verkehrt hatte, der Apostel Paulus ihm den Satan übergeben hat, damit am Tage der Auferstehung seine Seele gerettet wird, aber sein Fleisch jetzt verdirbt. Und da hat der Herr, lässt er dann seine Gnade von seiner Hand los. So ist das. Aber seine Seele ist gerettet. Okay, krass, okay. Krass, krass. Ja, ich habe ein bisschen... Sonst wären wir alle verloren, weil wir werden auch nach unserer Bekehrung sündigen. Das ist ja ganz klar. Ja, klar. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Fallen und Abfallen, glaubst du, oder nicht? Ja, das sowieso. Und verharren. Du darfst also nicht in der Sünde verharren und die ganze Zeit dabei bleiben. Also... Zum Beispiel, wenn du jetzt in der Unzucht lebst und die ganze Zeit in der Unzucht treibst, dann lebst du automatisch in Sünde, oder? Dann lebst du sowieso erstmal in Sünde, aber dann kann der Herr dich auch dementsprechend züchtigen und dein Leben von dir nehmen. Aber deine Seele ist gerettet. Das ist das. Wenn du auf einmal anfängst, viel zu sündigen, dann kann der Herr selber eingreifen und dich aus dem Leben reißen, damit aber wenigstens deine Seele gerettet wird. So ist das. Das heißt, wenn ich an Jesus Christus glaube, trotzdem ist meine Seele gerettet, auch wenn ich viel sündige. Du wirst sowieso immer sündigen. Nach deiner Bekehrung wirst du sowieso immer sündigen. Ja, klar. Aber du wirst ein anderes Bewusstsein zur Sünde bekommen. Das ist der immerweite Unterschied. Du wirst also nicht mehr wie vorher diese Brille aufgesetzt haben. Verstehst du? Guck mal, hier schon wieder diese, alles Kaffee ist. Schrecklich diese Leute. Die größte Kufanz bei uns dann sagt sie, alles Kaffee ist. Weißt du, was krass wäre? Wenn Pierre Vogel mit Roger Liby eine Debatte führen würde. Wie kannst du Pierre Vogel zu Roger Liby schicken? Allein dieser Vergleich schon zu ziehen. Roger Liby würde seinen Bart in so einmal umdrehen und ihn wieder dahin setzen lassen, wo er angefangen hat. Der würde ihn beerdigen. Natürlich. Roger Liby spricht sowohl erst mal sieben Sprachen. Er kennt die gesamte Bibel auswendig. Er weiß auch die jüdischen Traditionen. Wer will denn mit ihm denn debattieren? Hast du gesehen, was er mit diesem Rabbi Itkin gemacht hat? Ja, 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 ich habe gesehen. Aber... Er kennt auch die ganzen Rabbiner, die großen Rabbiner. Er kennt alle Aussagen. Er hat hier oben ein Computer oder ist es das? Ja, ja, das ist schon krass. Ich bin selber aus der Schweiz, weißt du. Ich war auch schon in seiner Gemeinde und so. Ja, man muss ihm schon sein, wie nennt man das? Seine Brille. Ja, genau. Man muss ihm sein Hack gehen, ne? Ja, genau. Ja, ja, wo da... Ja, er ist ein echter Gelehrter, ne? Also so, wie man es so kennt. Ein echter Gelehrter, der sich auskennt mit der Bibel. Warst du schon mal in Israel? Nee, aber ist auch einer meiner Träume, da einmal hinzu... Einmal im Jordan mal... Ja, wirklich, wirklich, meins auch. Naja, vielleicht wird das eines Tages in Erfüllung gehen, aber bei uns Iranern ist das normal heftig. Ja, wenn ein Iraner nach Israel reist und der Stempel von Israel in seinem Pass ist, dann darf er auch niemals mehr in den Iran reisen. Aber für mich ist das ja sowieso egal. Nein, wirklich. Ich bin ja sowieso zum Tode verurteilt in meinem Land. Aber hast du nicht den deutschen Pass? Doch, doch, ich hab den deutschen Pass. Ach, dann kannst du ja... also dann kannst du bestimmt nach Israel gehen. Ja. Ja, warte mal, wer nennt hier jemanden Haarsohn? Oh... Ja... Ja, die können das nicht lassen, ne? Ja, das ist echt... Egal, Jesus... Achso, ja, diese Kaffee, da hat sich gemeldet. Mach's gut, Sarah. Gott segne dich und deine Familie. Ab auf die Stummschaltbank. Tschüss! Bruder, du musst die alle einfach blockieren. Ich sag dir ehrlich. Ja, aber die tun mir leid, weißt du, die tun mir leid. Sie wissen nicht, was die tun. Sie wissen nicht. Ich will sie... Ich will sie halt, ähm, ja, versuchen, noch so gut es geht, äh, durch ihr... also durch... in ihr Herz zu reden. Auf jeden Fall. Bruder, weißt du, dieser Pierre Vogel hat in der Schweiz, äh, Schweizer Brot, der darf in die Schweiz nicht einreißen. Ja, Gott sei Dank, da kann er den Hass gerade nicht weiterverbreiten. Ja, genau, genau. Ja, aber gut, was soll er denn da? Er kann ja durch das Internet, kann er sehr viele Menschen erreichen, von daher braucht er nirgendswohin zu reisen. Er hat leider eben ein Kollege von mir auch vergiftet, leider. Also ein sehr guter Kollege. Ja, dieser Lease-Projekt damals waren sie in der Schweiz und haben den Koran verteilt und so, weißt du. Hm. Ja, leider. Ja, genau, ja. Hast du noch eine Frage? Nein, für mich ist es gut, Bruder. Gott sägen dich und deine Familie. Gott sägen dich auch. Alles, der dich auch, mein Lieber. Ciao, ciao, Bruder. Ciao. Hallo, Amir. I'm a Muslim, but I love all the peoples in the world. And my wife is Christian. Du sprichst doch Deutsch. Du sprichst doch Deutsch. Ich weiß doch, mein... Man hört das an dein Akzent. Ich weiß doch, grüß dich, signe dich und deine Familie, Bruder. Wir haben doch schon etwas gemacht. Da kann mir keiner was vormachen. Ich habe sofort erkannt, wenn niemand... Wir haben doch schon alles zusammen geredet. Ey, nee, ganz ehrlich. Das hat nichts damit zu tun. Ich erkenne sofort, wenn jemand aus Deutschland auf einmal Englisch spricht. Naja, aber der Typ war wirklich, aber ey, man muss trotzdem sagen, du hast richtig... Man kann nicht zu dir sagen, du bist ein Heuchler. Weißt du, ein anderer, der hätte so ein bisschen eingenickt und hätte gesagt, ja, guck mal, der ist nett. Aber du bist trotzdem mit harten Worten zu ihm hingegangen, weißt du? Ja. Du hast nicht so... Du bist nicht so... Meiner Linie bleibe ich treu. Egal, was er von mir hält. Das ist mir völlig egal. Das ist schon stark. Das würden nicht viele machen, weißt du? Du bist trotzdem, hast ihm gesagt, hey, hör zu, deine Religion so... Ja, direkt. Einfach direkt sein. Ehrlich sein. Direkt. Und dann wird er schon... Dann wird er merken, entweder er mag diese direkte Art, oder er sagt, nein, ich komme damit nicht klar. Eins von beiden. Viele lieben diese direkte Art, aber viele mögen das auch nicht so. Verstehst du? Ja. Und wie er sich dann natürlich gezeigt hat, das war wirklich... Habt ihr das alle gesehen? Damit das eine Lehre für uns ist, dass diese Leute in Schafskleidern zu uns kommen, aber inwendig reißende Wölfe sind. Und diese Itakulla, die Arme, die dann auf einmal gesagt hat, oh, wie wundervoll, oh, was für ein toller Muslim. Und dann musste sie mit ansehen, was für ein Widerling das ist, ey. Was ich dich eigentlich fragen wollte, wieso argumentierst du nicht zum Beispiel, dass sie nach Mekka gehen und einen Stein anbeten? Wovon... Ja, das wäre alles im Nachhinein gekommen, aber der Typ hat ja sein wahres Gesicht ja gezeigt. Aber warum sehen, jetzt mal ohne Spaß, wieso sehen die das nicht als Götzendienst an sonst? Also die nennen uns Götzendiener, aber wieso nennen die das? Ja, Heuchelei. Pure Heuchelei. Wenn mir jemand sagt, dass das Gott von uns verlangt, dass wir einen riesen Stein, einen Würfel siebenmal umrunden, dort hinzulaufen, um einen schwarzen, wertlosen Stein zu küssen, dann würde ich mich sofort fragen, Gott, warum verfrachtest du mich im Götzendienst? Das ist doch nicht in Ordnung. Und ich bin ja nicht der Einzige, der diese Aussage teilt. Schau dir mal an, was der zweite Kalif zu dem Thema sei. Passt mal auf, Leute, komm mal hier. Amir, ich muss ganz kurz das Mikrofon kurz ausmachen, aber ich bin noch kurz da. Ich komme gleich. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Zai Bukhari, 15,97. Ich bin nicht der Einzige, dem das Ganze als Götzendienst vorkommt. Ich bin nicht der Einzige, der Steine küssen wie Gott zum Götzendienst vorkommt. Guck mal hier. Zai Bukhari, 15,97. Ich bin nicht der Einzige. Ich zitiere. Omar näherte sich dem schwarzen Stein, küsste ihn und sagte, kein Zweifel, ich weiß, dass du ein Stein bist und niemandem nützen noch schaden kannst. Hätte ich nicht gesehen, wie Allahs Gesandter dich geküsst hätte, hätte ich dich niemals geküsst. Siehst du? Omar wusste, dass es Götzendienst ist. Omar wusste, dass es der letzte Götzenkult ist. Aber weil Muhammad das getan hat, hat er es auch getan. Nein? Shogamellen, hör auf, sowas zu schreiben mit Bukhari, 15,97. Nein, das habe ich nicht gesagt. Bukhari, 15,97. Ich habe niemals was für einen Doppelpunkt erwähnt. Ihr müsst mir zuhören und richtig die Quellen da reinschreiben. Zai Bukhari, 15,97. Genau, 24X hat es genau richtig geschrieben. Zai Bukhari, 15,97. Genau, Zai Al-Bukhari, 15,97. Das kann jeder von euch nachschlagen und nachlesen. Und dann werdet ihr sehen, dass dieser Stein laut Omar ein nutzloser Stein ist. Und hätte er nicht gesehen, dass Gesandter Allahs ihn geküsst hätte, hätte er ihn geküsst. Dein Brate. Bratan. Bratan, Bratinas, Bratukis. Wie sagt dieser Kapital-Kraima? Bratinas, Bratanas, Bratukis. Du bist besessen von Islam. Nein, ich nehme nur diese Religion auseinander. Die Lügen verbreitet über unsere, sowieso über den christlichen Glauben, über den Herrn Jesus Christus. Und Mohammed behauptet, ein Prophet Gottes zu sein. Ja, super. Soll ich dann meinen Mund halten und sagen, mach mal einfach weiter, ist doch kein Problem. Während Muslime reihenweise in den ewigen Feuer reinrasen. Nein, 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 nein. Das sei ferne. Wo ist Reza? Reza ist auf der Couch. Der macht sich immer den Gemütlichen. Er möchte nicht aus sich herauskommen. Der ist immer müde. Ich bin auch todesmüde. Aber dennoch geben wir alles für den Herrn. Alles. Hörst du das? Reesmann. Alles geben. Selbst wenn man müde ist. Ich bin auch todes-K.O. Kaputt. Aber der Herr Jesus Christus hat ein... Hat Vorrang. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo. Moin. Ja. Alles klar? Ich höre dich voll schlecht. Hallo? Du hörst mich schon gut. Ach so, du redest nicht. Hi. Ich kenne dich nicht. Ich habe so ein paar Male so dich mal live gesehen. Habe mal zwischendurch manchmal in Kommentare so geschrieben. Aber geht ja voll offensiv bei dir in Kommentare so. Ja, aber mir ist einiges los. Ich habe mal so geschrieben. Leben und leben lassen. Also vorab zur Info. Ich bin kein Moslem, aber auch kein Christ. Man lebt einfach seine Religion aus. Ich finde so, warum muss man immer vergleichen? Immer so und so. Die Religion ist zwischen mir und Gott. So und fertig, weißt du? Durch diese Vergleichen kommen immer so unnötige Streitigkeiten und so. Und das finde ich voll krass. Wäre der Koran niemals in die Welt gekommen, würde es auch niemals zu solchen Streitigkeiten kommen. Aber der Gott des Islams war ja unfähig, auf sein Wort aufzupassen und behauptet einfach, dass die Bibel verfälscht ist. So, und an uns Christen liegt es, das klarzustellen und das Ganze dann auf den Tisch zu bringen, die Fakten. Verstehst du? Aber findest du nicht so, guck mal zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu dir ankommt und sagt, dein Glaube, das ist falsch, was du machst und so. Dadurch entstehen doch so Streitigkeiten. Verstehst du, was ich meine? Und ich persönlich habe sehr, sehr viele muslimische Freunde, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin und Gott sei Dank, wirklich, muss ich sagen, nie in solcher Form irgendwelche Probleme gehabt. Weil wir inspektieren uns gegenseitig. Verstehst du, was ich meine? Was machst du denn eines Tages, wenn sie zum Beispiel die Mehrheit bilden und aufgrund dieser Mehrheit dich dann unterdrücken und dich zum Islam zwingen, weil es ihre Religion so befiehlt? Also bis jetzt nie vorgestellt, nie passiert, nie gedacht. Jetzt sagen die nicht die Wahrheit über den Islam, das ist das Problem. Ja, aber ich habe Gott sei Dank, sage ich mal, die Freunde, die ich habe, ich bin von klein aus mit denen aufgewachsen, die sind nicht so. Kann ich dir wirklich offen und ehrlich sagen. Okay, das ist ja kein Punkt, die sind nicht so. Merkst du nicht vielleicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Muslime, die in der Minderheit sind und Muslime, wo sie die Mehrheit bilden? Ist dir das nicht mal aufgefallen, da wo Muslime die Mehrheit bilden, wie es dann zur Sache geht, wie Juden und Christen und alle Andersgläubigen behandelt werden? Ist das schon mal aufgefallen? Meine Religion, ich bin zum Beispiel Hindu, weißt du, wir sind sehr... Du hast doch gerade eben gesagt, du hast keine Religion. Nein, ich habe gesagt, ich bin weder Muslim und weder Christ. Ich bin gar nicht von den beiden, das meinte ich. Ich bin Hindu. Zum Beispiel bei uns ist das halt so, wir sind sehr wenige, sage ich mal, hier in Deutschland vertreten. Und ich habe wirklich in keinster Weise, so persönlich gesehen, in keinster Weise irgendwie so ein Gefühl gehabt von den Leuten, die ich kenne. Vielleicht im Internet und so, ja, sage ich nicht nein. So unter Kommentare vielleicht. Aber so Leute, die ich kenne, nie in irgendeiner Form sowas gehört. Du weißt sogar, du hast doch überhaupt keine Ahnung von der islamischen Terminologie der Täuschung. Der Muslim darf laut seiner Religion dir schmeicheln und dir anlügen und dir Honig um den Mund schmieren, um dich in den Islam reinzuholen. Das ist dem Muslim erlaubt, durch seine Gelehrten wie Sheikh Mohammed Sauli Al-Munajid und Al-Husaymin. Diese Namen musst du dir merken und das Ganze dann mal durchgehen, was sie zum Thema, sich unter den Kuffar zu vermischen, was das Urteil darüber ist, sich unter den Kuffar zu vermischen. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber unter Bedingungen kann der Muslim den Nicht-Muslim schmeicheln und ihn anlügen, was den Islam betrifft, um ihn in den Islam reinzuholen. Denn wenn du einmal im Islam drin bist, kommst du auch ohne deinen Kopf nicht mehr raus. Meinst du denn wirklich, dass es jeder so sein muss, jeder Muslime so denkt auch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mein... Ich habe nicht gesagt jeder, aber sobald sich ein Muslim mit seinen Schriften auseinandersetzt und vergiftet ist von diesem islamischen Geist, dann weißt du, was zu tun ist, weil Allah das von ihm verlangt. Das kannst du dir merken, in Surah 3, Vers 28, da haben wir eine Begebenheit, in der es in der islamischen Literatur darum geht, dass einer der Sahaba, das ist der Abu Ad-Darda, unter der Autorität der unglaublichen Macht stand und er keine andere Wahl hatte, als sich unterzuordnen. Und dann sagte er, dass er in die Gesichter mancher Nicht-Muslime lächelte, während sein Herz diese Menschen verfluchte. Es ist dem Muslim nicht erlaubt, äußerlich Liebe zu den Kuffar zu zeigen. Er darf ihnen mit der Zunge schmeicheln. Innerlich muss er sie verfluchen und das sagen die Ausleger des Islams. Heftig, ne? Das heißt, diese Kollegen von dir, die das zu dir machen, so nett sind, da musst du sie fragen, bist du jetzt gerade nett zu mir, weil du mich als Mensch warst oder praktizierst du gerade deine Religion, um mich in den Islam reinzuholen? Man weiß es ja nicht, das ist das Problem. Wie gut kennen sie sich denn aus? Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, seit einem Jahr solche Freunde hast, ist das was anderes, als wenn du jetzt seit 25 Jahren mit den Jungs aufgewachsen bist. Verstehst du? Und man geht, man kennt die Familie, man geht dahin, man ist mit der Familie zusammen aufgewachsen, das ist dann wiederum was anderes. Weißt du, ich kann zum Beispiel nicht nur von meinen Freunden behaupten, sondern auch von der ganzen Familie, kann ich das so mitsagen. Verstehst du? Ja. Gott sei Dank habe ich das, sag ich mal, noch nie so gespürt, so selber. Das Problem ist meistens immer, ich hasse wirklich, wenn wegen Religion so Streitigkeiten passieren, Kriege passieren und so. Und auf der Welt weißt du selber, wie viel Kriege wirklich wegen Religion passiert. Und das ist doch wirklich irgendwie... Du kannst dir das merken, was ich dir jetzt zeige, kannst du dir merken und deinen muslimischen Freunden mal zeigen und sie mal befragen, was das Ganze auf sich hat. Guck mal hier, das ist die Sura 3, Vers 28 und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte der Gelehrten. Guck mal, was die dazu sagen. Die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht zu Freunden nehmen, statt der Gläubigen. Und wer das tut, dem wird Allah in keiner Weise helfen, es sei denn, du fürchtest wirklich eine Gefahr von ihnen. Und Allah warnt euch vor sich selbst. Und zu Allah ist die endgültige Rückkehr. Und jetzt kommt die Auslegung zu dem Vers. Hört euch das mal bitte an, auch an alle, die hier drin sind. Das Verbot, die Ungläubigen zu Freunden zu nehmen. Allah verbot seinen gläubigen Dienern Unterstützer der Ungläubigen zu werden oder sie als Gefährten zu nehmen. Und, äh... 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 Seid ihr des Wahnsinns? Ihr wundert euch, warum es so viele Organisationen gibt, die im Namen eures Gottes am, äh... Nackentherapieren sind. Und dann lese ich auf einmal, dass sie genau das vollziehen, was ihr Gott eigentlich da von ihnen verlangt. Seid ihr wahnsinnig, oder was ist los? Ja, aber man hat ja irgendwo, sag ich mal, auch einen klaren Menschenverstand. Versteht was? Ja, ja, ich weiß. Klaren Menschenverstand. Genau. Ich hoffe, dein klarer Menschenverstand wird auch eines Tages wiederbelebt. Hm. Oh, ja, Doktor Cheikh Abouamir. Was, da sieht hier alles anders aus? Hahaha, das ist krass. Hahaha, das ist heftig. Hahaha. Aber wenigstens habt ihr das gehört, eins zu eins, schaut euch das bitte an. Was der Ibn Kassir sagt zum Thema Lügerei im Islam. Hahaha. Was ist das für eine Religion, Mann? Man darf äußerlich den ungläubigen Freundschaft erweisen, aber niemals innerlich. das heißt, jedes Mal, wenn wir mit einem Muslim so befreundet sind, oder was? Hi. Das heißt, jedes Mal, wir wissen ja nicht, ob der da sogar Freunde sind, oder was? Hi. Das heißt, jedes Mal, wir wissen ja nicht, ob der da sogar Freunde ist, ey. Hallo, grüß dich. Das heißt, jedes Mal, wir wissen ja nicht, ob... Oha, was geht jetzt hier ab, Alter? Wieso hast du diesen Hindu gerade rausgekickt, ja? Ja, ich konnte sich irgendwann mal gegen mich, das reicht doch. Er hat eigentlich eine vernünftige Denkweise. Ich wollte ihn nach seiner ehrlichen Meinung dazu fragen. Ich wollte, dass er aufrichtig einfach mal menschlich urteilt, was er davon hält, wenn man ihm sowas vorliest, was dieser Gott den Gläubigen da von ihm verlangt, ja. Amir, was meinst du, was mit einem Menschen passiert, der gar nicht religiös ist? Also auf der Erde gesehen, nicht nach dem Tod, ne? Also was ist das für ein Mensch für dich? Erstmal ein Ungläubiger, aber ich gehe nicht hin und verpasse ihm eine Nackentherapie. Das ist sowieso geisteskrank. Man kann doch nicht einfach Menschen für irgendwas, weiß ich nicht, bestrafen oder verurteilen und irgendwelche, keine Ahnung, Alter, was man da alles den Menschen antut, weil die nicht dem gleichen Glaubensmuster angehören, wie was du denkst oder was der andere denkt. Aber ich meine, was würdest du machen, wenn du jetzt nicht religiös wärst oder wenn du jetzt gar kein Glauben hättest? Was denkst du, was du für ein Mensch wärst? Würdest du jetzt Alkohol trinken? Würdest du feiern gehen? Würdest du jetzt Frauen treffen? Was würdest du an der Stelle... Ich könnte jetzt mit dir hier rumspekulieren, was, wie, wo, wann. Da kommen wir doch nicht weiter. Also was ist das bitte? Bringt uns das weiter? Ja, in einer Hinsicht schon, weil ich mich frage, ob der Mensch eine Blockade in sich hat, wenn er nicht glaubt, dass er einfach diese Blockade... Also wie gesagt, er würde gerne feiern gehen, vielleicht, er würde gerne sich mit Frauen treffen, aber aufgrund seines Glaubens... Jemand, der nicht im Glauben ist, der hat auch gar kein Problem, rauszugehen, irgendwas zu machen, die ganz der heftigsten Sachen da zu tun. Aber jemand, der im Glauben ist und einen Herrn über sich hat, der wird sich alles daran geben, ein anderes Leben zu führen, als er vorher gelebt hat. Verstehst du? Etekula, komm, ich kann das nicht mehr hören. Gute Nacht, mach's gut. Ich hoffe natürlich, dass du nicht von den 72 Jungmännern träumst. Ich kann dich mehr hören. Ja, die Arme, die tun mir leiden an dieser Etekulae. Die kam einmal rein, sie hat sich angehört wie Mickey Maus, original. Und dann sagt die gerade, weil sie sich so ein bisschen jetzt geschämt hat, sagt sie, ich war erkältet. Oh, was sie da sagen, ich war erkältet. Nein, die hat einfach so eine richtig süße Mickey Maus-Stimme. Die kleine Mickey Maus ist das, die mit ihrem Nikar. Aber eins muss ich euch schon allen lassen, also die auf TikTok so aktiv religiöse Sachen betreiben. Irgendwie haben diese ganzen TikTok-Videos mich dazu gebracht, dass ich mich komplett von allen Religionen losgelöst habe, oder? Ich weiß nicht, ich habe mich komplett... Guck mal, die nennen mich respektlos, obwohl Etekula das genau verstanden hat, wie ich es gemeint habe. Ja. Also diese ganzen Debatten und diese ganzen Diskussionen, wer hat recht? Ich meine, der eine hat recht. Ja, du hast auch in vielen Punkten recht. Ich sage nicht, dass du Unrecht hast. Du setzt dich ja auch damit auseinander. Aber dann gehst du in anderen Debatten rein, dann haben die da recht. Und ich bin momentan so ein Punkt angekommen, ich glaube irgendwie an gar nichts mehr, Bruder. Alles, was vorhanden auf diesem Planeten gewesen ist, ist irgendwie menschengemacht, denke ich, fertig. Ich glaube, diese Antwort, wer Gott ist, werden wir niemals herausfinden. Es sei denn, man arbeitet halt mit den Quellen, die einem zur Verfügung gestellt sind. Doch, der Herr Jesus Christus hat uns doch die Beweise gebracht, was Gott wundervoll ist und Prophezeiungen vorzuweisen hat. Und zwar nicht nur ein, zwei oder drei, nein, 3.248. Da können wir doch nicht mehr sagen, dass das von einem Menschen in die Welt gebracht wurde. Nein, wir müssen einiges auch akzeptieren und sagen, ja, Gott existiert. Gott wird auch sein Wort in Erfüllung bringen, was er schon die ganze Zeit getan hat. Und wir müssen auch bedacht sein, uns wirklich in seine Richtung zu bewegen. Das ist das. Ich sage dir, mein Lieber, es ist besser, dass du an den Herrn Jesus Christus und an sein Werk am Kreuz glaubst, anstatt du ungläubig durch diese Welt wandelst. Besser ist es, an Jesus Christus zu glauben, als überhaupt gar kein Glauben zu haben. Du hast doch erstens das beste Vorbild aller Zeiten, der nie gesündigt hat, der nie irgendetwas Böses getan hat. Zweitens hast du den behaftigen Gott und das ewige Leben gefunden. Drittens garantiert er dir sogar, dass deine Seele gerettet wird. Aber was gibt es denn Schöneres als das? Da sagt der Jesus Christus. Die Vorstellung ist ja schön, Bruder, aber das kann man doch alles gar nicht beweisen. Es sei denn, ich weiß, das nervt dich jetzt, wenn ich so denke und so rede. Man kann doch aber nur aus der Quelle der Bibel oder aus biblischen Schriften oder aus der Sicht der Muslimen oder aus den, man kann ja nur mit diesen Sachen arbeiten. Also wenn ich jetzt einfach in der Natur ausgesetzt bin, gibt es doch kein, es gibt doch, ich kann doch nur mit natürlichen Sachen arbeiten. Ich kann die Tierwelt angucken, ich kann die Pflanzen angucken, ich kann meine Hände angucken, ich kann alles mit dem, mit meinen fünf Sinnen, was ich erfassen kann, damit kann ich arbeiten. Wenn ich jetzt alle Bücher und alle Lehren weglasse, verstehst du? Das ist mein Problem. Also muss mein Kopf irgendwas lesen oder irgendwas, um Gott zu begreifen, das macht mir keinen Sinn einfach. Warum lest du denn nicht seine Schrift, die Bibel? Oder hast du schon mal angefangen, die Bibel zu lesen? Aber warum muss ich das denn lesen, um eine These und meinen Kopf über ihn zu bilden? Aber du hast doch gerade eben gesagt, ich möchte was lesen. Nein, warum muss ich etwas lesen, was vorhanden ist, was geschrieben wurde von Menschen, die vorher als ich gelebt haben? Weißt du, es muss ja irgendwie sein, dass man nach 3.000, 4.000 Jahren trotzdem an einem Punkt ist und von der Natur aus erfassen kann, dass Gott da ist, ohne dass er das lesen muss. Das musst du doch gar nicht. Der Herr zwingt dich doch nicht, wie der Islam an ihn zu glauben. Der Gott des Islams zwingt die Menschen, an ihn zu glauben. Der Bibel lässt ja die freie Wahl. Du kannst machen, was auch immer du möchtest. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Das Problem ist, mein Lieber, Gott ist ja Liebe und aus Liebe heraus lässt er die freie Wahl. Er zwingt dich ja nicht, an ihn zu glauben. Das ist das ja. Er ist ja nicht wie der Gott des Islams, der sagt in Surah 9, Vers 5, verpasst den Nackentherapie und lauert ihn auf aus jedem Hinterhalt und und und. Bis sie das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und und und. Nein, der Herr sagt, ich lasse euch aus Liebe die freie Wahl. Ihr könnt entweder zu mir kommen oder ihr könnt euch gegen mich entscheiden. Ihr seid eures eigenes Glückes Schmied. Ja gut. Das ist halt aus der biblischen Perspektive jetzt. Aus der christlichen. Das ist nicht die richtige Perspektive. Das ist nicht die richtige Perspektive. Ich stelle mir vor, jemand kommt mit dem Schwert an deinen Kopf und sagt, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder dein Kopf geht flöten. Das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. In dieser Hinsicht gebe ich dir recht. Das ist falsch. Das kann man nicht machen. Das kann man auf jeden Fall nicht machen. Ich meine, dass der blutige Weg von Mohammed ein falscher Weg war mit seinem Gott. Der Mohammed hat also Territorien erobert und die Menschen zum Islam gezwungen. Und das wissen die Gelehrten auch. Und sie geben es ja heute auch zu. Was für mich natürlich absolut unglaublich ist, dass es Gelehrte gibt, die das zugeben und die Geschichte des Islams einst du eins auch noch so glorifizieren und dann sagen, das ist das Schönste überhaupt. Gott sei Dank wurden meine Verwandten gekillt und ich heute Muslim bin. Das ist unglaublich für mich, Mann. Also psychologisch würde ich das jetzt so erklären, dass der Mensch einfach eine Antwort, eine plausible Antwort braucht, was nach dem Tod geschieht, weil ihm seine Nicht-Existenz irgendwie Sorgen bereitet, weil er sich das nicht vorstellen kann, dass er eines Tages nicht mehr existieren wird, obwohl es ihn mal gab. Und das fühlt sich halt für ihn ein bisschen traurig an, fühlt sich wie eine Leere an. Mich gibt es irgendwann nicht mehr, ich bin nicht mehr da und natürlich will man immer Antworten haben auf etwas und man kann ja nur damit arbeiten, was einem Menschen geboten wird. Wenn es keine Religion gegeben hätte, frage ich mich, womit wir jetzt gearbeitet hätten, worüber wir jetzt diskutieren würden, was dann unsere Argumentationspunkte wären. Dann haben wir immer noch die Schöpfung. Wir würden immer noch trotzdem nach Gott schreien. Glaube es mir, Gott hat uns das in unser Herz gelegt, dass wir nach Gott suchen. Und wenn wir nach ihm suchen, so wird er sich finden lassen. Das ist das. Ja, das stimmt. Also ich würde das damit erklären, dass wir halt nach plausiblen Erklärungen suchen. Ja. Wir können schon fassen, wir können verstehen, wir können verstehen, dass alles so ein... Aber wir sind uns einig, dass wenn ein Gott daherkommt und sagt, ich verspreche dir 72 Jungfrauen im Himmel und der Hintern dieser Rudis, dieser Frauen wird 1,6 Kilometer breit sein, können wir dann wenigstens diesen Punkt haben, wo wir sagen, das ist das Allerschlimmste und Letzte, was wir jemals gehört haben? Mit sowas kann ich nicht arbeiten. Also das ist für mich nicht irgendwie so, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich einfach komisch an. Ich bin dir ehrlich, also für mich ist sowieso Geschlechtsverkehr ein Akt, was man auf der Erde durchführt, damit man Kinder zeugt, weil es seine Genen hinterlässt. Warum hat Gott uns den Geschlechtsakt gegeben, wofür hat er uns das gegeben, mit dem Geschlechtsverkehr? Was meinst du? Damit wir Kinder zeugen können. Sehr gut. Fortpflanzung hat er uns das gegeben. Ja, Fortpflanzung. Das noch weiterzumachen. Es ist doch nicht ein Paradies oder sowas. So sieht es aus. Was soll ich denn mit Geschlechtsverkehr im Paradies? Genau, Fortpflanzung. Genau, für die Fortpflanzung. Daran sehen wir, dass der Gott des Islams nur mit fleischlichen Begehrden lockt. Was wünsche ich denn ein Mann mehr? Also jemand, der die ganze Zeit nur fleischlich unterwegs ist. Die Araber im damaligen Saudi-Arabien haben sich so riesen Hintern gewünscht von Frauen. Das hat die Mohammed alles versprochen. Üppel geschwellene, du weißt schon, riesen Hintern. Das hat die Araber damals sehr, sehr angelockt. Und sie waren bereit für Mohammed, dann auch zu kämpfen für diese jungen Frauen. Ich verstehe, was du meinst. Wenn dich jemand also mit solchen weltlichen Begierden lockt, dann weißt du, dass da irgendwie was Bösartiges hintersteckt. Absolut. Also ich merke das sofort. Ja, das stimmt. Für mich ist es wie gesagt die Schlechtsverkehr im Edelischen Akt. Das macht ja auch von der Sicht keinen Sinn, wenn man auf der Erde seine Blicke senken soll und dann mit 72 Frauen irgendwie sich vergnügen darf am Ende. Ja, aber Moment. Das Heftige ist ja, die senken ihre Blicke ja in die Sides. Jetzt guck dir das mal an. Aber ihr eigener Prophet sagt, ein Mann und eine Frau dürfen nicht zusammen in einem Raum sitzen. Denn es dürfen nur Mahram zu Mahram. Und das Problem oder beziehungsweise, dass die Lösung des Problems ist, dass der Mann, dass die Frau dem Mann fünfmal am Tag die Dings zum Nuckeln geben soll. Heftig. Die gucken Frauen nicht an und gucken auf den Boden, aber nuckeln die Bunken von denen. Ich weiß halt nicht, ob das so alte Traditionen waren. Ich weiß halt nicht, warum die das gemacht haben, wieso die das gemacht haben. Und es ist halt unlogisch. Zu heutiger Zeit definitiv wird keiner machen, wird auch keiner akzeptieren, dass man sowas macht bei seiner eigenen Geschwister oder Mütter oder weiß ich nicht was. Das wird keinen gesunden Menschen zulassen. Das ist das Problem. Stell dir mal vor, es gibt tausende Millionen von Muslimen, die Mohammed ja über alles lieben. Und dann lesen die auf einmal sowas in ihrer Überlieferung und das wurde als authentisch befunden. Es gibt Muslime auf der Welt, die sowas praktizieren, wie da Al-Kabir. Das Stillen eines Erwachsenen. Ja, wie gesagt, vielleicht wird es ja sowas noch in der alten indurinen Völkern vielleicht noch finden. Vielleicht die im Dschungel leben oder solche Sachen. So alte Völker, die vielleicht auch noch solche Praktiken betreiben würden. oder vielleicht gab es ja auch mal sowas. Siehst du, da kommt das von diesen primitiven Völkern, die überhaupt gar keine Ahnung von Ethik, Moral und Anstand besitzen. Warum kommt auf einmal Mohammed, der beste Mensch der Welt, laut Muslime, der mit so einer Praktik um die Ecke kommt? Mit Zeit, Eher, Hurerei, mit Rida Al-Kabir, mit Hass, Frauenfäcke, du weißt schon. Ja, gute Frage. Von wo er das übernommen hat oder von wo, ich denke mal nicht, dass er das selber erfunden hat, oder? Nee, das hat ja nichts mit Erfindung zu tun. Vielleicht, wenn man weiter die Geschichte vielleicht zurückverfolgt, gab es vielleicht schon diese Praktiken, die hat er eventuell übernommen oder weitergeleitet in seinen Werken. Nee, das Problem ist ja, der Herr Jesus Christus gibt uns Kriterien an falschen Propheten zu entlarven. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der Mohammed behauptet ja, ein Prophet Gottes zu sein. Und dass er nach so 53 Vers 1 bis 3 die Sachen, die er macht, Gott ihm gesagt hat, dass er das machen soll. Aber wir in der Bibel niemals finden, dass Gott die Leute zu irgendwelchen sündigen Taten so drängt. Verstehst du? Das ist das Problem hier. Der Gott des Islams drängt Mohammed, diese Sachen zu tun. Der Gott der Bibel verurteilt die Leute, die sowas getan haben. Beispielsweise David. Er hat ja unglaublich schlimme Dinge getan. Gott hat seine Kinder getötet aufgrund seiner Sünde, die er die ganze Zeit begangen hat. Und David hat zu Gott geschrien, Gott, bitte vergib mir aufgrund seiner Taten. Aber bei Mohammed ist es genau andersrum. Bei Mohammed ist es genau andersrum. Allah ist es, der ihm diese ganzen Taten gibt und sagt, dass du es machen sollst. Siehst du den Unterschied? Der eine schreit zu Gott, der andere sagt, oh, danke Gott, dass du mir diese wundervollen Sachen gegeben hast. Ich darf mit so vielen Frauen schlafen, wie ich möchte, vorausgesetzt, dass ich sie will. Ich darf ein Kleinkind heiraten, ich darf Frauen vergehen, ich darf 13 reguläre Frauen haben, obwohl du gesagt hast, vier Frauen. Ich darf die Zunge in den Mund eines Kleinkindes stecken, ich darf Babys begehren. Was soll das, Mann? Ich verstehe, was du meinst. Also vielleicht von den drei monotheistischen Religionen, die vorhanden sind, ich habe mich damit noch nie so richtig befasst. Vielleicht die Bibel, das Christentum, vielleicht die barmherzigste Version davon. Weißt du, aber ob das wiederum die totale Wahrheit ist, das ist halt die Sache. Und ich bin immer so ein Mensch, der sich nur, der wirklich die gesamte Wahrheit wissen will. Und wir wissen beide, dass zum Thema Glauben halt immer so eine Prise Glaube dazu gehört. Man kann es halt nicht hundertprozentig beweisen. Ich will nicht sagen, dass Jesus nicht existent gewesen ist. Aber so eine Prise Glauben muss man halt drangehen und sagen, okay, ich kann es nicht komplett wissen, ich kann es halt vermuten, dass es so sein könnte, aber komplett darauf beharren und das nur im Recht oder im Kern des Lichtes als wahr anzusehen. Wenn du zum Beispiel jemanden als Vorbild nehmen müsstest, der solche Taten begangen hat und du hast aber die Wahl zwischen Jesus und Mohammed, wen würdest du eher folgen, Jesus oder Mohammed? Wenn du dir die zwei Leben betrachtest, worauf die Christen sich berufen, wem sie folgen und worauf die Muslime sich berufen und du siehst auf einmal das Leben von Mohammed und du siehst das Leben von Jesus. Wer würde sich für Mohammed entscheiden und wer würde sich für Jesus entscheiden? Und bedenke, die ganzen Sachen hat er im Hinterkopf, was Mohammed so getan hat in seinem Leben. Ja gut, von dem, was ich jetzt hier alles gehört habe und so, natürlich würde ich mich dann für die warmherzigere Version entscheiden, das wäre Jesus dann so. So einfach. Das meine ich, rein vom Herzen her. Du musst wirklich heftig sein, so ein Vorbild zu akzeptieren, der solche Dinge getan hat. Wenn du das alles herausgefunden hast und mir trotzdem sagst, dass das ein guter Mensch ist, hier irgendwas stimmt nicht mit dir, Hundertprozentig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, die Voraussetzung, wenn du das alles herausgefunden hast, ich meine nicht diese gehirngewaschenen Muslime, die sagen, Mohammed war der barmherzigste Mensch, weil sie das alles nicht herausgefunden haben, was ich herausgefunden habe. Das ist das. Ich meine nicht die. Ich meine die Dauerteams, die das alles wissen und ihren Propheten auch noch verteidigen und für Licht zu Finsternes erklären und Finsternes zu Licht. Ich habe das jetzt nicht aus der göttlichen Sicht betrachtet, sondern ich habe das jetzt so politisch gesehen. Wenn ich jetzt zwischen zwei Politikern wählen müsste, der eine ist wie Jesus und der andere ist wie Mohammed, sage ich mal, und er soll das Land anführen, dann würde ich mich halt für Jesus entscheiden, meine Stimme halt dafür abgeben. Das hört sich für mich ein bisschen friedvoller an, einfach. Wenn ich das aus der politischen Sicht betrachte, ich will jetzt nicht so religiös da rangehen, aber aus der politischen Sicht würde ich wahrscheinlich sagen, Jesus, seine Politik ist, hört sich für mich halt friedvoller an. Guck mal, diese Armen, guck mal, was sie schreiben, Allah wird dich richten, deshalb rede nur. Guck mal, die hören ja gar nicht zu, was ich hier sage, das ist so traurig. Ja, der Islam hängt an einem seidenen Faden. Wenn man sieht, wenn man Mohammeds Leben sich betrachtet, merkt man, dass er niemals ein Prophet war und er wurde von allen Leuten entlarvt, sowohl von den Juden als auch von seinen eigenen Befolgsleuten und auch von den Schreibern, die mit ihm geschrieben haben. Also was willst du mehr? Wie gesagt, Leute, macht euch nicht verrückt und wie was ich noch sagen will, ist dafür, dass wir andere verurteilen, sagen, das ist eine Sünde und das ist eine Sünde, ist wiederum halt auch von einer Sicht aus betrachtet. Wir denken, dass der Gott, was auch immer wir ihnen für einen Namen geben, halt Regeln erschaffen hat und wenn man diesen Regeln nicht befolgt, dann ist man halt ein Sünder. Aber wenn das alles nicht die Wahrheit wäre, dann wären diese Menschen gar keine Sünder, so gesehen, und wir vergessen auch immer, dass wir nicht die einzigen Wesen auf diesem Planeten sind. Da müssen ja Kaninchen auch sündigen, weißt du? Wenn irgendwelche Löwen die Geschlechtsverkehr haben, die sündigen dann ja auch. Wir sind halt nur so ein Wesen, wir können einige Sachen hinterfragen. Oh Mann. Okay, alles klar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst, mein Lieber. Gott segne dich und deine Freunde. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages die Bibel dann auch liest. Ja, wenn ich mal... Oh, jetzt habe ich... Entschuldigung, ich wollte dich nicht. zu Hause, ich wollte mich nicht. Es wird immer später und später. Wie lange bin ich jetzt schon live? Sieben, sechs Stunden oder was? Na, wo ist es? Guten Abend. Guten Abend, mein lieber Gott. Segen Sie dich und deine Familie. Ich wollte nur etwas sagen. Ich beobachte dich seit anderthalb Jahren. Ich bin selber vor vier Jahren konvertiert zum Christentum. in dem ich mir die gleichen Fragen gestellt habe, wie du bekommst von den anderen Moslems. Mit dem Unterschied, ich habe sie selber gesucht und ich habe die Wahrheit gefunden. Und von meiner Seite aus ziemlich großen Respekt an dich. Du bist Albaner, ne? Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich hatte wirklich Probleme mit meiner Familie danach. Aber ich bin dran geblieben und jetzt habe ich meinen Frieden auch mit meiner Familie. Und Gott segne dich. Ich will dich nicht weiter stören und aufhalten. Du weißt mich nicht. Und mach's gut. Alles Gute weiterhin. Du hast die beste Entteilung deines Lebens getroffen. Möchtest du noch etwas auf Albanisch sagen zu deinen albanischen Geschwistern in Adam? Noch einmal, Entschuldigung? Möchtest du noch zu deinen albanischen Geschwistern auf Albanisch etwas sagen, damit sie dich hören? Na klar. Das war noch ein bisschen geschichtlich dahinten und noch ein, dass sie einfach zu Jesus zurückkommen sollen. Amen. Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Mach weiter so. Danke dir auch. Danke dir. Ich danke dir. Ich auch. Ciao. Schön. Wunderbar. 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 Armin, liest mal bitte Jesaja 25, 1 bis 6. Ja, bereitet dem Herrn einen Weg, eine Stempel. Unseren Herrn, unseren Gott. Ist das das, ne? Jesaja 35. Jesus möge dich segnen auf jeden Fall erstmal. Danke dich auch. Ich bin auf jeden Fall. Ich wollte nur über mich erstmal was sagen. Ich bin katholisch aufgewachsen, sehr kirchlich, oberflächlich, und das hat auch viele von meinen Leuten ziemlich abgeschreckt. Es war nicht so die warme Verbindung, die man mit Jesus eigentlich symbolisieren will. Weißt du, was ich meine? Und die Kirchen sind eigentlich die größten Feinde des Christentums, weil sie schrecken ab vor unsere Religion. Alles, was da passiert, ist eigentlich nur deren Wegen so in einem schlechten Licht gerückt, dass man eigentlich nur noch weinen könnte. Unglaublich. Und du hast dich losgelöst von diesen Ketten? Ich habe mich von den Ketten gelöst und bin jetzt quasi mehreren, also ich gehe jetzt quasi in so einen Bibelkreis mit Leuten, privaten Leuten, die sich auch genau wie ich jetzt von der Kirche gelöst haben und einfach selber unsere Antwort finden wollen. Weißt du? Ja. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Jesus die einzige Rettung ist, die wir haben. Ach, Mann. Und jetzt sind wir auch wirklich schön, was du machst, wirklich. Seit Jahren gucke ich dich und mein Vater auch. Also wir sind sehr überzeugt von dir. Super. Lass dich uns unterkriegen von den ganzen Leuten, wirklich. Du machst einen guten Abend. Gott segne dich, mein lieber Gott segne dich. Und dein Vater. Gute Arbeit. Ich will den Grüße an deinen Vater. Dankeschön, Dankeschön. Ich will dich auch nicht so weit stören. Ich wollte das nur sagen und ich wünsche dir noch einen gesegneten Abend. Ich dir auch, mein lieber Gott segne dich Oh, Dankeschön, Cousinus. Dankeschön. Gott segne euch, ihr Lieben. Ihr Wundervollen. Ich lese mal Jesaja 35 vor. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken. Ja, es wird frohlocken und jubeln geben. Denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben. Die Pracht des Kamel und der Saron Ebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben. Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt. Die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Amen. Sehr gut, siehst du. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, wo der Herr Jesus Christus die Blinden heilt und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummenlob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der Glut heiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zur Wasserquelle, wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wie ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Halleluja. Wie das perfekt auf den Herrn passt, ne? Auf den Herrn Jesus. Dr. John hat es bestätigt. Danke, Dr. John. Dr. Johnny, Johnny. Dr. Johnny, Johnny. So süßig. Wo ist dieser Dr. Johnny? Was ist mit dem Griechen? Hallo. Hi, mein lieber Gott. Das ist schon deine Familie. Dir auch. Ich bin kein Muslim, kein Christ. Ich bin ein Kommunist. Ein Kommunist? Alban auch. Nein, 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 nein. Ich komme aus Serbien. Serbien, ja. Okay, jetzt wollte ich dich fragen, ich sehe, du bist, steht bei dir Ex-Muslim, oder? Ja. Warum bist du besser als die Ex-Muslim? Jetzt bist du christlich, oder? Christ oder Katholik, was bist du? Wiedergeborenen Christus. Christus, okay. Sag mir, wie der Jesus geboren ist. Wie meinst du das? Wie ist Jesus auf die Welt gekommen? Er wurde von einer jungen Frau geboren. Wie meinst du, jetzt willst du uns sagen, dass Jesus ohne männliche Berührung ist auf die Welt gekommen, oder? Ja, Gott hat das gemacht. Also, Gott hat mit die Frau geschlafen und Jesus ist gekommen, oder? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Gott kann durch seine Allmacht das bewirken, dass ohne eine Frau berührt wird, sie ein Kind gebärt. Aber du beobachtest das, du sagst so, oder? Das muss man so verstehen, oder? Was soll ich machen? Soll ich jetzt schreien? Leute, soll ich lachen? Was soll ich machen? Sag das mir. Ja, sag mir, jetzt wirst du sagen... Ich werde das einzig Vernünftige tun. Ich werde das einzig Vernünftige tun, in dem Falle. Genau, raus. Unglaublich. Ja, das macht sein ignoranter Allah. Der sagt in Surah 6, Vers 101, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Ja, er hat genau wie sein Gott gesprochen, heftig. Man kann hier keinem mehr glauben. Die Leute kommen rein und sagen, ich habe nichts mit Religion zu tun. Ich bin nur so und ich bin dies und das. Und dann sind die auf einmal heimlich Muslime und Lügen und Betrügen. Jesaja 7, Vers 14 ist auch heftig. Jesaja 7, Vers 14. Das möchte ich dir aber noch vorlesen, damit du das hörst, falls du noch hier drin bist. Deshalb spricht Gott der Herr. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rizin ist das Haupt von Damaskus. Oh, Entschuldigung, ich bin bei Vers 6 gewesen. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr euch auch meinem Gott ermüden, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und wir wissen, was Immanuel bedeutet, ne? Gott mit uns. Jesaja 9, 5. Wer ist denn dieses, wer ist denn die Jungfrau, die das Kind gebärt? Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Amen. Amen. Das Kind, das geboren wird, wird starker Gott heißen. Seht ihr? Warum hat der Herr Jesus Christus die Jesaja Rollen finden lassen? Gerade die Jesaja Rollen. Der Herr ist einfach so genial. Ich könnte nur staunen über den Herrn Jesus Christus. Wie wundervoll er ist. wie heilig und gerecht er ist, damit er den Muslimen den Boden unter den Füßen wegzieht und alle Münder schließt, die sagen, die Bibel sei verfälscht. Danke, Jesus Christus, dass du dein Wort bewahrt hast und kein, ja, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist. Amen. 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 Well, Hello. Hallo. Hello. Hallo, do you want to speak with me? Hallo, come and speak to Dr. Sheikh Abu Amir. Dann nicht. Dann geh bitte raus. Oh, die ganze Zeit Cut Night Joe ist da, oder was? Cut Night Joe. Dankeschön ihr Lieben, Gott segne euch, ihr Wundervoll. Vielen Dank für alles. Guck mal, wir haben schon fast die 500.000 erreicht. Hier, Cut Night Joe. Was geht ab? Gar nichts, hier, Cut Night Joe. Cut Night Joe, Cut Night Joe. Ey, ich schätze dir, seit zwei Jahren diese Videos, Lowe, verfolgt dich, Lave K, Dinger. Kommt noch ein Comeback von euch? Hast du einen durchgezogen, oder warum redest du so? Nein, nein, Bruder, meine Nase ist verstopft. Ich dachte, du hast erst mal Johnny geraucht, oder so? Nein, Mann, bevor, Barman. Barman? Ja, Mann. Ist ekelhaft. Sehr gut. Keiner macht den Drogen. Ja, scheiß mal darauf, oder? Tick doch sportlich. So, und damit am Anfang, doch. Kein Sinn dahinter. Wo kommen diese ganzen Leute? Warman? Ich bin Warman. Danke, lieber hier drinnen sein und wahnsinnig werden. Hey, Bruder, eine Frage an dich. Ja. Ich kann nicht, ich bin ein bisschen bekloppt bei TikTok, ey. Ich will das erzählen erst mal, bevor ich meine Frage komme, okay? Ja, ich schlafe schon mal noch runter. Ja, okay, Bruder, warte. Also, ich war gestern so und, ähm, ich wollte zu den gehen, zu meinen, äh, so eine Feier mäßig. Ich bin gegangen, ähm, da sind nur zwei Wege, so links und rechts. Ich bin so eine Person, ich gehe mal links für diese, weil, äh, rechts, den rechten Weg bin ich noch nicht gegangen, weil den linken Weg kenne ich schon. Ich bin links gegangen, für die, äh, am nächsten Tag bin ich rechts gegangen, weil ich wollte gucken, was geht bei rechts ab, weil ich gehe mal links, aber ich gehe, ich bin heute rechts gegangen. Ich wollte abchecken, was geht rechts ab und so weiter. Ich hab geguckt, was geht rechts ab. Ich hoffe, du gehst nicht zu den zwei Rechten von Allah. Oder dann, wenn ich, dann, wenn ich, bei rechts, da sind so drei Leute, ich denke, die drei Leute, da sind so drei Leute, aber die gucken mich schief an. Ich denke mir so, was ist das denn für ein Rechter? Der kommt zu mir, ich denke mir so, was, was ist das für ein, für ein Rechter? Der kommt zu mir, der sagt so, was los, so mit tiefer Stimme. Ich denke mir so, wie was los, ich bin nur so ein bisschen weglaufen und so, diese Heizungfilme. Der kommt wie so mit, du kennst ja diese rechten Winkel und so, ne? Der kommt mir so mit diesen rechten Winkel an. Ich denke so, wie raus da im Winkel, wo sind wir gehandelt? Dann kommt der mit diese, du weißt, er ist einfach so, dann ist er gepasst. Der kommt dem, du hast bei den, äh, Heizung dann so, wie soll ich sagen, diese, diese Wasserpistolen, bei den, diese Burger-Soßen, ne? Weißt du, diese rechten, bei den rechten Weg. Ich gehe da, was ist das für ein Schuhkarton? Bei dieser Hosenstall, ne? Da ist, du kennst das Hosenstall, diese Knöpfe. Ich denke, dieser Glas-mäßig. Ich gehe da hin, so diese PlayStation Party. Ich sehe da so, ich war in der rechten Weg gegangen. Ich will so ein bisschen nach hinten gehen, zu dem linken Weg. Ich denke mir so, was ist das denn für ein Rechter? Der geht so, diese täglichen Kontrolle nimmt er von dieser Hanuta-Packen raus. Ich so, wie, 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 ich habe selber nichts geschickt, wie, der kommt in Hanuta. Ich denke mir so, der nimmt diese, diese Presence Progresse von diesen, diese, da war einer heißt Andreas, ich sehe das, und Andreas, der kommt auch nicht zu. Ich denke so, was willst du von diesen Andreas-Filmen? Ich habe doch gesagt, du bist ein rechter Winkel. Reicht das? Du hast wundervolle Weinzeiten, das ist echt heftig, also, boah. Ich denke, das ist echt sehr, sehr schön mit Presence, Sparse Presence und Perfekt und zwei rechte Wege. Und danke, dass du uns dazu gezeigt hast, was hier abgeht. Danke. Vielen Dank für deine wundervolle Geschichte. Vielen Dank. Glaub mir, hätte ich den nicht rausgeworfen, ich glaube, der wäre noch bis nächste Woche am Reden. Das war so einer. Der wäre noch bis nächste Woche am Reden, bis, äh, er hätte kein Ende gefunden, glaub mir. Ach, Mann. Hallo? Hallo, meine liebe Gott, seh ich mich und deine Familie. Hi, Gott, seh ich mich auch. Also, erst mal, ähm, ich habe sehr viel Respekt davor, dass du da so öffentlich gehst. Du bist sehr, sehr mutig. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Hört ihr mich noch oder ist die Verbindung weg? Nein, ist alles gut. Erzähl weiter. Ja, und ich wollte eigentlich nur eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin jetzt random gekommen, aber ich wollte euch nur sagen, Leute, wenn man betet und zu Jesus betet, es passiert einfach alles. Es wird alles wahr. Und, ähm, ich denke mir auch immer, hey, ich bin nicht gut genug und ich mache so viele Fehler und habe so viele negative Gedanken und dann kommt immer wieder so eine Stimme und sagt, hey, das ist der Teufel, lass dich gar nicht davon unterkriegen. Und es passieren so Dinge, weißt du, im Alltag. Ich bin mit einer Freundin, wir unterhalten uns über Gott. Auf einmal macht ein Mann so eine nette Geste, zeigt random mit dem Finger nach oben und sagt, das hat er vom Vater, obwohl er unser Gespräch gar nicht mitbekommen hat. Und lauter solche Dinge. Und deswegen weiß ich auch, ich bin auf dem richtigen Weg und, ähm, ja, ich feiere dich und ich finde es sehr schön, dass du versuchst, sehr viele Leute mitzuziehen in die richtige Richtung und, ja, das war's eigentlich. Danke dir für deine kurzen Worte. Gott sei Dank für deine Familie. Ja, danke, ebenso. Ja, dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, wenigstens auch mal zwischendurch jemand, der geistlich fit ist, ey. Und mal was man alles sagt. Ach ja. Hallo. Hallo, mein Lieber. Na? Na? Erinnerst du dich an mich? Nein, wer bist du? Äh, boah, wer bin ich? Gute Frage. Egal, äh, was ich mal, was ich sagen wollte. Ähm, ABK hat mich gefickt. Dann sag ihm, er soll abnehmen. Er ist rechts-links geleitet. Er ist rechts-links geleitet. Oh la. N-N-L-A. Do you remember me? I spoke to you an hour ago, you filthy dog. Your God died on a wrong string. Oh, look at this. He needs his religion, the permission to speak. Look at this. Look at this example Oh yeah, you're the best example You know your God died on a stick Your God died on a stick in his J-string Your God died on a stick in his J-string You know that? And Paul circumcised Timothy with his mouth Paul circumcised Timothy with his mouth Paul circumcised Timothy with his mouth And he sucked his dick Just like you, you ugly Is das ein Teufel? How he presented this religion Habt ihr gesehen? Wie dreckig Habt ihr das gesehen? Wie dreckig muss man nur sein Und dann sagen die zu uns Wir werden dreckig Aber selber das Allerschlimmste vom Schlimmsten Guckt ihr das mal bitte an Das war dieser Free Gaza genau Wie der redet Hatte sich schnell einen Account gemacht Mit 1000 Follower Guckt mal wie schäbisch man sein muss Wie kaputt Was ich mir alles antun muss Das ist echt heftig Aber egal Möge in allem was wir machen Der Herr der Hand Sei es so gut Sei es so schlecht Guten Abend Guten Abend meine Liebe Gott segne dich und deine Familie Und Gott segne euch auch Ja ich hab mal wieder was zu deinem Live hinzuzufügen Ich muss immer meinen Senf dazu geben Sorry Und zwar hast du ja vorhin mit so einem Typen gesprochen Und ja du hattest es irgendwie mit ihm über Fliegen Dass wenn irgendwie die Muslimen in den Himmel kommen Oder wenn sie irgendwie ausgefragt werden Dass dann irgendwie so Fliegen erscheinen Dass Allah halt irgendwie dann so Fliegen erscheinen lässt Achso Munkar und Nakir Ja ich hab das Das sind zwei Engel Die er sendet Das ist so eine ganz lächerliche Geschichte Nein Sogar noch Engel Krass Weil Die heißen Munkar und Nakir Diese Engel Und er schickt die dann Und dann wird die Befragung im Grab geschehen Wer war dein Wer war dein Gott Wer war Wessen Religion gehörtest du an Und wer ist dein Prophet Ja weil da gibt es einen Dämon Der ja als Fliege erscheint Und das ist auch Wenn viele Fliegen kommen Dann ist es auch so ein schlechtes Zeichen Ja wenn Fliege Wenn viele Fliegen kommen Fliegen 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 Sondern tunkt sie ein Denn auf einem Flügel ist ihre Ihre Wie sagt man Das Gift Und auf dem anderen Flügel das Heilmittel Unglaublich Ja also ich fand es halt echt interessant Weil man sagt ja auch Dass Dämonen ja gefallene Engel sind Deswegen passt es ja eigentlich Mit den Fliegen und dann noch Engel Ja und einer hat es halt hier auch geschrieben Das ist Belzebub genau Weil ich befasse mich ja auch mit vielen Themen Also mit Mythologie und mit Geschichte Und allem möglichen Und deswegen weiß ich das Und das hat mich dann schon ziemlich erschreckt Als ihr darüber gesprochen habt Und dann hätte ich aber auch noch eine Frage an dich Weil das kam irgendwie auch gerade Ich beantworte keine Fragen Erstmal nehme ich 13 Löwen Damit ich Fragen beantworte Dann kann ich besser Fragen beantworten Stell dir mal vor Ich würde zu den Leuten sagen Das geht mir niemals in meinen Kopf rein Wie die Muslime den Mohammed als Propheten akzeptieren können Der von ihnen Geld verlangte Dass sie mit ihm reden Das ist so unglaublich Was? Der von ihnen Geld verlangte? Ja in Sura 58 Vers 12 Verlangt der Mohammed erst mal Geld Damit der mit ihnen redet Stell dir mal vor Ich würde zu dir sagen Ey meine Liebe Du möchtest mit mir reden Ja gib mal ein bisschen jetzt hier Gib mal ein bisschen Geld hier Die Löwen Gib mal ein Löwen hier Ich komme dich erst mal nach Dubai Ja genau nach Dubai Vielleicht hat dort jemand einen Löwen Ja genau die haben dort viele Löwen Lass mich mal ganz kurz das zeigen mit der Fliege Ja gerne Hier Sunan Ebn Majah Sunan Ebn Majah Hadis 35 05 Es wurde überliefert von Abu Hurayda Dass der Prophet sagte Wenn eine Fliege in dein Getränk fällt Dann tunk sie ein Schmeiß sie nicht weg Diese Fliege trägt auf dem einen Flügel die Krankheit Und auf dem anderen die Genesung Also du sollst die Fliege dann trinken Anstatt sie rauszuholen Okay Also das ist schon echt Merkst du Das ist natürlich sehr sehr Steckt eine große Weisheit dahinter Weil die Fliegen haben Auf ihren Flügeln Sowohl die Krankheit als auch die Genesung direkt Also könnt ihr dann einfach trinken Fliegen getränken Groß Mahlzeit Okay Okay also so habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht Dass man das dann auch noch trinken soll Aber ja ist richtig klar Ja und dazu gibt es ja den Leuten noch Anweisungen Kamelurin zu trinken Fliegen zu trinken Badet in einem Tümpel Wo menstruationsbefleckte Klamotten sind Und tote Hunde drin liegen Und so und sagt Wasser ist rein und wird durch nichts unrein Ja aber da sagen ja Aber da sagen ja viele Muslime Ja ist ja auch wissenschaftlich bestätigt Ist doch gar nicht schlimm Aber trotzdem ist schon allein Die Vorstellung ist ja schon Sehr befremdlich Ja also Ja Ja natürlich Ja aber du musst dir vorstellen Welcher Mensch bei klarem Verstand Würde in so einem Tümpel Wo du machen Also sich so waschen Gebetswaschen machen Wo tote Hunde drin liegen Menstruationsbefleckte Klamotten Müll Und ja Dieses ganze Zeugs da drin liegen Würdest du dich wagen Dahin zu gehen Um dich da drin zu waschen Das steht auch so getrieben Oder wie Dass da sich da jemand Ja Mohammed hat das gemacht Die Leute haben ihn gefragt Warum machst du denn sowas Hat er gesagt Wasser ist reich Und wird durch nichts unrein Wo ist der Beweis Hier ist der Beweis Das ist ein Mutawatir Also mehrmals überliefert Mutawatir Hadith Ein Hadith Oh jetzt schreiben hier manche Leute So ein Mist rein In der Bibel soll man Menschenkot essen So ein Quatsch Nein das ist das ja Blödsinn Der Herr hat ein Strafgericht gegeben Über das Volk Israel Dass sie auf Ballen ihr Brot backen sollen Das heißt aber nicht Dass sie Kacke essen sollen Aber die Muslime benutzen den Brennstoff Also das soll ja als Brennstoff gelten Und die Muslime raffen ja gar nicht Dass sie ihren eigenen Gott Es gibt eine Fatma dazu Kann ich auch gleich zitieren In denen den Muslimen erlaubt ist Auf Dünger ihr Brot zu backen Heftig Auf Brot Ich hab mal in Tunesien So Brot gegessen Wo finden wir das In Sonat Abidawud 66 Hier heißt es The people ask the messenger of Allah Also die Leute fragten den gesamten Allahs Can we perform ablution out of the well of Buddha Können wir uns waschen Ablution machen In diesem Brunnen von Buddha Which is a well into which menstrual clothes Also das ist ein Brunnen in dem Menstruationsbefleckte Klamotten Tote Hunde und stinkende Dinge Reingeworfen wurde Der Prophet sagte Wasser ist rein und wird durch nichts unrein Das hat überhaupt keine Ahnung Von Kontamination gehabt Boah das ist schon echt widerlich Hier ein weiterer Hadith Mishkat al-Masabi 478 Abu Said al-Khudri said That some people ask God's messenger Whether they might perform ablution out of the well of Buddha Also die fragen ihn wieder Können wir da uns waschen in dem Brunnen von Buddha Which was a well into which menstrual clothes Also menstruationsbefleckte Klamotten Tote Hunde, dead dogs Und stinkige Sachen reingeworfen wurde Und er sagte He replied Water is pure and is not defied by anything Siehst du Wasser ist rein und kann durch nichts unrein gemacht werden Heftig, ne? Ja 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 So krank ist das Ja Ja Also schön ist das nicht Wer welche normale Mensch bei klarem Verstand Würde sowas denn machen? Hm Vielleicht 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 der Free-Palästin-Typ Ja vielleicht der Der bestimmt Kamelorien-Typ Ich muss ganz ehrlich sagen Ich bin auch kurz auf den reingefallen Ich hab erst mal gedacht Boah der ist voll lieb Voll nett Teilt hier so lieb aus Und ist so So voll friedlich Aber das ist wirklich dieser Schein Lieber ein Ehrlichen Der direkt aus dem Herzen rausspricht Als so ein Fake Der sich so verstellt Um eure Herzen zu gewinnen Das macht ja der Satan Verstehst du? Aber ein ehrlicher Mensch Der wird ja die Wahrheit sagen Egal was auf ihn zukommt Verstehst du? Ja Also das ist schon krass Dass man sich so verhält Aber da hast du gesehen Dass die Muslime dann schockiert waren Über sein Verhalten Die Muslime Dachten sich Das kann nicht wahr sein Guck mal Unser eigener Eigener Glaubensbruder Tut so einen auch nett Und dann auf einmal Fängt er an Sein wahres Gesicht zu zeigen Wie dreckig muss man nur sein Wie schäbig Meinst du die sind das nicht Ein bisschen gewohnt? Ja Einige möchten natürlich Nicht so ein Bild abgeben Aber Ja Manche nicht Das stimmt schon Das stimmt schon Also manchen ist es schon Klar es gibt so und so welche Ich bin halt früher auch Oft mit Muslimen abgehangen Und ich muss auch ganz ehrlich sagen Ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht Ja Siehst du Okay meine War es noch eine Frage Genau ich hatte noch eine Frage Aber ich hatte ja keine Löwen Nein kein Problem Ich beantworte dir auch ohne Mädchen Und ohne Löwen Fragen Das ist sehr lieb von dir Und zwar Ich wollte dich fragen Wie das aussieht Mit Zeichen Wie Gott zu uns spricht Also er spricht ja in Träumen zu uns Aber wie noch Er kann durch verschiedene Arten und Weise Mit uns sprechen Er schickt dir jemanden Der dich auf ihn aufmerksam macht Du kannst durch irgendwelche Plakate Auf ihn aufmerksam Aber er benutzt alles Um von sich aufmerksam zu machen Du musst die Zeichen nur wahrnehmen Es gibt so ein heftiges Video im Netz Da ist jemand sich gerade Da ist eine Taufe Und im Hintergrund fahren die ganze Zeit so Autos lang Autobahnen Und dann auf einmal ganz genau Wo der ihn gerade eintauchen will Kommt ein riesen LKW vorbei Mit dem Namen Jesus Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper Unfassbar Ich dachte Das kann doch nicht wahr sein Ich finde sowas halt echt Ja das beeindruckt mich einfach Und ich finde es einfach so schön Wie Gott halt zu uns sprechen kann Und ich merke das einfach auch schon in meinem Leben Wie das wirkt Und ich hatte gestern Zum Beispiel auch so einen Moment Und ich muss mich so zusammenreißen Dass ich nicht anfange zu weinen Weil es war so schön in dem Moment Und ja Und vorhin war ja auch ein Mädchen hier Die hat ja auch gesagt Dass Gott auch uns Zeichen schickt Ich weiß es nicht Ob du dich an sie erinnerst Da hast du noch gesagt Ach wenigstens eine gescheite Person hier Und das habe ich halt gerade in dem Moment Das hat mich irgendwie auch nochmal bestätigt Also auf jeden Fall Bin ich sehr glücklich darüber Und ja Okay Alles klar Dann danke, dass du da warst Gott segne dich und deine Familie Ja Gott segne euch auch Dankeschön Amir Dass du dir wieder Zeit für mich genommen hast Ich nehme Zeit für euch alle, ihr Lieben Ich mal wieder Nervensäge Alles ist gut Ciao Ciao Gott segne Amir Gott segne auch dir, mein Lieber Du kennst mich nicht Aber ich kenne dich ziemlich lange, mein Lieber Ich wollte dir eigentlich nur meinen Respekt zeigen Und ich verfolge dich seit dem Tag Und ich verfolge dich seit dem Tag, wo du den Herrn an dem Stand Ich bin wirklich wirklich ein reinen Menschen Ich hoffe, dass du auch genug Kraft hast, das durchzuhalten Weil ich will nicht wissen, was du einstecken musst Das ist erstmal ein mega Respekt dafür Ich bin geborener Christ Ich war nie anders Mein Vater hat Theologie studiert Und nur in Liebe aufgewachsen Und daher mega Respekt an dich, dass du Jesus gefunden hast Und der bleibt bei dir Also ich bete auch für dich jeden Abend Weil ich habe keine Angst, dass du stirbst Sondern ich habe Angst, dass du nicht zurückkehrst, da wo du herkommst Okay Das eigentlich wollte ich dir eigentlich mitteilen Und genau, also wie gesagt Du hast einige von den Herrschaften aufs Korn genommen Ich hoffe nicht, dass sie sich rächen werden Ja, natürlich planen die bestimmt irgendwas Natürlich machen sie im Hintergrund Pläne schmieden Aber du weißt, wer auch ein Anliegen hat, seinen kleinen Knecht zu bewahren Nicht nur er Der gibt uns auch noch die Chance, dir den Rücken vorzuhalten Es gibt einige von uns, die definitiv an deiner Seite stehen Und das auch mit Gottes Hilfe Amen Ja, ich kriege schon sehr viele Nachrichten Aber ich möchte den Leuten etwas vorlesen Mein Lieblingspsalm Damit die Leute wissen, wer der Jesus Christus ist Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt Der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen Ich sage zu dem Herrn Meine Zuflucht und meine Burg Mein Gott, auf den ich traue Ja, er wird dich retten Vor der Schlinge des Vogelstellers Und vor der verderblichen Pest Er wird dich mit seinen fittigen Decken Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen Seine Treue ist Schirm und Schild Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht Vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt Vor der Pest, die im Finstern schleicht Vor der Seuche, die am Mittag verderbt Ob Tausend fallen zu deiner Seite Und Zehntausend zu deiner Rechten So wird es doch dich nicht treffen Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen Und zuschauen, wie den Gottlosen vergolden wird Denn du sprichst Der Herr ist meine Zuversicht Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht Kein Unglück wird dir zustoßen Und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen Denn er wird seinen Engeln Deinetwegen befehlen Dass sie dich behüten Auf all deinen Wegen Auf den Händen werden sie dich tragen Damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt Auf den Löwen und die Otter Wirst du den Fuß setzen Wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten Weil er sich an mich klammert Darum will ich ihn erretten Ich will ihn beschützen Weil er meinen Namen kennt Ruft er mich an So will ich ihn erhören Ich bin bei ihm in der Not Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen Ich will ihn sättigen mit langem Leben Und ihn schauen lassen, mein Heil Amen Siehst du, wenn der Herr spricht Durch den Propheten David Dass er uns diese Psalmen gibt Damit das Balsam für unsere Seele ist Damit wir wissen, dass unsere Zuflucht Der Herr Jesus Christus ist Damit wir wissen, dass derjenige Der uns beschützt, Gott ist Deswegen haben wir keine Angst Und nicht Massenvernichtungswaffen Oder Scharia-Staaten Oder was auch immer Nein Es ist eine Person Und sein Name ist Jesus Christus Der Wetter Amen Amen Noch zurück zur Fliege Jetzt weiß ich auch, wo die spanische Fliege herkommt Ja, aber das ist dann wohl die arabische Fliege, meinst du dann? Ja, die waren ja dort Die haben sich da gelassen Die spanische Fliege, die arabische Fliege Ja, die ist kommuniziert Ja, was soll ich dir sagen, mein Lieber Du machst einen richtig guten Job Ich werde auf jeden Fall nicht vergessen, für dich zu beten Dankeschön Gott segne dich an der Familie Bis zum nächsten Mal Ciao Hallo Hallo Ja, hey, hörst du mich, ja? Ja, ich höre dich Erstmal schönen Abend wünsche ich dir Und zwar Es ist jetzt richtig spontan, dass ich jetzt in diesem Live drin bin Ich habe dich das erste Mal gesehen Da warst du im ABK im Video zu sehen Da habt ihr gegeneinander geschossen und alles Und eine Frage, also die stelle ich mir wirklich rein von der Logik her Ich bin Alhamdulillah Muslima, also ein Muslim Und ich glaube daran, dass es keinen Gott gibt außer Allah Und dass Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, der Prophet und Gesandte Allah ist Und der Islam lehrt mich, jeden Menschen mit Respekt zu behandeln Egal welche Religion er angehört Egal welche Hautfarbe er Egal was Der Islam lehrt mich, ein guter Mensch zu sein Menschen zu helfen Unfassbar Also ich habe so viel Liebe durch den Islam bekommen Und auch der Prophet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam Friede und Segen sei mit ihm War der beste Mensch auf dieser Erde Und er lehrt mich auch, ein guter Mensch zu sein Deshalb frage ich mich Hast du so viel Hass in deinem Herzen gegenüber einer Religion? Denn ich respektiere meine christlichen Brüder Sei es meine jüdischen Brüder Egal was, weil das lehrt mich der Islam Respektiere jeden Menschen Es gibt übrigens eine Suche im Islam Es ist die Kafir und Surese Im Koran ist das vermerkt Und weißt du, Amir, was da steht? Meine Religion für mich Eure Religion für euch Ich glaube nicht daran Also ungefähr jetzt übersetzt Ich glaube nicht an das, was ihr glaubt Ihr glaubt nicht an das, was ich glaube Euer Glauben für euch Mein Glauben für mich Und das ist dann halt so eine Sache Wo ich mir dann denke Unfassbar Der Islam zeigt uns doch Dass man sich gegenseitig respektieren sollte Und Dann habe ich noch eine Frage an dich Das sind eher Aussagen Das ist ja wie ein Maschinengewehr Nur am Feuern Ja, nein, nein Aber das soll kein Angriff sein Also um Gottes Willen Ja, da habe ich wenigstens mal zwischendurch Mal dir eine Frage stellen Natürlich, bitteschön Okay, du hast gerade die Surah 109 Surat Al-Kafir Und für euch eure Religion Und für mich meine Religion Wie gehst du denn damit um Dass da bei dein Allah In Surah 9, Vers 29 sagt Kämpf gegen diejenigen Die nicht an Allah Und den jüngsten Tag glauben Und die nicht das verbieten Was Allah und sein Gesandter verboten haben Von den Leuten der Schrift Das sind Juden und Christen Bis sie eigenhändig den Tribut entrichten In vollster Erniedrigung Wie gehst du denn damit um? Schau mal, Amir Ich bin nur bereit mit dir zu diskutieren Wenn du nicht den Schöpfer der Welt Als dein Allah bezeichnest Dieser Das, was du mit deinem Allah Ja, aber wir haben nichts mit deinem Allah zu tun Amir, einen Augenblick Einen Augenblick Das ist übrigens auch dein Schöpfer Er hat dich erschaffen Nein, das ist nicht mein Schöpfer Nein, Allah hat mich erschaffen Das war definitiv Und er Du gestehst es dir nicht Und das ist auch kein Problem Musst du nicht Aber du kannst nicht mit mir diskutieren Wenn du den Mein Schöpfer als dein Allah bezeichnest Sag das nicht Ja, aber wir haben nicht denselben Gott, meine Liebe Güljan Güljan Beruhige dich Beruhige dich Wir haben nicht denselben Wir haben nicht denselben Gott Dein Allah ist nicht der Vater, Sohn, Heiliger Geist Dein Allah ist einfach ein fliegendes Schienenbein Guck mal, wie du mit Guck mal, wie du redest Guck mal, wie respektlos du bist Soll ich das beweisen? Soll ich das beweisen? Nein, nein, aber warte Unfassbar, wie kannst du eine Religion so beleidigen? Wie viel Hass musst du in deinem Herzen haben? Ja, aber Allah sagt doch selber, dass er ein Bein ist Nein, nein, darum geht es gar nicht Also ich finde es so unfassbar, wie du einfach den Schöpfer der Welten beleidigen kannst Zumal Er ist ja nicht der Schöpfer der Welt Allah ist nur ein fliegendes Schienenbein Mehr ist er gar nicht Ich habe keine Worte für dich, es ist unfassbar Ich habe auch keine Worte für dich Wie kannst du dich überhaupt Muslima nennen und siehst du aus wie eine Kaffee Da kannst du mir das erklären? Boah, krass, ja Wie krass, das ist ja eine berechtigte Frage Allah sagt in Surah 33, Vers 59 Dass du dich bedecken musst, wie siehst du denn aus? Siehst du aus wie eine Muslima oder wie siehst du aus? Warte mal, ganz kurz Ganz kurz Ganz kurz, du hast definitiv recht Und als eine Muslima Jetzt auf einmal habe ich recht Wieso, jetzt auf einmal habe ich recht Definitiv, definitiv Als eine Muslima muss man sich auch bedecken Anscheinend bin ich zu schwach dafür Möge Allah dann halt mir eines Tages die Stärke geben, mich zu bedecken Gülcan, 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 Gülcan Was ist, Gülcan, Gülcan Ey, was ist das für ein Gülcan, Gülcan Nein, nein, nein Was ist das für ein Gott, guck mal Gülcan, Gülcan Gülcan, was ist das für ein Gott Gülcan Ja, das ist diese arme Gehirnwäsche Das ist diese Gehirnwäsche Mohammed war der beste Mensch Der Koran lernt mich sowas Hat noch nie den Koran gelesen Hat Mohammeds Biografie niemals berücksichtigt Hat kein Sahih Bukhari, Sahih Muslim Sondern Ibn Majah, Sondern Abidawud Nichts, Jamia Tirme, die hat gar nichts gelesen Seht ihr, was Gehirnwäsche dann praktiziert wird Wenn Gehirnwäsche praktiziert wird Da haben wir es hautnah erlebt Ich lese alles vor, was der Mohammed in seinem Leben so getan hat Was ihm zugesprochen wird Was für authentisch befunden wird Da sagt ihr auf einmal Er ist der beste Mensch, Sallallahu alayhi wa sallam Er ist der beste Der beste Mensch, der ein 6-jähriges Kind heiratet Der beste Mensch Unglaublich Der Heiratsgefühle hat, wenn er ein Baby krabbeln sieht Der beste Mensch der Welt Der die Zunge in den Mund eines kleinen Kindes steckt Der beste Mensch Der Safir am gleichen Abend auseinander genommen hat Während er kurz davor ihr ganzer Stamm ausgelöscht hat Der beste Mensch der Welt Der sich den Bauch von einem Mann küssen lässt Der beste Mensch Der unter schwarzer Magie stand Der beste Mensch Der sich vorstellte mit seinen Frauen zu schlafen Obwohl er es niemals getan hat Der beste Mensch Der angeordnet hat, schwarze Hunde zu töten Der beste Mensch Der gesagt hat, ihr sollt auf euren Meister hören Selbst wenn sein Kopf aussieht wie eine Rosine Wenn ihr Satan sehen wollt Dann guckt den schwarzen an Al-Naptal Das ist der Satan Sehr schön Das hast du sehr gut gemacht Den als besten Menschen zu betiteln Der noch nichtmals die Menstruation abgewartet hat Von dem kleinen Kind Aisha Sai Bukhari 61-30 Der beste Mensch Unglaublich Versteht ihr mich jetzt? Versteht ihr mich jetzt? Wie entsetzt ich bin über diese ganzen Euro-Shisha-Muslime Die sich nicht 5 Minuten Zeit nehmen Um das mal durchzugehen Das ist so krank Wir betiteln ihn einfach so Als besten Menschen der Welt Was soll denn daran Der beste Mensch sein? Was ist dann der Herr Jesus? Der noch nie eine Lüge getätigt hat Der noch nie einmal gesündigt hat Der das gar nicht kennt Er, der keine Sünde kannte Was ist er dann? Ich brauche Urlaub Ich brauche Urlaub Ich reiß mir gleich die Klaube Sieht aus wie die letzte Kaffee Und sagt Sallallahu aleyhi wa sallam Wo ihr Prophet gesagt hat Eine Frau, die sich Ihre Gesichtsbehaarung wegmacht Landet im Höllenfeuer Wie kann man so jemanden noch preisen? Ich bin Moslem Nein, sag einfach Ich bin ein säkularisierter Mensch Sag einfach Ich habe nichts mit Religion zu tun Ich fühle mich einfach nur ein bisschen hingezogen Wegen Tradition zu dieser Religion Aber ich habe mit dieser Religion nichts zu tun Dein Name ist nur nichtmals muslimisch Arme, arme Seele Arme Seele Arme, arme Seele Arme Seele Äh, 42er bitte Komm hier nicht mehr hin Ich habe keine Lust auf so einen Quatsch Diese 42er mit Milch, Jeside Habe ich keine Lust Der hat mich schon den Rest gegeben Wenn ich Oh Mann Oh, Salam mein Bruder Salam mein Dadasch Hört man mich? Ja, mein lieber Gott Segne dich und deine Familie Dich auch, mein bester Bruder Ich bin unnummern stolz auf dich Ich war auch letztens kurz in deinem Live drin Mach weiter so Bester Mann Ich wollte nur eine ganz kurze Zusammenfassung Zu den Brüdern von vorhin Den Tamila machen Der aus Sri Lanka kam Komm mal Es hört man einfach raus Wenn ein Mensch keinen Bock hat Von seinen Freunden oder Familie verurteilt zu werden Und man hört auch voll oft raus Wenn ein Mensch faul ist zu lesen Digga, du hast damals mein Kollege gezwungen Die Bibel zu lesen Und mein Kollege hat mich mit deinen Videos gezwungen Die Bibel oder den Koran zu lesen Das heißt, früher oder später Musste ich mich selber hinsetzen und alles lesen Und ey, ich bin vielleicht nicht der geistliche Typ Der diese geistlichen Argumente hat Aber fachlich, wissenschaftlich Bruder, ich glaube keiner kann mich toppen Ich habe vor kurzem was entdeckt Die erste Verse von Johannes Von Evangelium Johannes Am Anfang war das Wort Das Wort wird Gott Das Wort ist Fleisch geworden Und so weiter und so fort Weißt du, was die Wissenschaftler entdeckt haben? Aus Northwestern University 2016 Wenn ihr das in YouTube eingebt Findet ihr direkt Dass im Moment der Empfängnis Die Frau Eine Explosion Eine Art Licht Im Mutterleib passiert Und Das war für mich Spätestens Spätestens da War für mich schon Cut So da dachte ich mir Ey Das ist genau Jesus Jesus hat mich in dem Moment berührt Weil du musst dir das so vorstellen Eine Eizelle Plötzlich kommt dahinter Ein riesen Licht Und ey Das ist meiner Meinung nach Überhaupt nicht Mit der Wissenschaft Oder mit Koran Erst gerechnet So vergleichbar Und Wie gesagt Man muss sich wirklich hinsetzen Videos sehen Lesen Aber glaube es mir Leute die sagen Ja Religion Überall steht dasselbe Nein steht nicht In der Bibel steht Wortwörtlich Durch Jesus Hast du überhaupt Eine zweite Chance Alles andere Verspricht dir keine Chance Keine Rettung Nichts Sogar die Muslime Die sagen Ja mega Allah Dich recht leiten Ja guck mal Deren Allah Sagt in Sura 4 Ich leite In die Irre Wem ich will Was ist das für ein grausamer Gott Was ist das für ein grausamer Gott Und genau das Hat mir Erkenntnis gegeben Alter So hey Was ist los mit dem Warum Warum will er Dass andere Menschen In die Irre gehen Bin ich jetzt auf dem Irrenweg Wollte der das so Aber Jetzt lange rede Kurzer Sinn Ich gehe auch sofort raus Bin weiter im Chat Mach weiter so Gottes Herz Möge dem Herr Dich weiter segne Und dir die Kraft verleinen Bruder Du trägst tonnenweise Früchte Aber das weißt du nicht Schönen Abend noch Gottes Segen Dir Machs gut mein Lieber Gott segne Dir auch Der Dr. Seger Aber mir ist es in aller Munde Alles Gähne Schönen Das war's für heute. Oh mein Gott, oh mein Gott, das hättest du nicht machen brauchen. Vielen lieben Dank, Dankeschön, man. Heftig. Einfach Löwe, danke, italienischer Christ. Da kam der Löwe drin. Vielen Dank. Was ist denn los, haben die kein Internet? Danke dir, Fratello, danke dir. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an dich. Ich kenne nun in meiner Umgebung halt relativ viele Muslime und ich führe auch regelmäßig und ich spreche mit Muslimen und teile ihm immer und ständig mit, dass Jesus Christus der wahre Weg ist. Nun stelle ich immer mehr fest, es kennen mich immer mehr in meiner Umgebung von den Muslimen und sagen, naja, oder versuchen Sie mich zu bekehren und sagen, ja, überleg dir das nochmal. Und die meisten entziehen sich einfach der Diskussion. Man merkt, wenn sie mir gegenüberstehen und ich rede und ich entziehen sie sich einfach. Sie hören einfach auf zu reden. Ich kenne mich auch nicht aus, es gibt einige wenige, die sich auskennen. Die meisten sind ja auch alle unwissen. Ja, ich finde das schon erstaunlich, dass sie sich trotzdem immer wieder an mich wenden. Sie kommen immer wieder und versuchen immer wieder mit mir ein Gespräch dann anzufangen. Aber sobald es tiefergründig wird und ich ihnen zum Beispiel erzähle ich ihnen nur meine Geschichte, wie ich zu Jesus gekommen bin, dann werden sie auf einmal so ganz, also ich kann das gar nicht beschreiben, ihre Haltung ändert sich und dann fangen die meisten an zu schweigen und versuchen das Gespräch abzuwenden. Aber die gleichen, die gleichen, wenn man sich wieder trifft, kommen wieder auf mich zu und versuchen das immer wieder. Sie haben aber auch keine Möglichkeit, einfach den Stand zu halten, weil ich kann, ich kann nicht anders. Ich muss von Jesus Christus berichten. Es geht nicht anders. Das ist mir egal, wie ich mich verstehe. Der Heilige Geist in dir drängt dich dazu. Deswegen, denn der Herr sagt ja auch in Johannes 14 und Johannes 16, dass der Heilige Geist in uns von Jesus Christus Beugnis gibt. Das ist das. Genau und ich sage, ich bin da, ich sage, ich kenne mich nur, ich habe nur Stücken vom Koran gelesen und ich sage, was mir so im Gewissen, im Gedächtnis geblieben ist, dass Allah, die Kreuzigung, wenn über die Kreuzigung Jesu gesprochen wird, es so aussehen lässt, ob Jesus Christus gekreuzigt wird. Ja, das ist ja schon Betrug. Das ist richtig, das ist ja der offensichtlichste Betrug. Warum sollte Gott sowas tun? Entweder ist Gott der größte Betrüger aller Zeiten oder halt ein richtiger Magier. Ja, genau. Genau, wir machen jetzt mal hupschti-pupschti und dann, oh, jetzt habe ich alle betrugt. Daran merkt man an der Kreuzigung, merkt man, dass Gott, also der Gott des Islams da einen riesen Betrug vonstatten ging. Und der die Menschen da halt täuschte vom Allerfeinsten und die Menschen auch wegholen will vom Kreuz des Weges des Herrn. Ja. Das ist ja die Botschaft der Bibel, dass Jesus Christus am Kreuz für die Menschheit bezahlt hat. So wie es der Prophet Jesaja in Jesaja 53 berichtet hat. Dass das Kind, das geboren wird, starker Gott genannt wird und auch für die Sünden der Menschen bezahlt wird. Und das ist der Messias, der Gott selber ist. Genau. So, und ich sage, es ist auch, ich sage auch zu jedem, ich sage, es ist so einfach zu Jesus zu kommen. Man muss bloß auf die Wahrheit vertrauen. So, aber die Leute... Ja, für uns klingt das natürlich jetzt alles plausibel, aber es gibt Menschen, die damit nichts anfangen können. Und ja, man muss ihnen auch diese Freiheit lassen, auch zu entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Das Schlimme ist ja beim Islam, die lassen ja nicht den Weg gehen, den du willst. Du hast Allah anzubeten, ansonsten musst du von dieser Erde gehen. Das ist das. Denn du lebst auf Allahs Erde und wenn du nicht die Ehre erweisen wirst oder Ehre geben willst, dann wirst du nackt nicht therapiert. Ja, das ist so. Du wirst, wie heftig der Islam ist und das haben diese IS-Leute ja eins zu eins das gemacht, was ihr Prophet ihnen vorgelebt hat. Ja. Jeden Menschen bekämpft und die Menschen zum Islam bezahlt. Ja, ich habe ein paar Bekannte in Berlin und die sagen auch in den letzten Jahren, was so stattgefunden hat unter den Muslimen in den letzten 20, 15, 20 Jahren, dass die Radikalisierung einfach immer größer wird. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Natürlich, ich sage immer, ich rede immer, ein westlicher Moslem wird ja nicht. Aber achte mal bitte, hier hat jemand den Heiligen Geist beleidigt, das geht gar nicht. Raus mit dir. Für alle Ewigkeiten. Mit deinem blöden Farid Ben Profilbild von seinem Album. Geh mal Supporter weiter, so ein Blödsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Wer den Heiligen Geist beleidigt, der wird auf ewig hier blockiert. Das ist genau richtig. Ja, ich sage, jemand, der Unterschied ist ja, ich sage immer, ein westlicher Moslem, ein gemäßigter, der sagt hier, der will ja auch nicht das verlieren, was er hier hat. Aber dieser ständige Beschuss, der da stattfindet, das ist ja Wahnsinn. Es gibt, ich weiß nicht, den Namen hier von einem Iman, der hier immer, der ist auch auf TikTok, weil du das sagtest mit den Hunden in dem Wasser und menstruationsbefleckte Kleidung und das Wasser kannst du trotzdem trinken. Trinken? Ich habe nichts von trinken gesagt. Oder das Wasser ist rein. Genau, der Mohammed sagte, dass dieses Wasser, wo tote Hunde drin liegen, menstruationsbefleckte Klamotten und der ganze Müll der Stadt da reingeworfen wurde, dass er sagt, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Also er kennt sich gar nicht aus mit Kontamination und sowas. Genau, und dieser Iman hat hier erzählt, er hat eine gefragt, wegen wegen Schweinefleisch essen und da hat er gesagt, ja, wenn das Schwein im Wasser leben würde, dann könnte man es auch essen, das wäre egal, da kann man alles essen. So hat er sich ausgedrückt, also alles was aus dem Wasser kommt, kann man essen. Oh, warte, Coach Güngel, Coach Güngel, du kommst für alle Ewigkeit nicht mehr hier hin. Unglaublich. Möchte noch jemand den Heiligen Geist blästern oder beleidigen? Dann meldet euch jetzt, dann schieße ich euch für immer hier raus. So, ich bedanke mich bei dir für deine ganze Arbeit, die du tust, ich verfolge dich ja schon eine Weile und ich wünsche dir Gottes Segen, viel Kraft, halte Stand, jeden Angriff, du bist unter dem Schutz des Herrn. Ich wünsche dir einen schönen Abend und über Nutzung. Danke. Mach's gut, ciao. Ciao. Hallo. Hallo, Sascha. Hallo, Armin, gutes Segen. Gutes Segen auf dir. Danke. Ich wollte dir gerne einen, wo du gerade mit einigen Leuten live warst, kam mir nämlich ein Vers in den Kopf, den möchte ich dir gerne geben. Oder den soll ich dir geben. Und zwar ist es Galata 1, 10a. Wie, Galata 1? 10a. Das ist doch... Das ist doch... Ja, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Amen. Und dieses kam mir in den Kopf, ich soll dir diesen Vers halt geben. Also ich soll dir diese Botschaft irgendwie geben. Das kam mir in den Kopf und ich soll dir diese Botschaft geben. Und ich möchte auch den Brüdern und Schwestern auch, ich merke das selber bei mir ja auch, man möchte oft Menschen irgendwie nicht verletzen und dann auch sagen, ja... Also man versucht immer so manchmal den Menschen nach dem Mund zu reden. Dieser Vers sagt das immer ganz deutlich, ja... Dass wir keine Angst haben sollen. Und man sieht, dieser Palästinenser da, oder ich weiß nicht, wie hieß der da, dieser Australien, der hat sogar mich getäuscht, obwohl ich sehr gute Menschenkenntnis habe. Ich habe wirklich gedacht, was für ein korrekter Mensch, ja... Immer prüfen. Immer weiter bleiben. Immer weiter bleiben. Ich zeige schon ihr wahres Gesicht. Ganz genau. Und dann kam mir dieser Vers in den Kopf, den ich dir geben soll und den ich den Menschen hier auch geben soll, dass ihr immer auf... Also ihr müsst mal selber prüfen, was passiert, wenn ihr die Wahrheit sagt oder wenn ihr den Menschen nach dem Munde redet, ja... Wenn du jetzt jemandem irgendwas erzählst, was er gerne hören möchte, ach, es ist egal, welche Religion du hast, ne... Es ist egal, ähm, wir müssen ja die Finsternis, äh... Wir müssen ja, wir müssen ja darauf hinweisen, ne, dass es eine Finsternis gibt und es aufklären, ja... Und du hetzt ja nicht gegen Menschen, möchtest ja Menschen einfach nur zur Wahrheit führen und sie nicht verloren gehen lassen, ja... Ja, die Wahrheit tut ja immer weh. Alles wird als Hetze abgestempelt, sobald du anfängst, ähm, etwas in deine Meinung wiederzugeben, Schriften vorzulesen und, ähm, den ein oder anderen Kommentar dazu abzugeben. Verstehst du? Da fühlt sich jeder auf einmal auf den Schlips getreten. Das ist doch Wahnsinn. Und, äh... In so einer offenen Gesellschaft müssen wir das alle aushalten. Absolut. Sowohl wir als Christen, als auch die Muslime im Islam. Das ist ganz normal. Es ist... In der Demokratie muss das möglich sein, ne? Wir leben hier nicht in einem Scharia-Staat. Gott sei Dank nicht. Aber Leute, die sind ja immer so, die versuchen immer den Menschen nach dem Munde zu reden. Die Muslime bloß nicht kritisieren. Es fällt ja auch immer kurz vor Weihnachten auf. Ist zwar ein halb heidnisches Fest, ja, aber unabhängig davon fällt ja immer wieder auf, dass sie sich eben, egal wo im Fernsehen, über Jesus Christus lustig machen. Aber keiner macht sich über Mohammed lustig, ne? Ja, natürlich. Was steht denn auf die Belustigung Mohammeds denn? Ja, ich denke mal der TUD, ne? Ja, ganz genau. So sieht es aus. Ja. Und was ich hier noch sagen wollte, ist, ähm, also, ähm, so gesehen gibt es ja irgendwo kein Islam. Hört sich jetzt komisch an, weil jeder Moslem spricht den anderen Moslemen den Glauben ab. Und wenn jeder Moslem den anderen Moslemen den Glauben abspricht, gibt es ja so gesehen keinen Islam mehr. Weil, ähm, mir ist aufgefallen, sobald, äh, jemand, der Moslem war, ähm, Jesus Christus angenommen hat, war er auf einmal nie Moslem. Oder er war halt eben, oder eine Schwester kenne ich, äh, sie ist Türkin. Und diese Türkin, äh, ist halt eben halt eben dieses Christus gefunden. Und dann sagen, ne, sie war Aramäerin. Oder sie war Arminierin. Oder, also bloß kein Türke dann. Oder keine Türken, verstehst du, was ich meine? Nein, also, es wird immer so, du warst ja nie Moslem, oder, also, es wird immer so. Ja, das sind dann immer diese Ausreden, ne, das ist ja, die suchen irgendwie einen, einen Grund, jemanden dann, äh, so abzustempeln, nach dem Motto, das, was nicht sein, das, was nicht ist, darf auch nicht sein, ne? Ja, naja. Ja, und, äh, ich, was ich, was mein Lieblingsvers ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, das heißt, ähm, glückselig sind die, die gesehen haben und glauben, aber glückseliger sind die. Ja, das ist Johannes 20, 28. Ja, genau. Und du hast vorhin was erwähnt, und das ist mir auch im Kopf geblieben, und zwar in der Offenbarung ging es da um den Teufel, äh, die Hölle, den Teufel. Und du hast erwähnt, den Propheten dazu, wo steht das, ja, kannst du mir das nochmal sagen, welches, äh, wo das in der Offenbarung steht, steht wirklich im Propheten? Offenbarung 20, 10. Offenbarung 20, 10, okay. Also, ist das schon irgendwo auch ein Hinweis, so, ne? Es gibt ja viele Dinge, die wir so halt eben erkennen. Äh, warte mal ganz kurz. Mo, einfach nur ein Vers weiterlesen. Ich hab gesagt, Johannes 20, 28. Einfach weiterlesen. Und dann steht's dort. Mach dir keine Sorgen. Wirkt das Schäden, aber mir hat das im Kopf. So, ich mach es für dich, damit wir alle sehen, dass ich recht hab. Ab Johannes 20, Vers 28. Da spricht, äh, der Thomas, mein Herr und mein Gott, guck jetzt. Mein Herr und mein Gott. Äh, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, siehst du? Amen, Gott, das ist so, das geht so durch, ne? Ist das nicht unglaublich, oder? Ist das nicht, ne? Und möchtest du nochmal schreiben bei mir? Nein, dies, das. Es gibt ja noch ein Vers, äh, wir sind auf der Welt, äh, ähm, nicht, dass wir ihn, Moment, ich möchte nichts Falsches sagen. Weil er uns zuerst geliebt hatte, meinst du? Erst Johannes 4? Nee, äh, wir sind hier auf der Welt, nicht, dass wir ihn sehen, sondern dass wir an ihn glauben. Ach, da gibt's jetzt viele, viele Stellen. Und das sind so Sachen, so... Aber der bezeichnende Vers findest du hier, das ist auch ein wunderschöner Vers aus 1. Johannes 4, Kapitel 4, hier, pass mal, lest das mal vor, was für Balsam die Bibel uns mitgibt. Guck mal hier, 1. Johannes 4, Kapitel 4. Man hat doch immer mehr, mehr Hunger, so nach Gott. Ich merke das immer noch nicht. Guck mal hier, wie der Herr uns auch schon wieder warnt, guck mal. Gelebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Siehst du, auch über diesen Moskern, der gerade hier drin war. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Also das ist ein antichristlicher Geist. Wenn du sagst, Jesus ist nicht Gott, verstehst du? Versteht ihr das? Wenn jemand zu euch kommt und sagt, Jesus ist nicht Gott, dann ist er ein Antichrist, wenn er nicht Gott im Fleische bekennt. Das muss euch klar sein. Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch, also auch wenn Leute sagen, ja, in Liebe hier und da. Du hast ja auch selber gesagt, Jesus hat ja die Leute aus dem Tempel rausgeschmissen, ja. Ihr habt ja aus dem Gotteshaus ja eine Spielhölle gemacht. Ich zitiere weiter, ich zitiere weiter. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Guck mal hier, und das ist mein Lieblingsvers aus der Bibel. 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Mein absoluter Lieblingsvers aus der Bibel. Amen. Das ist der, was ich dir gerade eben gesagt habe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, das ungefähr wie du es gerade eben gesagt hast, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und ich möchte nochmal die Kunst der Stunde nutzen, um allen Geschwistern zu sagen, dass ich euch liebe. Von ganzem Herzen. Wir lieben dich auch. Gott segne dich. Und der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Ja, so ist das. Das ist das. Den Glanz, den Christus leuchtet. Damit ihnen das herrliche Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. 2. Korinther 4, 4. Ich lese es vor. Ja, gerne. Amir ist Hafiz. Biblischer Hafiz. Ich gehe nach rechts, hatte zwei rechte Hände. Ich habe Tränen gelacht hier. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ich habe mein Handy beiseite, ich habe Tränen gelacht. Wie vielen Menschen ich schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe. Das ist unglaublich. Also die Bibel, die spricht ja auch von, also die Bibel erwähnt auch Dummköpfe. Hast du das schon mal gelesen? Dummköpfe? Ja. Es gibt ganz viele Fälle über Dummköpfe, musst du mal eingeben. Also in Dummköpfe kann man irgendwas nicht erklären. Also er checkt das einfach nicht so übersetzt. Ja, deswegen. Du musst den Toren nach seiner Torheit antworten. Wenn so jemand dann mit sowas kommt um die Ecke, dann musst du direkt den Toren nach seiner Torheit antworten. Ich zitiere. Ich zitiere. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, dem Lichtgebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ist das nicht herrlich? Natürlich. Wie Gott es zu einem spricht. Wie der Apostel Paulus redet. Hast du schon mal sowas Ruhes gelesen? Das ist für mich unfassbar. Wie der Apostel Paulus redet im Heiligen Geist. Unglaublich. Da kann jeder einpacken. Jeder Philosoph und jeder. Unglaublich. Hast du auch dieses Gefühl, wenn du manchmal die Bibel liest oder wenn du die Bibel-App aufmachst und auf einmal passt dieser Vers so genau, dass du denkst, es hat dir den ganzen Tag so schön gemacht, dieser Vers, dass es absolut keinen Zweifel gibt und sucht nach der Wahrheit und sie wird sich hier manifestieren. Ich war damals, guck mal, ich war damals selber, also die serbische Community, die liebt dich auch, dieser sogenannte Serbe, der vorhin hier drin war. Also kein Serbe heißt Adnas oder Adnan oder wie auch immer. Also die Menschen lügen dich auch oft an. Aber unabhängig davon, die serbische Community liebt dich auch hier, den Smaj hier, der feiert dich auch hier unten ganz toll. Und ja, wie gesagt, also haltet immer daran fest, ich habe die Wahrheit auch erkannt. Ich habe das damals auch nicht verstanden, was es bedeutet, im Geist wiedergeboren zu sein. Und ich habe es niemals geglaubt. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich habe immer nach Gott gesucht, nach Herzen so. Und dann hat er mir das ins Herz gegeben und es hat mich geistig so verändert, dass ich noch nicht mal mehr richtig fluchen kann. Ich habe schlechtes Gewissen, wenn ich wirklich mal sündige. Und was du vorhin gesagt hast, war interessant. Ich wusste nicht, wenn du als wiedergeborener Christ anfängst, öfter zu sündigen, dann hast du gesagt, dann kann er dein Fleisch zerstören. In der Stellung bist du ja gerettet vor Jesus Christus. Er hat deine Sünden getragen und deine zukünftigen Sünden auch. Aber der Herr wird irgendwann mal entscheiden, wenn du ihm zu viel sündigst, dass er dich aus dieser Erde nimmt, aber dein Fleisch verdirbt, aber deine Seele gerettet wird. Verstehst du? So ist das Prinzip. Das können wir auch im 1. Korintherbrief lesen. Kannst du dir vorstellen, Amir, dass ich manchmal Abende habe, dass ich so ein schlechtes Gewissen habe gegenüber Jesus, dass ich anfange zu weinen? Ehrlich, ja. Freude ist Tränen, ne? Ja, es tut mir leid. Ich habe manchmal so Abende... Meinst du, wenn du gesündigt hast? Genau, wenn ich gesündigt habe. Ach so, ja, ja. Natürlich kann das gut, dass es tut uns weh. Ob ich überhaupt gut genug bin? Meinst du nicht, wenn ich... Meinst du, jeder von uns, wenn der Abend zum Beispiel in seinem Bett liegt, boah, jetzt habe ich wieder diesen Mist gebaut, jetzt habe ich wieder das gemacht, war ich wieder da zornig, was habe ich da gesagt? Also natürlich. Aber wenn wir uns die ganze Zeit darauf berufen, dann machen wir uns ja verrückt. Wir dürfen in Christus wirklich leben. Das ist das. In der Stellung wird der gerettet vor ihm. Und ein wiedergeborener Christ lebt ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus Tag ein Tag aus, bis der Herr seine Seele abberuft. Ich habe manchmal so ein schlechtes Gewissen, so, weißt du, wenn ich irgendwas gemacht habe und dann denke ich, bin ich überhaupt gut genug? Manchmal denkt man so, ist man überhaupt gut genug für ihn? Ja, natürlich, dann kommt der Teufel und versucht, dir da Zweifel reinzuknallen. Das musst du heulich aufpassen. Was ich nur noch eins sagen wollte, dann gehe ich auch, ich möchte dir deine Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen. Und zwar, ich habe als Kind ja sehr oft Sachen erlebt, die wird man so, also befasst euch bitte mit dem Thema, die Hölle ist real. Ich habe als Kind Dämonen gesehen, mögen wir jetzt sagen, ich bin Spinner oder wie auch immer. Ich habe als Kind Dinge gesehen, die so schlimm sind, da möchte ich nicht wissen, wie die Hölle ist. Das ist kein Spaß, rettet eure Seele, bitte rettet eure Seele. Das ist so wichtig und das ist die Ewigkeit und die Ewigkeit heißt Ewigkeit. Dort, wo es Jammern gibt, das ist so ein schlimmes Gefühl. Ich habe nur einen Hauch von Dämonen gesehen als Kind. Ich war immer offen für so diese geistlichen Sachen und ich habe so schlechte Dinge gesehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm die Hölle ist. Viele machen sich darüber lustig, aber das ist kein Spaß. Er rettet eure Seele und ihr könnt nur eure Seele retten durch Jesus Christus. Seitdem ich ihn angenommen habe, habe ich dieses nicht mehr. Es ist weg. Die Dämonen zittern vor dem Namen Jesus Christus. Amen. Okay, mein Lieber, danke dir für deine Worte. Danke schön. Gottes Segen. Okay, Gottes Segen. Gottes Segen. Hallo. Hallo, mein Lieber. Guten Abend. Möge Gott dich segnen. Danke dich. Und zwar, ich bin Christ, ich liebe unseren Herrn Jesus Christus und ich habe mal mit einem Muslim diskutiert. Was heißt diskutiert? Wir haben geredet, weil er sagt, wir haben auch Jesus im Koran. Aber das stimmt ja nicht. Bei denen im Koran ist alles, aber nicht Jesus. Aber jetzt hat er mir vorgelesen. Guck mal, wie toll er ist. Und schau mal jetzt, wie, 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 wie besonders unser Herr ist. Und zwar in Suche 19, Vers 33, Al-Mariam. Du kannst nicht rausgehen und lesen. Man hört dich dann nicht. Ja, dann sage ich es dir so. Und der Friede sei auf mir, an dem Tag, wo ich geboren werde, an dem Tag, wo ich sterbe und an dem Tag, wo ich auferweckt werde. Aber was lehrt man über Jesus? Dass er nie gestorben und auferstanden ist, oder? Ja, ganz genau. Hochgehoben so. Zumal, dass die Kreuzigung, wenn das durch die Ausleger dann auch beschrieben wird, widerlegt das ja auch die islamische Theologie. Weil der Allah sagt im Koran, keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Aber Allah widerspricht seinem eigenen Wort und lässt die Last von Jesus Christus einem anderen tragen am Kreuz. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber da ist ja jetzt die Logik. Jesus, entweder lügt Jesus und sagt hier, ich sterbe und werde auferweckt. Das stimmt nicht. Oder Allah, Mohammed, Fasch, hat gesagt, das war nicht Jesus am Kreuz. Der ist nie gestorben. Was stimmt denn jetzt von beiden? Ich sterbe und werde auferweckt, oder? Die Menschen haben ein Riesenproblem mit der Kreuzigung. Und sie wissen das auch, dass da der gesamte Islam auseinanderfliegt. Und ich kann euch immer wieder empfehlen, guckt euch die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat an. Zwei Stunden geballte Power. Wenn ihr wirklich, ja, ist ein bisschen mühselig, aber wenn ihr Englisch versteht und wirklich euch Zeit nimmt für diese Debatte, ihr werdet sehen, wie der Islam ruiniert wird. Schon vor 1985 ist der Islam zerbombt worden. Ja, da wird ja jetzt gesagt, das ist aber nicht der gleiche Jesus wie in der Bibel. Aber da wird ja der Tod und die Auferstehung bestätigt, sogar im Koran. Das ist ja das, was uns Christen ausmacht. Dass Jesus den Tod für uns besiegt hat, damit wir ewiges Leben haben. Wird in diesem Vers bestätigt. Warum? Check nicht. Lesen die nicht. Die sind blind. Checken die nicht. Ich weiß nicht was. Die können das dann lesen, aber ihr Herz möchte das nicht zulassen. Das ist das Problem. Sie versuchen, eine Ausrede zu finden und versuchen, das Ganze zu drehen und zu wenden, wie es nur geht. Aber die historischen Beweise sind zu erdrückend. Das ist das Problem, was der Islam hat. Ja, so sieht es aus. Die historischen Beweise ziehen den Islam den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen habe ich ja gesagt, ein Bruder ist gerade dabei, die gesamte Debatte die zwei Stunden von so einer KI übersetzen zu lassen. Mit der originaldeutschen Stimme von Ahmad Dedat und der Originalstimme von Josh McDowell. Hammer. Aber ich glaube, das ist ein bisschen teuer. Müssen wir mal gucken, wie teuer das ist. Ansonsten werde ich auch ein bisschen dazu. Ja, genau. Spenden sammeln. Weil das lohnt sich. Ich habe die Debatte dank dir gesehen. Du hast ja gesagt, die Debatte, die mich zum Christentum überdeugt hat. Ja, genau. Das war die Debatte, die mich überzeugt hat. Ich wusste, dass der Islam Geschichte ist. Ich habe noch nicht mal über Mohammeds Leben geredet. Das kommt ja auch noch dazu. Zusätzlich zu den ganzen Widersprüchen im Koran. Und Mohammeds Leben, was übertrieben jemanden abschreckt. Ja, naja, ich wollte nur mal hier, weil eben hat jemand gesagt, Jesus ist nie gestorben. Und dann wollte ich sagen, hier, lies den Koran. Und ich habe ja auch die Sura und den Vers hier reingesprochen, damit jeder selbst da nachlesen kann, ohne zum Imam zu rennen, weil bei denen ist ja Lügen erlaubt. Ja. Ja, na dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich auch, mein lieber Gott. Segne dich von deiner Familie. Ich segne dich. Hallo? Hallo, mein lieber Gott. Segne dich von deiner Familie. Grüß dich. Grüß dich. Eine Sekunde. Ja, ich wollte mich nur kurz fassen. Ganz kurz. Ich wollte nur sagen, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed und Jesus sind seine Gesandten und seine Propheten. Ja, es gibt nur eben und Mohammed ist nichts außer ein falscher Propheten. Das ist unglaublich. Take beer. Take beer. Ja, Gott, Nigel, mach ich lieber. Danke, Cindy. Unfassbar. Ich wollte nur eines sagen. Eines. Hallo, hört man mich? Ja, man. Arnie, wie geht's dir, mein Bruder? Kam, du, Jesus, mir geht's gut. Ich wollte mich kurz... Ich bin der Jesus, mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut, aber ich wollte eins sagen, und zwar, du bist ein Hurensohn irgendwie. Ich weiß aber, warum das nicht. Nein, Gott segnet deine Mutter und dein Vater, aber du bist ein Dämon und das macht deine Religion aus dir. Verstehst du, das ist das Problem. Das ist das Problem, was du hast. Du bist das Problem, weil deine Mutter kann nichts dafür, dass dir so einen Menschen wie dich geboren hat. Und weil du dämonisch besessen bist, bist du so. Gott segnet deine Mutter, aber, ja, die kann nichts dafür, dass die so einen Widerling nicht geboren hat. Habt ihr das gesehen? So repräsentiert man seine Religion. Hoffentlich verachten die Menschen, die das sehen, den Islam so sehr, und sagen, wenn das die Anhänger des Islams sind, ich spucke auf diese Religion und samt diese Anhänger. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nur die Muslime können sowas. Habt ihr das gesehen? So ist das. So ist das. Und was machen wir? Wir segnen. Weil wir dem wahrhaftigen Gott und das ewige Leben folgen. Dem ewigen Leben. Amen. Wie gut sie ihre Religion präsentieren, so würde ich das haben. Ganz genau so. Damit alle das sehen und alle den Islam hassen bis zum Gehtnichtmehr. Und ich werde die ganze Zeit beschenken. Alle sind, wir kennen das ja. Nur die machen sowas. Nur die. Und die bestätigen das sogar noch. Du wunderst dich, warum der dich beleidigt, aber beleidigt Millionen von Muslimen jeden Tag. Inwiefern? Inwiefern? Lese ich vor, was dein Prophet getan hat und was diese Religion aussagt. Und das gibt dir die Berechtigung, Mutter zu beleidigen? Guck mal, was für eine verquirlte Sichtweise. Es kann ja jeder an das glauben, was er möchte. Ja, richtig. Kann ja auch jeder an was glauben, was er will. Musst du dann direkt Mütter und Väter und alles beleidigen? Nein, aber ich gehe auch nicht raus und beleidige jetzt irgendwelche Christen. Ja, du kannst ja auch die Christen gar nicht beleidigen, weil sie dir nie was getan haben. Oder haben die Muslime was getan? Jeden Tag, tagtäglich sehe ich, wie Muslime in Nackentherapie meinen Geschwistern verpassen, weil sie die Mehrheit bilden, da wo sie sind. Wann kam denn der Moment, wo du nicht mehr Muslim sein wolltest? Warum? Ja, Mohammeds Leben hat mir natürlich den Rest gegeben. Da hat mir schon, der Mohammed sein Leben hat mir dann wirklich schon, stand mir bis hier oben. Aber warst du nicht früher Rapper? Ja, genau. Ich habe für dich gewappt, damit du immer schön viel Kamelurin bekommst. Süß. Ist das ein Typ, ey? Ja, mit sowas muss ich mich dann auch rumschlagen. Mit sowas muss ich mich dann auch rumschlagen. Ja, dein Name ist ja auch. Hallo. Hallo, meine liebe Gott, ich bin schon deine Familie. Ne, mach die Tür zu. Hallo, hört man mich? Ja, man hört sich. Okay, perfekt. Also ich will einfach nur klarstellen. Ich bin nicht auf Beleidigung aus oder sonst was oder irgendwie. Nein, auf Ernst, also gar nicht. Ich bin sehr respektvoll und ich will mit jedem Einzelnen auch respektvoll reden, so ganz normal. Ich finde es einfach nur sehr extrem schade, wie du das alles darstellst. Es ist kein Problem. Du bist Christ. Ich respektiere jeden Christen, ich respektiere jeden Juden und so. Du bist ein Schlimer? Ja, Alhamdulillah, ich bin Muslimer. Und es ist kein Problem, wenn du gegen den Islam bist, aber ich finde das nicht richtig und ich weiß, Jesus hat das, du glaubst ja an Jesus und dass er Gott ist und du und ich wissen ganz genau, er hat das nicht so gemacht. Oder willst du mir sagen, dass er die Juden damals nicht respektiert hat? Oder willst du mir sagen, dass er den Gott als Satane beleidigt hat? Er hat sie als Teufelskinder abgestempelt, soll ich das zeigen? Also, ich finde es nicht richtig. Also ich finde es einfach moralisch nicht richtig, irgendwelche Menschen zu beleidigen. Du findest etwas moralisch nicht richtig. Wie geht es denn damit um, dass dein Prophet ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und sie mit neun Jahren auseinandergenommen hat? Findest du das moralisch richtig? Ich kann dir das ganz genau erklären, aber das ist nicht meine Aufgabe. Okay, erklär uns das mal bitte. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist deine Aufgabe, moralische Dinge zu erklären. So, ich will einmal kurz meine Sache klarstellen. Nein, 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 ich will einmal kurz erklären uns das mal. Wir 800 Leute wollen wissen, was das für eine moralische Instanz ist, die ihr folgt. Du redest gerade, guck mal, das ist kein Problem. Wie gesagt, ich kann dir das erklären. Ich will einfach mal ein paar Sachen kurz klarstellen. Du hast doch von Moral gesprochen. Ich habe dir geantwortet. Lass mich daran bitte um meine Frage beantworten. Lass mich daran bitte um meine Frage beantworten. Oder darf ich doch respektieren. Okay, dann bitte. Aber antworte auf die Frage. Was ist das für eine moralische Instanz, die Mohammed an den Tag legt? Ja, warte doch. Lass mich doch erst mal meine Frage und dann kannst du dir beantworten. Nein, ich bin dick mal nicht gehen. Was ist das für eine moralische Instanz? Alle Muslime, alle in einen Haufen zu packen. Bleib locker, bleib locker. Was ist das für eine moralische Instanz? Ich weiß, du schämst dich für deinen Propheten. Ich schäme mich nicht für meinen Propheten. Du schämst dich im Grunde und Boden für deinen Propheten, weil du selber damit nicht klarkommst. Du schämst dich im Grunde und Boden. Ich verstehe das. Ich könnte auch nicht so einen Menschen folgen. Ich kann auch sowas gar nicht verteidigen. Du schämst dich im Grunde und Boden. Ich weiß das. Du möchtest doch nicht segnen. Es ist gar kein Problem. So, du redest sich um Respekt. Okay, dann erzähl mir, warum das für dich eine moralische Instanz ist, jemandem zu folgen, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat. Warum folgst du jemandem, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat? Warum folgst du jemandem, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat? Ich gehe auf diesen Punkt gleich ein, okay? Antworte jetzt, dann können wir weitermachen. Ich kann dir das ganz genau erklären. Das ist gar kein Problem. Ich kann dir das ganz genau erklären, aber lass mich doch erst mal aussprechen, oder? Bitte schön, wir warten. Lass mich doch erst mal aussprechen. So, also Respekt fängt erst mal da an bei deinem Titel, dass du alle Muslime, also beziehungsweise Allah als Satan beleidigt. Das ist nicht richtig. Aber für die Christen ist doch der Allah-Satan. Du weißt ganz genau, dass das nicht richtig ist. Du brauchst jetzt nicht darüber zu diskutieren. Doch. Okay, nein, es ist nicht. Warum bist du dann hier mit mir nicht darüber zu diskutieren? Jetzt lenkst du wieder ab vom Thema. Jetzt lenkst du wieder ab vom Thema. Guck mal, jetzt lenkst du wieder ab vom Thema. Guck mal, jetzt lenkst du wieder ab, weil ihr den Propheten nicht verteidigen kann. Seht ihr? Es ist nicht richtig von dir, das zu machen. Ganz einfach. Und du weißt jetzt ganz genau. Versuchst du den Islam, du musst nicht darzustellen. Aber versuch doch einfach mal, den Christentum schöner darzustellen, anstatt irgendwelche Religionen schlecht darzustellen. Das ist nicht die Aufgabe eines Christens. Schämst du dich aber für dein Vorbild? Schämst du dich für dein Vorbild? Es geht darum, nein, schäme ich mich nicht, wenn ich mir gut ist immer noch. Ich schäme mich nicht dafür. 800 Leute, 900 Leute sind die Gründe sind. Nein, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Wir können nicht mal ihr eigenes Vorbild verteidigen. Natürlich kann ich das. Weil wenn es schon Menschen bei klarem Verstand ist, würde einen Menschen verteidigen, wie ein sechsjähriges Kind geeignet haben. Es geht mir um den Respekt gerade. Es geht mir um klare Sachen festzustellen. Einfach, dass es nicht richtig von dir ist. Und das ist die erste Aufgabe eines Moslems, den Islam ganz normal und ganz friedlich darzustellen. Und jetzt irgendwie versuchst du mit jedem Moslem streitig zu machen. Wie hat denn dein Prophet den Islam denn verbreitet? Wie hat denn dein Prophet den Islam denn verbreitet? Man merkt einfach, man kann mit dir gerade nicht diskutieren. Du redest doch wie ein Wasterfall, Mann. Du redest doch wie ein Wasterfall. Ich kann doch genauso sagen. Ich komme ja gar nicht durch. Du machst ja nicht mal ein Punkt. Gar nichts. Und Jesus, das kann ich doch genauso sagen. Ich kann doch genauso darüber diskutieren. Aber es geht mir gerade um Respekt. Das ist mir gerade um Respekt, aber das verstehst du einfach nicht. Es tut mir leid, dass ich überhaupt mit dir geredet habe. So behämmert kann keiner mehr sein. Ja, mach doch ein Punkt. Bleib mal locker. Was ist das für eine Art und Weise? Ja, du hast über moralische Instanzen gesprochen. Ich möchte oder beziehungsweise wir wollen alle wissen, was für eine moralische Instanz ist das denn, wenn ein 53-jähriger Mann ein 6-jähriges Kind heiratet und sie mit 9 Jahren entjungfert. Was ist das für eine moralische Instanz? Unglaublich, ne? Ja, natürlich war es ja unangenehm, weil dieses Thema sehr viel nahe geht. Unglaublich. Ach ja. Einfach die ganze Zeit am Reden. Eine ganze Zeit, ganze Zeit, wo sie gemerkt hat, auf einmal dieses Thema, was sehr unangenehm ist. Wie eine Irrenanstalt. Nicht ein vernünftiger Mensch, der hier reinkommt, normal, vernünftig redet. Sie redet voll, er braucht nur eine Minute, man hört dazu und dann will man etwas sagen und dann redet die einfach drauf weiter. Natürlich rege ich mich auf. Hallo, Ex-Muslim, ich habe eine Frage für dich. Ja, ich habe auch eine Frage für dich. Möchtest du die wissen? Kein Problem. Du sagst wegen Mohammed. Was ist mit dem Rebekah? In dieser Zeit mit Josef Rebekah. Du kennst gut Bibel. Erklär mir ein bisschen, wegen das. Ja, ich erkläre dir, Rebekah war niemals drei Jahre alt, so wie die Muslime das behaupten, weil das Teufelsanbeter sind. Ah, Mann. Und die wissen ganz genau, dass dir Gott sowas erlaubt mit dem. Ah, Mann. Du sagst wegen Aisha war sechs Jahre oder neun. Du sagst das. Wie viel war Rebekah? Nein, das kann noch nicht wahr sein. Bist du hier, um etwas zu erfahren oder willst du mal eine Ahnung? Du hast keine Ahnung von Bibel. Ich kenne besser als du, Bibel. Weil meine Mutter ist Christ, mein Vater ist Muslim und du hast keine Ahnung. Du nur blamierst du ganz Tag, ich sehe dich, du blamierst du. Komm, du bist Christ. Erklär mir, wegen Rebekah. Okay, ich danke dir. Ich danke dir. Ich erkläre das jetzt, damit du nicht reinredest. Also nochmal für alle. Rebekah war niemals drei Jahre alt. Das ist von einem Rabbiner in die Welt gesetzt worden, der einfach einen teuflischen Geist hat. Und dass die Muslime dann auch noch aufgabeln, weil sie einen Propheten haben, der wirklich ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und sie mit neun Jahren entjungfert hat. Und zusätzlich der Gott des Islams behauptet, dass man in Sura 65 Vers 4 kleine Babys heiraten darf. Man muss nur warten, wie Mohammed als Vorbild. Er hat ja auch abgewartet, bis sie sechs war und dann mit neun Jahren die Ehe vollzogen hat. Also im Islam gibt es kein gewisses Heiratsalter und das kann ich euch beweisen. Dann machen wir das auch direkt durch, damit ihr seht, dass ich keinen Unsinn erzähle. Durch die Ausleger des Islams werde ich bestätigt und die Muslime werden dem Erdboden gleichgemacht. Durch ihre eigenen Gelehrten, die sagen, ihr hört auf über den Islam zu lügen. Hier. Warum wurde der Vers herabgesandt? Das ist in Koran Sura 65 Vers 4 von Al-Wahidi als Bab in Nusul. Das kann jeder von euch machen, die Muslime kennen den Namen. Und für solche eurer Frauen, wie die Verzweiflung an der Menstruation. Muratil sagte, als der Vers, Frauen, die geschieden sind, sollen warten und sich getrennt halten, sagte, Was ist mit der Wartezeit der Frau, die nicht menstruiert und der Frau, die noch nicht menstruiert hat? Und wie lange ist die Wartezeit der Schwangeren? Und so offenbarte Allah, erhaben ist er diesen Vers. Abu Ishaq al-Muqri informierte uns Muhammad, jetzt kommt diese ganze Kette, Uthman Amr bin Salim, der sagte, Als die Wartezeit für die geschiedene und verwitwete Frau in der Sura al-Baqarah erwähnt wurde, sagte Ubay ibn Kaab, Oh Gesandte Allahs, einige Frauen von Medina sagen, es gibt noch andere Frauen, die nicht erwähnt wurden. Er fragte ihn, und wer sind sie? Er sagte, diejenigen, die zu jung sind, so dass sie noch nicht menstruiert haben. Muslime dürfen kleine Kinder, die noch nicht menstruiert haben, heiraten, und dann, ihr wisst schon was machen. Guck mal hier, das war Al-Wahidi, was sagt der Nächste? Guck mal hier. Tafsir aus al-islam.com, die offizielle Saudi-Arabische Seite, und diejenigen, die nie menstruiert hatten, weil sie minderjährig sind. Weiter geht's. Was geschiedene Frauen betrifft, das ist Tafsir al-Muyalsar, Königfad, komplex für den Druck des heiligen Korans, zweite Auflage, Seite 585. Was geschiedene Frauen betrifft, die aufgrund ihres Alters nicht mehr menstruieren, so beträgt die Idda drei Monate, wenn sie nicht wüssten, was das Urteil über sie ist. Was die Jungen betrifft, die noch nicht menstruiert haben, so beträgt ihre Idda ebenfalls drei Monate. Seht ihr, der Islam ist eine Pädosekte vom Allerfeinsten, Leute. Vom Allerfeinsten. Die Idda für diejenigen, die keine Menstruation haben, also jung sind, beträgt ebenfalls drei Monate. Was sagt er zu dem Thema? Nachdem Vers Nummer 1, die Idda für Frauen, die menstruieren, erklärt wurde, bleibt noch eine andere Sache zu erklären, nämlich die Idda für Frauen, die das Menstruationsalter überschritten haben, oder für diejenigen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, weil sie zu jung sind. Siehst du? Al-Tahril wal-Tanwir von Ibn Ashur al-Dar al-Tunesia lil-Nash band 28, Seite 315. Eure Gelehrten bestätigen mich. Abu al-al-Maududi. Was sagt er? Kommentar zur Surah 65, Vers 4. In diesem Zusammenhang sollte man sich vor Augen halten, dass sich nach der Erklärung im Koran die Frage der Wartezeit in Bezug auf die Frau stellt, mit denen die Ehe vollzogen worden sein könnte. Denn es gibt keine Wartezeit für den Fall, dass die Scheidung vor dem Vollzug der Ehe ausgesprochen wird. Al-Azab 49. Die Erwähnung der Wartezeit für die Mädchen, die noch nicht menstruiert haben, beweist also deutlich, dass es nicht nur erlaubt ist, das Mädchen in diesem Alter zu verheiraten, sondern dass es auch dem Ehemann erlaubt ist, die Ehe mit ihr zu vollziehen. Ihr seid so eine Teufelssekte, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ihr seid so eine Teufelssekte. Versteht ihr das jetzt? Kommentar zur Surah 65, Vers 4. Saeed Abul Al-Maududi. Tafim Al-Quran. Wie kann sowas von Gott kommen? Ihr seid das Teufeligste, was die Welt hier... Deswegen benehmen die sich auch so. Merkt ihr das? Guckt euch das bitte an. Hallo. Hallo. Hallo Amir, grüß dich. Grüß dich, mein lieber Gott, segne dich an deine Familie. Ich meine, lieber Gott, segne dich an deine Familie. Mach mal Blüte da aus. Mach mal Blüte da aus. Amir, ich war glaube ich schon mal weiter. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich war da so geschworen mit dir live im Video. Ist das richtig? Ja. Das hat mir einer seinen Link wieder weitergeschickt. Amir, ich verstehe nicht dein... Was ist dein Zweck und dein Sinn? Diese Religion, die behauptet von Gott zu sein, auf den Prüfstand zu schicken und die Menschen aufzuklären, was das überhaupt für eine Religion ist. Ob sie von Gott kommt, ob die Menschen sowas akzeptieren können. Aber doch nicht mit dieser Interpretation, die du da von dir gibst. Das ist ja ganz kurz. Das ist ja Hass-Hass-Predigend, was du da tust. So. Also, mehr kann ich darunter nicht verstehen. Amir, ganz kurz. Ich habe dir schon mal die Frage gestellt. Du hast mir die Frage letztes Mal nicht beantwortet. Und du hast ja wirklich sehr viele live Zuschauer. Wenn doch die Kirche die wahre Religion ist, oder die Kirche die wahre Religion ist, wann wurde denn die erste Kirche gebaut, der Wels? Habe ich dich schon mal gefragt, die Frage? Danke, dass du da bist. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist das. Man muss sich das, ja, muss da durch, ne? Schönen guten Abend, Dr. Amir. Gott segne dich von deiner Familie. Ich auch, mein Bruder. Lass dich doch nicht von denen unterkriegen. Ich bin nur kurz reingekommen, um zu sagen, lass dich nicht von denen unterkriegen, mein Bruder. Siehst du, was das für Leute sind? Wen willst du das erklären? Das Problem ist, die meisten muslimi kennen sich leider nicht aus. Und ich muss diese Arbeit vollziehen, damit viele, viele Menschen auf die Suche gehen und sofort sagen, ja, warte, ich prüfe das mal, was der Amir da sagt, weißt du? Und dann sehen die auf einmal, du Heilige, der Amir hat recht, obwohl er so jetzt gerade das macht. Das ist richtig, mein Bruder. Aber wie willst du das den Leuten noch weiter erklären, weißt du, wenn die dich irgendwie nicht verstehen? Ich weiß ja nicht, wenn mir hier alles zuhört. Das ist ja das Gute. Man weiß ja nicht, wer sich hier alles drin befindet, dass sie eventuell doch Nachforschung umstellen, weil die Muslime ja auch neugierig sind. Sie wollen ja herausfinden, ob ich Quatsch hier erzähle oder ob ich die Wahrheit sage. Das ist das ja. Du belegst das ja alles mit den Quellen und so weiter, weißt du, dass die Islam überhaupt die schlimmste Religion ist, mein Bruder. Und die Menschen verstehen das einfach nicht. Ja. Und deswegen sage ich einfach so, schönen Abend hier, mein Bruder. Lass dich nicht runterkriegen. Ja. Gott ist mit dir, mein Bruder, ja. Ja, danke dir. Mit dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao. So, lasst mich euch das weiterlesen. Weitere Gelehrte, die mich bestätigen, die Dr. Schrauboamil bestätigen. Al-Sadi, diejenigen, die noch nicht menstruiert haben, das heißt die Jungen, die noch nicht menstruiert haben, Taissir al-Karim al-Manan von Al-Sadi, Muassad al-Risala, Seite 807. Al-Shaukani, aufgrund ihrer Jugend und ihres fehlenden Erreichen des Demenstruationsalter, das heißt vor der Pubertät, das heißt ihre Wartezeit beträgt drei Monate. Koran, Sura 65, Vers 4, der Tafsir von Al-Shaukani, Faidu Qadir. Guck mal hier, Ibn Kathir, was sagt er? Das gleiche gilt für die Jugendlichen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Tafsir Ibn Kathir, der Dar-Taiba, Band 8, Seite 149. Al-Tabari, was sagt er dazu? Guck mal hier. Und für die, die noch nicht menstruiert haben, bedeutet, das gleiche gilt für die Idda, für die Mädchen, die noch nicht menstruiert haben, weil sie zu jung sind, wenn sich ihre Ehemänner von ihnen scheiden lassen, nachdem sie ihre Ehe mit ihnen vollzogen haben. Muslime dürfen Kleinkinder, die noch nicht menstruiert haben, berühren. Wie kann man so eine Religion in Deutschland und Europa zulassen? Wie kann man sowas zulassen überhaupt? Versteht ihr jetzt unter der Scharia, was dem Muslim erlaubt wird? Tafsir Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed, was sagt er zu Sura 65, Vers 4? Und für diejenigen eurer Frauen, die an der Menstruation verzweifeln, wegen ihres Alters, wenn ihr zweifelt über ihre Wartezeit, ihre Wartezeit soll drei Monate betragen. Worauf ein anderer Mann fragte, oh Gesandte Allahs, was ist mit der Wartezeit derjenigen, die keine Menstruation haben, weil sie zu jung sind, zusammen mit denen, die es nicht haben, wegen ihres jungen Alters, beträgt ihre Wartezeit drei Monate. Muslime, die Kinder heiraten, wollen ja auch die Ehe konsumieren. Wisst ihr, was das für eine Religion ist? Unfassbar. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich Gedanken macht und das sofort prüfen geht. Al-Jalalayn, was sagt er von Imam As-Suyuti? Und für diejenigen eurer Frauen, die nicht mehr mit der Menstruation rechnen, wenn ihr irgendwelche Zweifel an ihrer Wartezeit habt, so soll ihre vorgeschriebene Wartezeit drei Monate betragen. Und auch für diejenigen, die noch nicht menstruiert haben, wegen ihres jungen Alters, soll ihre Periode drei Monate betragen. Tafsir al-Jalalayn war das. Al-Wahidi, was sagt er zum Beispiel? Und für solche eurer Frauen, die Verzweiflung an der Menstruation, Muratil sagte, als der Vers, Frauen, die geschieden sind, sollen warten und sich getrennt halten, sagte, Kalad ebn al-Numan, ebn Qais al-Ansari, O Gesandte Allah, was ist mit der Wartezeit der Frau, die nicht menstruiert und der Frau, die noch nicht menstruiert hat? Und wie lange ist die Wartezeit der Schwangeren? Und so offenbarte Allah, erhaben ist er diesen Vers. Abu Ishaq al-Muhri, jetzt kommt wieder die Überlieferungskette. Dankeschön, danke, Elin, Dankeschön. Als die Wartezeit für die geschiedenen und verwitweten Frauen in der Surah al-Baqarah erwähnt wurde, sagte Uba ibn Qab, O Gesandte Allahs, einige Frauen von Medina sagen, es gibt noch andere Frauen, die nicht erwähnt wurden. Er fragte ihn, und wer sind sie? Er sagte, diejenigen, die zu jung sind, so dass sie noch nicht menstruiert haben. Was ist das für eine Religion, Mann? Al-Samakshari. Was sagt er zum Beispiel zu dem Thema Surah 65, Vers 4? Es wird gesagt, dass die Leute sagten, wir haben die Wartezeit der Gebildeten gekannt. Was ist die Wartezeit derer, die nicht menstruieren? Es wurde seine Bedeutung enthüllt. Das Zitat aus dem Koran, wenn du zweifelst, das heißt, wenn das richtige Urteil nicht klar ist und du nicht weißt, wie du ihre Idda einschätzen sollst, dies das richtige Urteil sein soll. Und es wird gesagt, wenn sie an den Frauen gezweifelt haben, die an einer weiteren Menstruation verzweifelt sind und sie schätzen, dass sie 60 oder 55 Jahre alt sind und sie sehen mehr Blut, ist es dann Menstruation oder Schmierblutung? Zitat aus dem Koran. Ihre Wartezeit beträgt drei Monate. Und wenn dies die Wartezeit für diejenigen ist, an denen Zweifel bestehen, und dann sind dies die kleinen weiblichen Kinder, für diejenigen, an denen es keinen Zweifel gibt und für diejenigen, die noch nicht menstruiert haben. Muslime dürfen unter der Scharia, Kleinstkinder, was meint ihr, was in Afghanistan los ist? Versteht ihr jetzt, wenn eine afghanische Familie das Kind einem alten Sack mitgibt auf der Grundlage der Scharia? Wie viele Videos haben wir gesehen? Wie viele Videos? Unzählige Videos. Hier in Europa kommen sie an die Menschlichkeit, wenn sie an die Zivilisation herangeführt. Aber ihre Religion sagt etwas ganz anderes, als das, was die Muslime glauben. Tabrazi, ein schiitischer Gelehrter, was sagen die Schia denn zu dem Thema? Und diejenigen, die noch nicht menstruiert haben, das heißt für diejenigen, die noch nicht menstruiert haben, beträgt ihre Wartezeit drei Monate, wenn sie daran zweifeln, dass sie den Verweis auf den vorherigen Vers negieren. Dies sind die Frauen, die das Alter der Menstruation noch nicht erreicht haben und diejenigen, deren Menstruation der Beobachtung entzieht. Kleinstkinder. Auch die Schiiten sind damit einverstanden, dass Sore 65 Vers 4 über Kleinkinder gesprochen wird. Abu Hayyan. Oder wenn sie gezweifelt haben, das heißt, wenn sie ihre Wartezeit nicht kennen und so viel ist klar, zu denen, die noch nicht menstruiert haben, gehören auch diejenigen, die aufgrund ihres jungen Alters noch nicht menstruiert haben. Guck mal hier. Aus Sahih Muslim. Hier ist jemand darauf eingegangen. Guck mal hier. Es ist dem Vater erlaubt, seine Tochter die Hand zu reichen, auch wenn sie noch nicht ganz erwachsen ist. Sie darf sie in die Ehe geben. Sahih Muslim. Buch 8, Hadith 3, 3, 0, 9. Zu Sahih Muslim. Buch 8, Hadith 3, 3, 1, 1. Musanna von Abdulazak, eine der frühesten Hadithsammlungen, erwähnt einen Bericht, in dem sich Gefährten Mohammeds auf Sore 65 Vers 4 beziehen, während sie eine Rechtsfrage über eine geschiedene Frau beantwortet bekommen. Sie sagten, erwähnt den Fall einer Frau, während Ali ibn Abi Talib und Said bin Therbit anwesend waren und Osman sagte zu den beiden, was denkt ihr? Die beiden sagten, wir meinen, sie wird von ihm erben, wenn er stirbt und er wird von ihr erben, wenn sie stirbt. Denn sie gehört nicht zu den alten Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten und sie gehört nicht zu den Jungfrauen, die nicht menstruiert haben. Musanna von Abdulazak al-Sanani, al-Maktab al-Islami, Hadith Nummer 11100, Band 6, Seite 340. Guck mal hier, der folgende Muwatta Hadith zeigt, dass es erlaubt ist, Dankeschön, Dankeschön, vielen lieben Dank, Gott segne euch und eure Familie. Der folgende Muwatta Hadith zeigt, dass es erlaubt ist, Mädchen zu heiraten, die die Pubertät noch nicht erreicht haben. Guck mal hier, Jahia erzählt mir von Malik, dass er gehört hatte, dass der Gesandte Allahs möge ihn segnen und ihn Frieden schenken, um Salama besuchte, während sie um Salama trauerte und dass sie Aloi auf ihre Augen aufgetragen hatte. Er fragte, was ist das? Um Salama. Sie sagte, es ist nur Aloi, Gesandte Allahs. Er sagte, ziehe es nachts an und wische es tagsüber ab. Malik sagte, die Trauer eines jungen Mädchens, das noch keine Menstruation hatte, nimmt die gleiche Form an wie die Trauer eines Mädchens, das eine Periode hatte. Sie vermeidet das, was eine reife Frau vermeidet, wenn ihr Mann stirbt. Malik sagte, eine Sklavin trauert um ihren Mann, wenn er zwei Monate und fünf Nächte lang stirbt, wie ihre Idda. Malik sagte, eine Umwalad muss nicht trauern, wenn ihr Herr stirbt und eine Sklavin muss nicht trauern, wenn ihr Herr stirbt. Trauer ist für diejenigen, die Ehemänner haben. Al-Muatta von Imam Malik, Buch 29, Hadith 108. Das folgende, was ich jetzt vorlese, ist aus Fatul Bari, von Imam Ibn Hajj al-Asqalani. Der erklärt, Sahih Bukhari. Und diejenigen, die nie eine Menstruation hatten, haben eine vorgeschriebene Frist von drei Monaten vor der Pubertät, was darauf hindeutet, dass es zulässig ist, sie vor der Pubertät in die Ehe zu geben. Habt ihr von so einer Religion schon mal gehört? Was sagen die Fatwas? Guck mal jetzt, die Fatwas, jetzt kommen wir zu den Fatwas. Der edle, von wem ist es? Ist es zulässig, das Heiratsalter für Mädchen einzuschränken? Eingegeben von Ahmad, Islam Online, 24. Dezember 2010. Was wurde hier gefragt? Der edle Koran erwähnt auch die Wartezeit für die Frau, die noch nicht menstruiert hat und sagt, und diejenigen, die keine Menstruation mehr erwarten, wenn du Zweifel daran, dann beträgt ihre Menstruation drei Monate. Und auch für diejenigen, die nicht menstruiert haben. Da dies später nicht verneint wird, können wir diesem Vers entnehmen, dass es erlaubt ist, Verkehr mit einem vorpubertären Mädchen zu haben. Der Koran ist nicht wie die Bücher der Rechtswissenschaft, die erwähnen, was die Implikationen der Dinge sind, auch wenn sie verboten sind. Es ist wahr, dass der Prophet einen Ehevertrag mit Aisha einging, als sie sechs Jahre alt war. Aber er hatte keinen SEX mit ihr, bis sie neun Jahre alt war. So sagt es Al-Bukhari. Schaut euch das an. Das ist der Islam mit 1,6 Milliarden Anhänger, die ihre eigenen Gesetze haben, wenn es dann losgelegt und sie auf einmal die Scharia einführen, unter diesen Bedingungen dann vorpubertäre Kinder heiraten dürfen. Welches Land, das bei klarem Verstand ist, würde den Islam als Religion akzeptieren? Sagt es mir, ein Land, das bei gesundem Menschenverstand ist. Unglaublich. Hier, Fatwa Nummer von Islamweb, die größte Internetseite der Muslime, wo Fatwas rausgegeben werden. Fatwa Nummer 88089, Fatwa 88089, Kinder heiraten im Islam, ist die Überschrift. Pass mal auf. Früh zu heiraten ist etwas, das durch das Buch Allahs, die Sunder seines Propheten, den Konsens der Gelehrten und die Handlungen der Gefährten und der Muslime, die nach ihnen kamen, bestätigt wird. Siehst du? Mehr noch, das Interesse der Scharia beweist ist. Die Behauptung, dies sei aufgehoben worden, ist also nicht richtig. Und der Hadith enthielt diese Bedeutung nicht. Es besagt lediglich, dass eine jungfräuliche Frau nicht verheiratet werden darf, bevor sie nicht konsultiert wurde. Die Beweise aus dem Koran sind erstens der Ausspruch Allahs und diejenigen von euren Frauen, die das Alter der monatlichen Kurse noch überschritten haben, für sie beträgt die intervorgeschriebene Frist, wenn ihr Zweifel habt, drei Monate. Und für diejenigen, die keine Kurse haben, das heißt, sie sind noch unreif, beträgt ihre intervorgeschriebene Frist ebenfalls drei Monate. Außer im Todesfall. Al-Talach, das ist Zorah 65, Vers 4. So hat Allah für die Frauen, die noch keine Menstruation hatten, das heißt für die jungen Mädchen, Eheschließung, Scheidung und Wartezeit festgelegt. Ihr seid eine Sekte. Ihr seid eine Sekte vom Allerfeinsten. Ich bin kein Christ. Du hast den authentischsten Christ hier vor dir, der kein Blatt vor dem Mund im Ohr schmeichelt, sondern dir die brutale Wahrheit in deinem Gesicht sagt, so wie sie ist. Ein Christ macht das aus Nächstenliebe, dir die Wahrheit zu sagen. Islam ist niemals die Wahrheit. Islam kommt frisch von unten und wird auch dahin gehen, wo es hingekommen ist. Das ist also die Religion Gottes, mit Kleinstkinder auseinandernehmen, wie in einem Snuff-Video, wie viele Kinder bei ihrer Hochzeitsnacht verblutet sind. Jetzt gerade, wo ich am reden bin, sind schon wieder alte Säcke islamische Kinder arm machen. Hol dir Hilfe her. Ich glaube, du brauchst Hilfe, mein Lieber. Du brauchst ganz dringend Hilfe. Ganz dringend brauchst du Hilfe, meine Liebe. Entschuldigung. Eure Shisha-Muslimer. Seht ihr? Guck mal, ich lese das vor. Sie lesen das mit ihren eigenen Augen, sie hören das mit ihren eigenen Augen und können das nicht ertragen. Das ist für die so krank. Das ist für die so krank. Das ist zu heftig. Hör auf, mir eine Anfrage zu schicken. Meine Herren. Okay, du willst nicht hören. Tschüss. Könnt ihr euch vorstellen? Kein, die breite Masse der Muslimen ist ja verloren. Die haben ja gar keine Ahnung, was sich im Koran befindet. Haben die schon mal jemals eine Fatwa gelesen? Haben die einen Tafsir gelesen? Wisst ihr überhaupt, was das ist? Das ist Wahnsinn. Das ist so krank. Kleinstkinder. Guck mal hier, was Sheikh Mohammed bin Uthaymin sagt. Sheikh Mohammed bin Uthaymin. Surah Al-Talach, Surah 65 Vers 4. Wenn eine Frau nicht menstruiert, sei es, weil sie sehr jung ist oder alt ist und die Menopause hinter sich hat, dann beträgt ihre Idda drei Monate. Denn Allah sagt, und diejenigen von euren Frauen, die das Alter der monatlichen Kurse überschritten haben, für sie ist die Idda vorgeschriebene Periode, wenn ihr Zweifel habt, beträgt drei Monate. Und für diejenigen, die keine Menstruation haben, weil sie noch zu jung und unreif sind, beträgt ihre Idda ebenfalls drei Monate. Sheikh Mohammed bin Uthaymin, Majmu Al-Majmu Ad-Asila Tahum Al-Usra Al-Muslima, Seite 61 bis 63. Das ist der Sheikh von Abu'l-Bara, von Pierre Vogel, von, wie heißt der, von Sheikh Schweinfurt Ibrahim. Ja, das sind so irre gelernt, aber von den ganzen Leuten hier, von Selefi-Banden und so. Guck mal hier. Unglaublich. Das ist auch heftig. Überliefert von Aisha, ich spielte mit den Puppen in Gegenwart des Propheten und meine Freundinnen spielten auch mit mir. Wenn der Gesandte Allahs mein Wohnort betrat, versteckten sie sich, aber der Prophet rief sie, sich mir anzuschließen und mit mir zu spielen. Mohammed hat ein Kind geheiratet, die mit Puppen spielt und dann ruft er die Freundinnen von dieser kleinen Aisha, damit sie miteinander mit Puppen spielen. Boah, ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. von 1,6 Milliarden Menschen. Und das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Jetzt versteht ihr, warum ich diesen Satz verachte. Das war der beste Mensch, der je gelebt hat. Das ist die beste Religion aller Zeiten. Jetzt frage ich euch alle aus dem aufrichtigen Herzen, wenn ich schreibe, Jesus ist Gott und Allah ist Satan, nach dem, was ihr jetzt gerade gehört habt, dass dieser Gott erlaubt, mit Kleinstkindern zu heiraten und sie auch zu penetrieren. Was ist das für ein Gott? Sagt es mir aus dem aufrichtigen Herzen. Ist das Gott oder der Widersacher? So ist das. Das ist das Gott. Das ist heftig, ne? Der Mohammed heiratet ein sechsjähriges Kind und schläft mit ihr, als sie neun war. Aber er selber wurde dann von Abu Bakr und Omar gefragt nach der Hand von seiner Tochter, die zu dem Zeitpunkt zwölf war. Dann sagt er, sie ist zu jung. Sunan al-Nasai, hadis 3, 2, 2, 2, 1. Dankeschön. Sunan al-Nasai, hadis 3, 2, 2, 1. Abu Bakr und Omar kamen dorthin, um nach der Hand von Fatima zu halten und dann hat der Mohammed gesagt, nein, die ist zu jung und sie war zwölf. Aber selber heiratet er die Tochter von Abu Bakr, die sechs war. Da ist auf einmal nicht jung. Zwölf ist jung, sechs ist alt. Das kannst du keinem erzählen. Hamil, lies mal bitte Al-Bukhari 3, 4, 4, 6. Ah, okay. Bukhari 3, 4, 4, 6. And if a man believes in Jesus and then believes in me, he will get a double reward. Was, wir sollen an Jesus glauben? Ja, Gott sei Dank. So viele Leute, die hier zuhören, die können das natürlich dann nehmen und, ja. sich Gedanken darüber machen. Sie wissen genau, dass ich nicht hier stehe oder hier sitze, einfach so über Dinge rede, über die hier nicht so stehen würden. Das ist ja das Problem. Sie wissen genau, dass das dort steht. Sie wissen genau, weil ich auch immer Quellenangabe ihnen gebe, sodass sie selber nachschauen können. Das ist das. Das ist der Unterschied zwischen mir und den anderen Leuten, die einfach aus ihren Gelüsten reden. Ich, wenn ich etwas sage, beweise ich das auch. Die, wenn die etwas sagen, ist das ihre eigene Meinung. Ich werde von den ganzen Gelehrten, die höchsten Gelehrten des Islams bestätigt und die sagen, ja, Amir hat recht. Nicht diese ganzen Euro-Shisha-Salafis. Die schämen sich für ihre Religion. Ja, genau. Aber so kannst du doch nicht vorgehen. Wenn du dich schämst für deine Religion, dann komm doch raus oder raus. Dann komm doch aus dieser Religion raus. Das ist keine Religion für dich. Das ist nicht die Religion Gottes. Das ist die Religion der Salafis, der hier, der von da ich und sowas. Das hat nichts mehr mit dir zu tun. Du kannst dich damit nicht identifizieren. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, bevor es zu spät ist, bevor du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Der, der dich am meisten geliebt hat, ist der Herr Jesus. Der, der sein Leben für dich dahin gegeben hat, ist der Herr Jesus. Wie kann man ihn denn verwerfen und zu einer Religion angehören? Wie kann man Jesus Christus beiseite legen und dieser Religion folgen? Das ist für mich unbeschreibbar und unvorstellbar, Mann. Wie kann man die Liebe Gottes in Christus weglassen für sowas, für Piddo? Kann mir das bitte einer erklären? Wie kann man sowas übers Herz bringen? Wie kann Gott Gott sterben? Wie kann Gott sterben? Wie kann Gott sterben? Ja genau, Amir ist verzweifelt über eure Ignoranz. Genau so sieht es aus. Amir ist wirklich verzweifelt. Das kannst du keinem erzählen. Ich lese vor, dass das die übelste Religion ist, von der man jemals gehört hat und die sagen, Amir ist verwirrt, Amir hat keine Ahnung, Amir ist dies, Amir ist das. Unglaublich, ne? Das hältst du im Kopf nicht aus, was die Leute hier von sich geben. Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Das ist Wahnsinn. Vielleicht ist Mr. Motivation derjenige, der mich jetzt motiviert. Motiviere mich. Was geht? Hi. Hallo, Mr. Motivation. Willst du mich motivieren? Ich wollte nur sagen, erst mal Riesenrespekt, dass du einfach nur deine Meinung äußerst. Da gehört auf jeden Fall eine dicke Weste auch dazu. Das trauen sich heutzutage die wenigsten, weil die sofort halt durchdrehen. Die können das halt nicht hören. Sobald die irgendwie negative Sachen hören, dann drehen die halt durch. Genauso wie Stürzenberger, wenn er da seine Meinung Grund gibt, dann drehen die auch durch, ne? Ja, bei Stürzenberger, wenn ich jetzt ein Deutscher wäre, hätten die gesagt, guck mal, das ist wohl der Nazi. Aber bei Stürzenberger können die das sagen, aber bei mir nicht. Ich bin einer von denen. Ich sehe aus wie einer von denen. Das ist was. Das Nazi-Kolle bringt bei mir nichts. Ja, ja. Aber wie gesagt, also wirklich, wenn ich mir deine Videos anschaue. Was meint ihr? Warte mal ganz kurz. Was meint ihr, wie die Muslime so, wenn die mich so sehen, die denken so, das kann doch nicht wahr sein. Der sieht so aus wie ein Muslim und der widerlegt den Islam und gehört zu Jesus. Das ist für die meisten so. Die können das nicht fassen. Das ist für jemand, so wie ich hier so sitzt und das Ganze so auseinandernehmen vom Allerfeinsten. Und den Beweis, dass der Islam nicht von Gott kommt. Das macht nicht jeder. Das ist das Problem. Das macht nicht jeder. Müssen die aber. So sieht es nämlich nicht aus. Wohl oder übel müssen sie sich damit auseinandersetzen, weil ich komme ja nicht umsonst hier online und würde einfach irgendeine Lüge erzählen. Das sei fern. Sie wissen genau, dass ich hier das vorlese, was sich in den islamischen Schriften befindet. Das ist das Problem. Du, genau so ist es. Ob es denen jetzt passt oder nicht. Jeder hat seine Sicht der Dinge und du klärst auf deine Art und Weise auf. Und wenn es denen nicht passt, dann ist das ehrenfähig. Aber deren Reaktion, wenn die hier so durchdrehen, das heißt ja was. Ja, natürlich. Wieso drehen die so durch? Wenn du anfängst zu sprechen. Ja, weil die Dämonen in ihnen zittert. Das ist das. Also ich habe mich schon ein paar Videos von dir angeguckt. Ich habe nur gedacht, Hut ab. Da ist einer, der macht wirklich seinen Mund auf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass schon, ja, gewisse Affen, sage ich mal, dich auf die eine oder Art versucht haben, einzuschüchtern. Aber du ziehst das alles gerade durch. Also da wirklich Respekt. Ich hoffe, dass das auch für dich nicht umsonst war, dass ich das hier mache, dass du wenigstens dich in Richtung Jesus Christus begibst. Deinem Retter, deinem Heiland, mein Lieber. Ich glaube voll und ganz an Jesus Christus. Und ich kann nur sagen, Respekt, wirklich. Gott schütze dich. Danke dir, mein Lieber. Gott schütze dich auch. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hallo. Hallo, mein Lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Möge der Herr Jesus Christus dich und deine Familie segnen. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar meine Kollegen, die nennen sich halt alle Christen, aber wenn ich versuche von Jesus zu überzeugen, wollen ich kein Gespräch eingehen. Hast du vorhin Tipps? Deine Kollegen nennen sich Christen und wenn du von Jesus redest, haben die keinen Bock? Also manche wollen nicht einsehen, dass Jesus Gott ist. Ach so. Das sind dann Antichristen. Die haben nichts mit dem Glauben zu tun. Erst Johannes 4, Abvers, zeige ich dir. Oh, mein Hund ist voll am Schnarchen. Erste Johannes 4. Guck mal her. Geliebte, glaub nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in dieser Welt ist. Du siehst also, dass sie einen antichristlichen Geist haben. So ist das. Ja, bei mir war es halt irgendwie so, dass ich auch über das Christentum nicht viel wusste. Also ich wurde in Christendum reingeboren und erst nach der Konfirmation fing ich halt an, mich mit Gott auseinanderzusetzen und ich lese jetzt auch seit ein paar Monaten jeden Tag die Bibel und wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, versteht man immer mehr, dass Jesus Gott ist. Also dass das auch wirklich, dass das einfach die Wahrheit ist, dass man baut auch so eine Bindung zu Gott auf. Ja, daran merkt man, das ist ein Anzeichen dafür, dass du den Heiligen Geist hast, dass du den Herrn Jesus Christus auch als Gott anerkennst. Denn das ist der Geist, der in dir ist, der Jesus Christus im Fleisch bekennt. So wie wir alle Geschwister hier. Du kannst nur Jesus Christus im Fleisch bekämen, wenn du den Heiligen Geist hast, ansonsten nicht. Deshalb, Amir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich möchte dich und deine Familie segnen. Ich auch, mein lieber Gott. Segen dich und deine Familie. Danke schön. Tschüss. Macht gut. Ich möchte dich und deine Familie. Igor, Igor Mitrovic. Was machst du? Was machst du, Brate? Igor? Was machst du, Brate? Wie bist du? Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's, wie geht's? Ja, muss, muss. Auf welchen Fall? Wir lassen die Geschäfte, sowohl. Man muss wieder so viel fichera, eh. So, wie geht's? Wir lassen die Geschäfte. Man muss gucken, wo man bleibt. Signing, auch signing. Ja, auf jeden Fall. Zappetna, ihr worak! Ja, kürt. Wie meine Kollegen da, was ich geredet habe? Zappetna, ihr worak! Hallo! Schau, komm mal her, hör mal zu. Der Amazon, ich rede ja auch. Richtig von einem anderen Planeten, ehrlich. Richtig von einem anderen Planeten. Auf jeden Fall, ich hab gehört, dass du ein Kabbalist bist und die Kabbalah praktizierst. Was sagst du dazu? Kamalist? Ich bin Kabbalist. Ich hab gehört, du praktizierst die Kabbalah. Was sagst du dazu? Ich praktizier, äh, hier, Kabbalah. Habt ihr gehört? Ich bin, äh, Kabbalah. Hier, mit Kabbalah. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Komm, bitte. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Bruder, ich schreib in deinen Chat rein, dass ich eine Frage habe, die keiner beantworten kann und einfach eine sagt, ja, alles gut, du bist gleich dran genommen, Steinküsse und so. Stimmt wie, hä? Ja, die denken, du bist Muslim. Guck mal, ich hab eine Frage, ne? Man sagt doch in Islam, wer, äh, wer nicht Muslim ist, kommt in die Hölle, ne? Ja. Und dann sagt man doch, aber auch in Christentum, oder? Wer den Herrn Jesus Christus nicht annimmt, kommt in die Hölle. Aber beispielsweise jemand ist, äh, sein ganzes Leben lang ein guter Mensch gewesen, ne? Er hat, äh... In die Bibel sagt, es gibt keine guten Menschen. Aber Bruder, beispielsweise. Guck mal, dass, dass man nicht... Es gibt kein Beispielsweise. Es gibt kein, weil jeder von uns hat gesündigt. Ich weiß, was du meinst, aber guck mal, es gibt doch, okay, ja, ne, es gibt nicht diese, so, es gibt eine höhere Sünde, eine tiefere Sünde, weißt du, aber... Nein, Sünde ist Sünde. Adam und Eva haben doch nur nicht auf Gott gehört, das ist das. Ich weiß aber, guck mal... Gott hat sie aus dem Paradies geschmissen. Aber beispielsweise, beispielsweise meine Oma. Meine Oma aus Kosmosi ist Muslime. Weißt du, ich hab, mein Teil sind Muslime. Und ist sie jetzt in der Hölle, aber sie war immer ein guter Mensch. Sie hat niemandem was getan. Trotzdem, deine Oma hat doch auch gesündigt. So wie meine Eltern, so wie deine Eltern, so wie alle Eltern, Mann. Das heißt, sie sind alle in der Hölle, oder was? Ja, der Mohammed sagt sogar, dass seine Eltern in der Hölle sind. Ja, Bruder, der ist krank, alle, ja? Ja, was soll ich dir sagen, wir müssen bei der Wahrheit bleiben, ne, ist das? Hier, guck mal, Super-Seichen. Entschuldigung. Aber wir müssen mal wahrnehmen bleiben. Ich weiß, aber Bruder, da stelle ich mir die ganze Zeit diese Frage. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Es war eine Zeit, dass jemand da nichts gemacht hat. Ich verstehe nicht aus der Perspektive heraus, dass unsere Eltern, wir lieben sie ja über alles, sie haben nie irgendwas Schlimmes in unseren Augen getan. Aber trotzdem bleiben sie Sünder, weil Gott sagt, dass alle Menschen auf der Welt gesündigt haben. Und es gibt nicht einen, der Gutes tut, auch nicht einen, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Wir sind alle schuldig von Gott. Aber guck mal, wie schön Gott ist. Gott gibt uns aus Gnade heraus, dass wir errettet werden dürfen durch Jesus Christus. Wir müssen nur Ja zu ihm sagen. So einfach ist das. Ja, ich weiß. Ist das so wundervoll? Komplett. Ja, siehst du, deswegen sagt der Herr in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, also die Menschen verurteilt und in die Hölle wirft, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht die beste Botschaft, die du je gehört hast? Ja, normal. Ich glaube ja auch daran. Also, deswegen muss man eigentlich diese Botschaft nach draußen tragen, also in die Welt tragen, so wie der Herr das gesagt hat. Die frohe Botschaft, das Evangelium, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sann, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Amen. Beste Botschaft aller Zeiten. Ja, das stimmt auch. Es gibt auch den Beweis, ich habe das mal gelesen, wo das Jesus, dass man wissenschaftlich beweisen konnte, dass er keinen DNA-technischen Vater hat. Das Blut des Herrn wurde, ja, sagt man, es wurde Blut gefunden, ich glaube, in Israel bei den Ausgrabungen. Und dann hat ein Forscher festgestellt, dass das nur ein Chromosom hat und das andere fehlt. Und das ist, dass dieses Blut keinen Vater hat, nur Mutter. Und das Blut war lebendig, als sie das untersucht haben. Die waren schockiert. Unglaublich. Ja, das ist krasse Sache, Bruder, wirklich. Also ich bleibe auf jeden Fall, ich halte ganz fest die Hand meines Herrn Jesus Christus, gerade in dieser schweren Zeit. Ich bleibe auch Christ, hundertprozentig. Ich bin damit geboren, ich bin damit aufgewachsen. Du musst von neuem geboren werden. Hast du deine Schuld vor ihm bereut? Wie mache ich das? Auf die Knie gehen und den Herrn Jesus Christus in einem Gebet annehmen. Deine komplette Schuld vor ihm bereuen und sagen, Herr Jesus Christus, ich war so lange Zeit ohne dich am Leben, Herr. Ich akzeptiere das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Mach aus mir eine neue Schöpfung, Herr. Sende mit deinem Heiligen Geist und lass mich von neuem geboren werden. Amen. Sag das aus dem aufrichtigen Herzen. So muss ich es sagen. Ja, so wie du das am besten, das war jetzt nur ein Beispiel, aber du weißt, was du in dem Moment sagen musst. Ich dachte, es gibt dafür ein Gebet. Nein, das Gebet kommt hier. Direkt straight aus dem Herzen. Wir haben keinen Zauberspruch. Sowas kannst du im Islam machen mit der Shadun-Layla und sowas. Nein. Gott verlangt die aufrichtige Reue. Weißt du was? Hast du schon mal bei jemandem bereut und aus deinem tiefsten Herzen gesagt, es tut mir leid, was ich getan habe und sowas? Weißt du, gibt es einen Moment, wo du so Reue gezeigt hast? Mal bei meinem Vater, bei meiner Mutter. Zum Beispiel, das meine ich. Wie hast du in dem Moment gefühlt, dass du schuldig warst vor demjenigen, richtig? Ja, ich weiß, was du meinst. So, nimm dieses Gefühl und multipliziere das mal 10 und dann gehst du auf die Knie und betest zu Gott und weinst und sagst, ich habe so lange ohne dich gelebt. Bitte verzeih mir all meine Schuld, die ich begangen habe und noch tun werde. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Bitte lass mich von neuem geboren werden. Sende mir deinen Heiligen Geist und ich möchte bei der Entrückung auch dabei sein, Herr. Das ist das nächste große Ereignis, was die Leute verpassen werden, wenn sie nicht an der Erde sind. Jetzt gerade, guck mal, ich befasse mich doch gar nicht so lange damit, weißt du? Ich habe immer nur einfach gelebt, fertig. Ich habe diese ganzen Sachen mit Islam und so, ich lese in islamischen Schriften, ich lese in christlichen Schriften, ich lese überall momentan, weil ich muss einfach wissen, weißt du? Bei dir, ich habe mir all deine Videos angeguckt und ich habe mir alle Videos von Abul Barra und so angeguckt. Was ich mich aber frage ist, du machst Videos und im Hintergrund hast du noch einen Fernseher, wo du noch zeigst, was du sagst. Das ist mein Vorurteil. Ja, und Abul Barra und so, die reden einfach nur, aber die zeigen nicht, was sie sagen. Ja, genau. Das ist halt so eine Sache, wo ich mich dann so frage, okay, kann das sein, kann das nicht sein, gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, kann man nicht jemand da sitzen und so einen Titel haben und lügen, weißt du, wie ich meine? Jetzt zieh dir das mal rein. Kennst du diesen Abdel Hamid, der jetzt so voll bekannt ist unter den Jugendlichen und der so ein bisschen so Fame bekommen hat durch seine Predigten und so, dieser komische Marokkaner ist das, glaube ich, oder was? Abdel Hamid heißt der. Boah, ich weiß gar nicht, Bruder. Ja, das ist auf jeden Fall so ein islamischer Prediger, der jetzt überall auf TikTok so voll glorifiziert wird und der voll so, wie heißt das, rumgereicht wird und der eine große Reichweite bekommen hat. Und dann sehe ich letztes Mal ein Video von ihm, ein Bruder hat mir das geschickt und dann sagt er, nennt er irgendeine Überlieferung von irgendwie seinen islamischen Schriften, sagt er, derjenige hat mal seinen Bart abrasiert, der hatte so ein, zwei Haare und dann hat der Mohammed diesen Typen ausgelacht und hat gesagt, und dann hat der gedacht, oh, das so lala, der lacht bestimmt über meine zwei, drei Barthaare. Dann hat er sich die abrasiert und dann hat der Mohammed ihn wieder ausgelacht und dann sagt er, warum lachst du mich denn dieses Mal aus? Sagt er, ja, aber ich lache, weil die Engel irgendwie an deinem Bart gespielt haben und ich sehe die jetzt nicht mehr da spielen. Muss ich mir mal vorstellen, was für eine Überlieferung der da bringt. Richtig verrückt. Richtig verrückt. Jetzt hat der einfach eine erfundene Geschichte einfach erzählt, der Typ. Was redest du? Ich sage dir, der hat einfach eine erfundene Geschichte gepredigt. Die gibt es gar nicht. Es gibt eine Fadbar über diese Dings, über diese Überlieferung und die Gelehrten sagen, diese Überlieferung gibt es überhaupt gar nicht. Die existiert nicht. Warte mal, ja, das wollte ich auch fragen. Guck mal, in Bezug auf Geschichte und was gehört und so. Ich habe eine Frage, und ich schwöre, ich bin komplett unparteiisch, ich habe nichts gegen Muslime oder gegen Christen, falls irgendjemand denkt, okay, ich möchte hier wirklich nicht irgendwie jetzt gleich irgendwie hingestellt werden oder so. Aber eine Frage habe ich. Wie können oder wie konnten die Leute damals mit der Technologie, die es damals gab, 600 Jahre später sagen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde? Das frage ich mich. Ja. Warte, ich möchte immer das beweisen, was ich sage. Warte, guck mal hier, hört euch das mal bitte an, was dieser Abdel Hamid von sich gibt. Ich bin gestorben vor Lachen, ehrlich, guck mal. Einfach eine erfundene, der hat einfach Lügen über seinen eigenen Propheten erdichtet. Hallo? Das ist krank. Einfach gelogen. Ich krieg dein Herz, Mellosch. das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Ich dachte, der Prophet lacht mich aus. Er ist nach Hause und hat dir abgasiert. So wie wir heute. Styler, Bart, Blut, hier, da, so. Er geht wieder in die Menschen mit der Prophet, sieht ihn an und er war davon abgeneigt, nur anzusehen und hat sein Gesicht gedreht. Das Sahabe sagt mir, Rasulullah, warum machst du das? Was ist los? Hab ich was falsch gemacht? Er sagte, warum hast du deine Haare weggemacht? Er sagte, ja, Rasulullah, ich dachte, du lachst mich aus. Er sagte, nein, ich habe gelacht, weil die Engel vom Himmel runtergekommen sind und mit deinem Bart gespürt. Das hat mich zu lachen gebracht. Und jetzt, wo man das halt gemacht, das gibt es nicht. Ein Mann! Ein Bart! Das ist so geistet. Und das hat er sich ausgedacht? Das hat er sich ausgedacht. Jetzt pass mal auf, ich bin auf die Suche gegangen und habe versucht, den Harris zu finden. Pass mal auf, ich wurde fündig. Guck mal hier. Ich bin auf die größte Internetseite gegangen der Muslime, wo Fatwas rausgehauen werden. Islamweb.net Muslime kennen die Internetseite. Guck mal hier. Das ist doch krank. Bitte, bitte, das müsst ihr euch reinziehen. Ihr habt, es ist einfach nur noch, es ist eine Katastrophe, was Muslime jetzt machen. Das ist unfassbar. Ja, Prima, weil ich mich aber auch da frage, wie kann, guck mal, die Technologie heutzutage ist so weit, dass wir alles beweisen können. Warum kann man denn aber nicht sagen, Warte, ein Thema nach dem anderen. Einen Moment, lass mich ganz kurz das beweisen, weil ich mag das niemals, irgendwas nicht beweisen zu können. Ja, nochmal. Der Hadith über den Mann mit einer Haarsträhne als Bart. Frage, gibt es ein Hadith, der von einer Person spricht, die nur eine Haarsträhne als Bart hatte, an der ein Engel hing und unser Prophet lächelte darüber, bitte um Rat. Antwort von dem Scheich. Aller vollkommener Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der es wert ist, angebetet zu werden außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wir bitten Allah, seine Erwähnung sowie die seiner Familie und aller seiner Gefährten zu loben. Nachdem wir die Überlieferung, nach der sie gefragt haben, durchsucht haben, haben wir sie weder in den verfügbaren Büchern prophetischer Überlieferungen noch in den Büchern bekannter Gelehrter gefunden. Und Allah, das ist am besten. Die Lügen einfach über ihre eigene Religion. So hat er sich das einfach ausgedacht, ja? Allah. Das ist scheiße, Bruder. Wie haben es zu tun mit so einer Sekte? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das ist jetzt der Star dieser Muslime. Wenn der Lüge erzählt hat, dann schon scheiße, Bruder, ja. Die Muslime waren am Ausblick in den Kommentaren. Guck dir mal diesen Kerfeld an, ey. Was der da redet. Was ist denn mit dem los, ey? Ist der eine Panna oder was, ey? Boah, danke, danke für dieses Geschenk, Mann. Oh, richtig. Ja, Bruder, was soll ich denn sagen? Ich frage mich halt nur, guck mal, wir sind heutzutage mit der Technologie so weit, wir können alles beweisen, Bruder, aber nur, wir können nur nicht beweisen, weil, guck mal, keiner redet über Buddhismus oder so. Es geht immer nur um das Thema, es ist immer nur Islam und Christentum. Aber keiner kann, äh, wie soll ich sagen, beweisen, dass das richtig ist oder beweisen, dass das richtig ist. Weißt du, es kann einfach nicht bewiesen werden. Aber Gott kann sich dadurch beweisen, indem er was macht? Sich offenbart. Offenbart. Wie offenbart er sich? Was musst du mir sagen, Bruder? Durch sein Wort. Und er beweist es durch sein Wort, weil es prophetische, ähm, prophetische Worte sind, die sich erfüllt haben. Und das kann nur Gott, kein Mensch der Welt oder kein Wesen der Welt kann von, von geraumer Zeit, tausende von Jahren und tausende von Jahren etwas sagen, so dass das tausende Jahre später so eintrifft. Kannst du sowas machen? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also müssen wir zugeben, dass wir es hier mit einer höheren Instanz zu tun haben. Und wenn diese höhere Instanz in seinem Buch etwas offenbart hat, dann müssen wir uns sofort auf die Suche machen und herausfinden, was versucht diese höhere Instanz mir zu sagen? Was muss ich tun, um dieser höheren Instanz näher zu kommen? Und der Herr Jesus Christus spricht in Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht von neuem geboren werdet, so könnt ihr das Himmelreich nicht erben. An dieser Stelle nochmal. Geht alle auf die Knie. Heute, wenn dieser Stream zu Ende ist. Geht auf die Knie, betet zum Herrn Jesus Christus, bereut eure Schuld vor ihm und werdet von neuem geboren. Das ist die wichtigste Aufgabe in eurem Leben. Es mag sein, dass ich dir vielleicht ein bisschen wahnsinnig rüberkomme, aber glaube es mir. Sobald du dich mit dem Herrn Jesus Christus beschäftigst, du wirst mir recht geben und du sagst, Armin hat vollkommen recht. Es gibt keinen anderen Weg als den Weg des Herrn Jesus Christus und wir sind alle auf dem Weg in die ewige Verdammnis ohne ihn. Ich weiß, die Sache ist, ich glaube auch daran, weißt du, nur was ich mich halt immer frage, ist, nicht, warum hat Gott, wie soll ich diese Frage stellen, Bruder? Warum, warum ist die Menschheit, sage ich mal, so gespalten, wenn es doch diese ganzen Wahrheiten gibt, wie zum Beispiel, jetzt sagen wir, Christentum ist richtig, das was Jesus sagt, ist richtig, es steht überall, dann können es doch auch die Muslime lesen, aber warum gibt es da noch Muslime? Weißt du, ich meine was ich meine? Ja gut, da musst du ja auch fragen, warum gab es denn die Nationalsozialisten? Und bewiesen worden ist, warum ist dann die Menschheit so gespaltet? Die Menschheit ist so, der Mensch ist von Haus aus ignorant, das ist das Problem, was wir haben. Es gibt nur einige wenige, die durchbrechen und ihre geistliche Freiheit zurückbekommen und ihre Intelligenz und ihren Verstand benutzen. Die breite Masse ist doch verloren, denkst du, die setzen sich hin und beschäftigen sich intensiv mit einem Thema? Nein, die sind alle voll von Satan verblendet worden, das ist das Problem. Ja. So, ich hole jetzt den nächsten rein, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke schön, danke schön, wirklich, wie die Antworten. Gott segne dich. Dich auch, Bruder, tschau. Ja, es geht, tschau. Ja, betet für ihn, Gott segne ihn und seine Familie. Ja, fast die eine Million Likes geknallt, geknackt. Hallo, ich will dich, Gott sei mit dir, mein Freund. Gott sei mit dir, mein Lieber. Hi. Ich habe mal eine Frage, ich beobachte dich, also ich höre schon vieles von dir, finde ich echt cool, wie du dich da mit den ganzen auseinandersetzt. Ich bin Italiener und bin ein sehr, sehr gläubiger und katholischer Mensch. Meine Frage an dich ist, ich bin auch überzeugt, dass Gott Jesus ist. Ja? Aber ich glaube auch an seine, ich glaube auch an die Mutter Maria. Ich glaube auch an, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wie Padre Pio. Sagt dir das was? Das musst du alles beiseite lassen. Das sind, das sind, das sind, das sind München. Ja genau. Ich weiß, was das ist. Das ist aus, in Italien ist das sehr weit verbreitet, das mit Padre Pio und sowas. Ich bin damit groß geworden, ja. Das sind Traditionen, die eure Familie euch mitgegeben haben. Aber euer Vorbild ist Jesus Christus, kein Padre Pio oder sonst irgendwen. Auch wenn das ein wundervoller Mensch in den Augen der Italiener ist. Trotzdem euer Vorbild ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Schönste und der Beste und der Heiligste. Er war sündlos. Er hat deine Schuld getragen. Er kann die Menschen retten, weil er ist der Retter. Und so heißt es in 1. Demotheus Kapitel 2 Vers 5, denn es gibt nur einen Mittler zwischen uns und Gott dem Vater, und das ist der Mensch Jesus Christus. Er bildet die Brücke, er bildet die Brücke zu Gott dem Vater. Okay. Keine Maria, kein Padre Pio, keine Heiligen. Jesus Christus, Vater. Ich weiß, dass nichts geht über Jesus. Das weiß ich auch. Wenn du zu mir nach Hause kommst, das siehst du, ich habe so eine Vitrine, da habe ich meine Familie, meine Familie, also die Verstorbene. Ja. Und dann habe ich diese, wie Padre Pio, die Heilige Madonna, die ich auch anbete. Ja. Und den Jesus Christus ganz groß. Das ist das. So wie du diese Ikonen anbetest. Das ist sehr, sehr heftig. Ich bitte dich, das sein zu lassen. Okay. Du musst das sein lassen, das mit Ikonen anbeten und sowas. Ist das eine Sünde für dich? Oder wie soll ich das verstehen? Es ist ein Gräuel im Auge des Herrn Götzendienst zu machen. Wenn du dich vor so Statuen niederkniesst, sie so streichelt, so wie der Papst das macht. Aber wenn ich dir sage, dass mir, ich bin 51 Jahre alt, ja. Und ich habe schon einiges erlebt. Und es gab Momente, wo ich nach ihm, nach ihm, nach dem Padre Pio zum Beispiel, oder die Heilige Madonna, aber besonders ein letzter Fall in meiner Familie. Da habe ich sehr nach ihm gebittet und gebetet, ja. Und für mich ist ein Wunder geschehen. Ist das jetzt zu ignorieren? Das war jetzt der Jesus, der mir diese Wünsche erfüllt hat. Oder wie denkst du darüber? Der Satan kann natürlich auch dir durch Wunder und Kraft und Zeichen deine Sinne verblenden. Da musst du höllisch aufpassen, wenn du zu solchen komischen Ikonen betest und hinter jedem Götze sagt, die Heilige Schrift befindet sich ein Satan. Und der Satan ist ja der Herr dieser Weltzeit und er hat die Macht, dir Sachen zu zeigen, wo du dann natürlich sehr, sehr in sowas dann verstrickt bleibst. Da musst du höllisch aufpassen, logisch aufpassen. Ich rate dir und höre auf meinen Rat, was ich dir mitgebe. Lass diese Ikonen beiseite, folge dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt und bete nur den Herrn Jesus Christus an oder den Vater. Am besten, wenn du den Herrn Jesus Christus anbetest, gibst du auch Gott dem Vater die Ehre. So einfach. Und die Heilige Maria, was ist die? Jesus Christus sagt in keiner einzigen Stelle, dass wir zu Maria beten sollen. Das wissen alle. Okay, okay. Ich möchte auf jeden Fall, ich sag dir die Wahrheit, ich habe mal versucht, die Bibel zu lesen. Ja, ich habe sie nicht ganz verstanden. Also die Bibel zu lesen, muss man auch lesen können. Ja, das ist nicht so einfach. Aber das ist das Problem. Du musst das nicht versuchen, sondern du musst dabei bleiben. Immer weiter lesen, immer weiter lesen. Ja, 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 ja. Das ist nicht einfach. Definitiv. Man muss es auch lernen. Ja, sowas. Das ist nicht einfach. Du machst ein Buch auf und du lernst. Also du liest und verstehst alles, was drin steht. Ja. Und eben nicht. Aber das will ich auf jeden Fall. Bleibt man da dran. Nicht einfach beiseite legen, sondern wirklich dann weiter. Und noch etwas möchte ich dir gerne sagen. Kennst du einen Joker? Der nennt sich Joker. Ja, möchte ich nicht über solche. Okay, okay. Der erlaubt sich. Der erlaubt sich. Der erlaubt sich. Der erlaubt es gar nicht. Das ist gar nicht mein Ding. Das ist so einfach. Der erlaubt sich dein Gesicht. Ich habe letztens gesehen. Ich weiß. Als Hintergrund. Als Hintergrund. Okay. Du, also. Ich danke dir, mein Freund. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Und zu Gott sei Dank dir. Und zu Gott sei mit dir. Auf jeden Fall. Danke dir. Auch das, was ich dir gesagt habe. Lass das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kein Problem. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, wundervoll. Ich hoffe natürlich, dass du da auch drauf hörst. Und allein dem Herrn Jesus Christus die Ehre gibst. Denn ihm gebührt die Ehre. Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So ist das. So ihr Lieben. Komm. Wir machen die eine Million voll. Und dann mache ich langsam Schluss. Ich kann nicht mehr. Meine Augen sehen gleich doppelt. Ich bin einfach schon wieder Marathoner machen. Pfff. Unglaublich. Schäm dich. Nein, schäm du dich jemandem zu folgen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und sie mit neun Jahren in Jungfutter hat. Ja. Dafür sollte man sich echt schämen. So. Boah ey. Wo kommen die Leute auf einmal alle her? Ja. Pff. Hi. Hörst du mich? Ja, ich höre dich kurz. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass nur ein Prophet war? Ja. Nur? Nur ein Prophet? Ja. Ja. Okay. Als er als nur gelebt hat, da gab es wieder das Christentum und das Judentum. Welche Religion hatte dann der Prophet Noah gehabt? Also Religion. Gott hat nie eine Religion gehabt. Nee. Ja. Aber guck mal. Gibst du zu. Also jeder Prophet Gottes hat denselben Gott angebetet. Ne? Und weil sie denselben Gott angebetet hat. Ja. Mohammed hat aber einen Gott angebetet, der ein Schienbein ist. Ja. Er hat ein Schienbein. Ja. Aber alle wissen, dass Gott mit seinen zwei Händen Adam erschlafen hat. Auch die Juden. Ja. Hier können wir sagen, dass es metaphorisch ist. Aber dein Prophet sagt im Zeibuch Radi 7, 4, 3, 9, dass Allah sein Schienbein zeigt. An was ist Allahs Schienbein gebunden? Ja. Aber Gottes Hände oder Körperteile endeten nichts und niemand. Wo ist das Problem? Ja. Aber ein Bein bleibt trotzdem ein Bein. Und wenn er sein Bein zeigt und die Muslime in der Hand, dann seine Beine erinnern. Ja. Aber warum kritischest du nicht, dass Gott mit seinen zwei Händen Adam erschaffen hat? Du weißt doch, dass die… Ich habe das doch gar nicht kritisiert. Habe ich das? Habe ich gesagt, dass ich das kritisiere? Ich habe mir gesagt, dass es metaphorisch gemacht. Ja, aber du solltest ja damit… Ja, okay. Auch wenn Gott ein Schienbein hatte, was wäre dann so schlimm? Ja, das ist sehr, sehr schlimm, dass Gott ein Schienbein hat und so ein unvollkommenes Wesen ist wie ein Lego-Baustein. Ist da irgendwas nicht schlimm daran? Okay, da bin ich mit dir. Da hat Gott der Bibel keine Arme oder Beine. Gott ist Geist, mein Lieber. Gott ist Geist. Der Herr Jesus Christus hat die Form eines Menschen angenommen und mit diesem verherrlichten Körper ist er aufgefahren zum Himmel. So. Aber wie erklärst du dir dann die physische Gestalt von deinem Gott, der auf einmal durch Sahih Bukhari einen Fuß hat? Sahih Bukhari 4848. Dann hat er ein Schienbein in Sahih Bukhari 49197439. Dann hat er noch zwei rechte Hände. Das wird auch in Sahih Bukhari erwähnt. Dann ist er so ein kleiner, bartloser Mann, der wolliges Haar trägt und einen grünen Anzug an. Was für eine Vorstellung ist das von Gott, Mann? Ja, weil in der Bibel steht, dass Gott der Bibel sieben Hörner hat und sieben Augen. Warum redest du nicht darüber? Dein Gott hat sieben Hörner, da steht in der Bibel. Ich sollte schlafen. Warte, 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 warte. Nur noch eine letzte Sache. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sieben Hörner. Wie behämmert kann man nur noch sein, ehrlich. Ja, man kann für solche armen Menschen nur noch beten. Folgt einem Gott, der erlaubt, Kleinskinder auseinanderzunehmen. Boah, 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 boah. Ich denke, wir haben heute schon wieder eine gute Detonation hingelegt. Ja. Okay, ihr Wundervollen, dann beende ich den Livestream. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen und hört auf die Worte, die ich noch gesprochen habe. Wenn ihr heute noch, bevor ihr ins Bett gebt, denkt nochmal über alles nach, über eure Ewigkeit und gebt euer Leben dem Herrn Jesus Christus. Diese Religion kann ja keiner mehr folgen, keiner mehr ernst nehmen, ehrlich. Komm, wer kann denn, wer kann noch leugnen, dass ich den Islam nicht auseinandergenommen habe und bewiesen habe, dass der Islam alles andere ist als von Gott. Keiner kann das leugnen. Es steht alles so drin, wie ich es dir gesagt habe. Ja. Ja. Ja, genau, lass uns noch beten. Komm, ich bete nochmal. Ich gehe zur Seite. Wenn jemand auf die Knie gehen kann, ist er auch auf die Knie gehen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen wundervollen Abend, Herr, indem ich sehr viel Aufklärungsarbeit in den Geschwistern durchziehen konnte, Herr, und dich wieder am höchsten stehen lassen habe, Herr, und alle anderen Religionen den Boden unter den Füßen weggezogen haben, Herr, durch deine Kraft. Denn wir können nichts, außer dass du in uns wirkst, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns benutzt für dein Reich, Herr. Herr, wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister, Herr, die tagtäglich in dieser Religion ihr Leben lassen müssen, misshandelt werden, beschlagen, bespuckt und niedergemacht werden, nur weil sie an dich glauben, Herr. Herr, bitte schenke ihnen Trost, Kraft und lass sie niemals im Stich, Herr Jesus Christus, und nimm sie in deine Herrlichkeit auf. Ich kann das gar nicht oft genug erwähnen, Herr, wie viel Leid und Schmerz unsere Geschwister durchmachen müssen, Herr Jesus Christus. Daher lass uns niemals zu denen gehören, die blau warm werden, Herr, sondern immer für dich brennen und bereit sind, alles zu geben, Herr Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier drin war, dass du ihm die Augen öffnest, Herr, dass du sein Herz oder ihr Herz wirklich öffnest für die Wahrheit, denn du bist die einzige Wahrheit, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt in den Himmel als nur durch dich. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr, und wir in deine Herrlichkeit eines Tages eingehen werden. Du bist das Schönste, was wir in unserem Leben haben und danken dir für jeden einzelnen Tag, in dem wir deinen heiligen Namen noch loben, ehren und preisen dürfen. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So. So, ihr Lieben, okay. Dann machen wir langsam Schluss, ja. Boah, meine Augen sind so trocken, ja. Übel. Wer eine Bibel braucht oder was, ja genau. Oh, dankeschön, danke, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aufschreiben, sodass, ne, umsonst haben wir es bekommen, umsonst gehen wir es weiter, dass ihr das auch in euren Diskussionen dann einsetzt und, ähm, ja, so viele Menschen wie möglich aufklärt, ne. Ja, kann sein, dass ich, äh, jeden Tag nicht mehr da sein kann, aber dann habt ihr wenigstens die, äh, Quellen alle parat und ihr könnt das dann weitermachen, ne. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal, ja. Macht's gut. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.